ich hoffe euch geht's gut man guten morgen an meine gerade vom vom suff ausgeschlafenen menschen wie geht's euch jungs ich habe ja gestern spaß falls ihr unterwegs war was geht man lukas was glaubt krümeltee was glaubt katon was geht ab das pension was geht ab bro juliano glaubt man jungs was glaubt ich hoffe ich gibt es aus dem alter ich grüße ich meine der steht hier ist wieder aufgeräumt jungs das loch im tisch ist immer noch da und jungs wir haben den stargast heute aber wir brauchen die richtige musik dafür er ist wieder da und er funktioniert besser denn je weil wir haben ihn diesmal befüllt nicht mit einfach nur wasser sondern mit wasser und extrem vielen eiswürfeln jungs und tatsächlich kriegt domus inzwischen hin seinen job gut zu machen er kühlt mich nice jungs das hat der letzten sommer nicht getan aber diesen sommer bekommt das hin mir ist tatsächlich angenehm ich war mir das ist sehr ich hoffe man nicht allzu laut er steht auf der linken seite wenn man ihn doch zu laut hören dann muss ich noch ein stück weiter nach hinten machen oder so ich weiß nicht ganz aber hört man ihn hört man den lüfter aber noch machen wir schon ein mensch ja es ist mehr dank für die zwei modi das stunden dank für die 100 bits pro hooligan dann für die drei monate mann und flexorix toby ken und lobster danke für die neuen substation das kam nein nein er läuft aus er läuft aus er läuft aus er muss auf klo glaube ich reich von der steckdose nicht jungs ne alles cool ist nur ein bisschen wasser okay er kann hier stehen er kann hier stehen hier ist in ordnung okay alles gut alles gut ja und schiller von killer dank für die drei monate willkommen zurück vielen dank man fucking fucking domo alle geiles shirt woher ich weiß nicht ganz es ist tatsächlich von reebok ist das shirt das habe ich glaube ich bei reebok.com erworben oder so mega mega nice kann so wie wir aus checken ist ein stabiles shirt made bro es steht auch groß drauf von wo es ist bitte steht auch hier groß drauf mail btf es ist die man aber adidas adventure eigentlich habe es glaube ich gerade in einem adidas shop gekauft also wo ich in einem adidas store direkt also die haben ja immer so kollektionen dann meistens haben diese den normalen steht und dann haben die immer in diesen adidas post zumindest in berlin ist es so immer so ja wieso kollektion also da gibt es dann mal irgendwelche designer die irgendwas für adidas gemacht haben und dann stellte da mal so kollektionen aus und davon ist es ein super nice ja graus die dank für die zehn monate man schiller von killer dann noch mal für die drei bros was gedacht mir jetzt woher das loch im tisch es gab man in one we one extrem intensives baubattle in fortnight und ich habe den typen mal auf ganz entspannt aus einem meter den guten alten neuner headshot gegeben mit der pump und der typ hätte einfach nur noch zehn menschen mehr gebraucht und wäre dann tot gewesen ja und dann dachte ich mir hey komm ist doch jetzt der perfekte zeitpunkt ein thema um hier mal auf ganz trockenen loch einzuknüppeln auf ganz entspannt alle nice du bist im video von fortnight funnies oh ich bin jeden zweiten tag in so einem video i don't know ich will auch mal in diesen internationalen dingern das check ich nicht so die verschiedene was ich sage alter ich könnte auch irgendwas rassistisches sagen die würden es mit reinschneiden die wissen nicht was wir wissen nicht was ich sage da ja kryptus vorher danke für die achtbahn 14 monate mein alter kam wurde gebannt aber dieses mal für kevin papal bleib so wie du bist du hast du hast einen kleinen penis aber dann für die achten und und daniel 12 g sein fahrig danke für den start mit was genau bro wir zocken heute ein story game war eine über spontane idee weil ich habe vollkommen vercheckt dass dieses game rauskam ich war mir irgendwie super sicher dass also ich wollte die treuer auf jeden fall zocken aber ich war mir so sicher dass die treu schon draußen war also warte mal oder war war die treu bekam ich du menschen draußen da am son word you find ich weiß nicht ganz also ich habe mir wieso sicher dass die treu schon draußen war aber ist auch ranger es ist auf jeden fall schon alles eingestellt deswegen bin ich auch eine stunde später online weil ich musste meine capture karten auf fixen und so controller ist im laden portschirm gut das immer das game ist schon runter genahmen podcast gut das thema das ist alles vorbereitet schon die kopfhörer muss ich gleich noch schnell fix umstecken aber ansonsten ja auch einen redstock die fünf euro top donation habe ein scher für den du dann für die fünf euro bin nur wegen domo hier ok ok verstehe und kari dank für die zwei monate wollte ich wollte kurz den trailer sehen von dem game was vielleicht zocken dann seid ihr ein bisschen also so ein bisschen so ein bisschen geteased und seid ihr habt extrem bock das game spielen wir jetzt ich hab's nicht geschafft mich zu rasieren heute ok morgen hat sie ich mich versprochen heute habe ich habe es nicht geschafft nico dank für den satman detroit hier fing alles an die schmiede der welt der ort an dem alles anfing dass ich mich für mich auch mal um mich zu erinnern habe ich mich selbst Vielen Dank. Vielen Dank. Wir testen mal was. Ach nee, komm, nicht heute. Scheiße. Es hat immer so funktioniert. Heute machen wir es. Wir machen, wisst ihr, Jungs? Never change the running system. Richtig? Richtig. Never change the running system, Jungs. So. Die Erbungs kommt jetzt in meinem Bildschirm. Perfekt. Yo, Marc, danke für die 11 Monate, Mann. Was geht ab, Budi? Typical Bremen 4 incoming. Und bitte nicht. So, Jungens. Ich habe mir sogar diesmal einen Hotkey angelegt für Playstation. Wir müssen mir gleich mal sagen, ob die Kamera von der Position her so gut ist. Schauen wir gleich mal ingame. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie so ein Overlay gibt oder so. Schauen wir einfach mal. Wie ist denn der Sound? Bei meiner, ich kann nicht reden. Bei meiner, bei meiner, bei meiner Capture Card ist manchmal der Soundwag. Ich starte mal ganz kurz fix neu. Dann ist es safe behoben. Perfekt. So, Audiosprache Deutsch, Textsprache Deutsch. Untertitel, ja. Brauchen wir Untertitel? Ich weiß nicht. Ja, why not. Manchmal labere ich zu viel. Ich möchte es auf Deutsch, bin Jungs. Verstehe mich nicht falsch. Also. Ich glaube. Ja, so ist es für mich beim Besten. Achso, Leute, ich habe es gemutet, ich fische, Alter. Ich habe es vorhin gemutet am Anfang des Streams. So, jetzt. Und Lautstärke müssen wir gleich mal sagen. Ich mache es jetzt erstmal auf minus 3 dB. Das ist, denke ich mal, relativ laut. Okay, Jungs, was machen wir? Leicht oder erfahren? Ich möchte ein immersives Gameplay mit einer fortgeschrittenen Steuerung. Eine fehlende Herausforderung, in der Fehler zum Verlust eines Kikes ausführen können. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Erfahren hat sich viel, viel geil an. Und außerdem, Jungs, ganz ehrlich, Chad. Ich meine, ich mache das voll living, richtig? Ich kann Spiele spielen. Easy. Okay. Danke, Jennifer Lawrence. Oder Scarlett Johansson, meine ich. Danke, Scarlett. Monka X. Das ist unsere Zukunft, Jungs. Ich habe Angst. Damn, son. Where'd you find this? Deutsch, not like this. Ihr tut immer so, als ob Deutsch so das übel Schlimme mehr, Jungs. Ich meine, ich mag Englisch auch mehr. Aber ich finde halt einfach, für den deutschen Stream ist die deutsche Sprache einfach geiler. Weiß ich nicht. Privat würde ich es wahrscheinlich auch auf Englisch zocken. True, 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 true. Junge, holy shit. Sag mal ein bisschen Bescheid wegen der Lautstärke, Jungs. Okay, okay. Bitte, bitte, retten Sie meine Kleine. Halt's Maul. Sie schicken einen anderen... Damn, son. Where'd you find this? Das können Sie doch nicht machen. Oh, in WTF. Sie... Warum schicken Sie keinen echten Menschen? Hallo, hallo. Das ist ganz schön diskriminierend. Hat sie gerade meinen Gender-Assumed-Eiter, nur weil ich mich als Android fühle? Jesus, fuck, alter. Finde Captain Allen. Halte R2 gedrückt, um deine Ziele zu sehen. Okay. Junge Allen, fahr mal einen Gang runter. Wie schnacke ich ihn mit dem Jungen? Nicht zu fassen. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Ist sein Name bekannt? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Jo, entspann dich, Alter. Chance auf Erfolg 48%, Alter. Monke S. Verstehe, was passiert ist. Rette die Geisel um jeden Preis. Ich glaube, wir sollten verstehen, was passiert ist. Muss ich Geduld haben? Ah, ja. Okay, was noch? Die fehlende Waffe halt. Okay, er hat sich halt Munition in der Waffe genommen. Okay. Rekonstruieren. Holy shit. Ich glaube, das Game könnte richtig nice werden, Jungs. Oh mein Gott. Boah, das Game könnte richtig knorke sein. Der Abweichler nahm die Waffe des Vaters. Okay. Also da hat sich die Waffe von Fadi genommen und dann erst mal ein paar Leute abgeknallt. Ah, guck mal, jetzt ist die Chance auf Erfolg höher. Dope. Ich suche das Zimmer der Geisel. Also wahrscheinlich das hier hinten, oder? Untersuche die Opfer. Cherry soll ich untersuchen? Okay, okay. Bis jetzt schon mal relativ fancy, Alter. Ah, warte. Was ist das hier? Blutspuren? Okay, da war ein Schuss in die Hand bekommen, oder was? Oh, was ist das hier? Verstorben. Achso, das ist einfach sein Name. Okay. Wir wissen, was ist das dritte, was ich untersuchen muss? Achso, lol, der Einschuss. Den habe ich gar nicht gesehen. Heilige Scheiße. Ich weiß nicht, ob das gerade wichtig ist, was wir gerade machen, Jungs. Wir machen es aber einfach mal, ja? Weil es gerade das Tutorial ist. Okay, also Oleroni kam jetzt hier kurz auf B gepusht. Und hat dann auf aggressive Basis erstmal einen One-Tap kassiert. Der Klassiker, Jungs. Da liegt ein Schuh. Die Geisel sah die Schießerei. Okay, okay. Polizist verletzte den Abweichler. Ah, er hat ihn also auch getroffen. Okay. Nein, es hat wenigstens ein bisschen Damage gemacht. Ehrenmann. Vielleicht können wir noch ganz am Anfang was analysieren. Was ist da hinten? Die Waffe. Ah, die Waffe geordnet. Ja, nice. Und jetzt kann ich die Waffe nehmen und auch untersuchen. Dope. Ich verstehe, ich verstehe. Okay, und je mehr wir machen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg anscheinend. Holy shit. Was hast du für ein Mikrofon? AT2035 von Audio Technica, bro. Erstmal eingepackt, die Scheiße. Ähm. Sagen wir die zwei Euro, Mann. Oben gehen, Domus wieder da. Pogjam. Ich sag's dir. Jetzt geht's nicht mehr raus mit deinem Channel. Oh shit. Geht mir weg, um mich zu Ende. Ich wiederhole. Pogjam. Jetzt kommt auf. Wir haben hier. Okay, okay, okay. Ich hab Angst, chat. Oh shit. Yo. Worauf hatten wir denn? Knallt wie die Starflora. Ich hab freien Schuss. Das ist doch Farbe von der Blue Man Group, oder? Oh, vielleicht ist der Typ auch ein Android, ja, ne? Dieser Abweichler ist, glaub ich, dann auch ein Android. Ich glaub, das hat er auch gesagt vorhin. 62 Prozent, I don't know. Ich suche das Zimmer der Geisel. Welches ist denn das Zimmer der Geisel? Ist das da? Oder warte mal, vielleicht können wir hier durchschmulen und da ein bisschen was durchsuchen. Nach draußen gehen. Ich bin grad ein bisschen verstanden. Oh mein Gott. Oh. Keinen Schritt näher, oder ich springe. Nein, nein, bitte, 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 bitte. Ah, wow, wow. Los, los, los. Mein Name ist Connor. Was ist mit dir? Wie ist dein Name? Daniel. Den Namen haben sie mir gegeben. Bleib weg. Okay, also er ist auch ein Android wahrscheinlich. Oh Gott. Er wird instabil, Jungs. Gewinne das Vertrauen, okay. Ich hab, wir kriegen das ja nicht safe, das okay? Ich weiß, du bist wütend, Daniel. Aber du musst mir vertrauen und dir helfen lassen. Ich will keine Hilfe. Niemand kann mir helfen. Es soll einfach alles aufhören. Ich will nur, dass alles aufhört. Okay. Bist du bewaffnet? Ja. Ich habe eine Waffe fallen lassen. Wir machen auf Ehemann. Wir machen auf Ehemann. Die Wahrheit, wisst ihr, Lügen haben kurze Weine, Alter. Weg damit. Nice. Oh Gott, wir haben es richtig gemacht, Jungs. Pop Champ. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein. Es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nicht. Ich war nur ein Schlau für ihre Drecksarbeit. Es ist vorbei, Daniel. Dein Verbrechen ist zu schwer. Die Frage ist, ob du noch ein unschuldiges Leben vernichtest. Du hast nichts zu sagen. Ich mache hier die Regeln. Wenn ich sterbe, stirbt sie auch. Verstanden? Bro, 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 bro. Chill. Daniel. Oh, safe. Oh. Ist alles okay, Emma? Bitte, hilf mir. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Niemand wird hier sterben. Du musst bloß bleiben. Es kommt alles wieder in Ordnung. Bitte. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Ja, machen wir. Oh, what? Oh, wie? Weg mit dir, Junge. Fahr kurz zum nächsten KFC-Draven. Du kriegst deinem Leben. Oh, Jungs, nice. Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich helfe mal kurz Olle Ronny hier. Er verliert Blut. Wenn er nicht in ein Krankenhaus kommt, überlebt er das nicht. Alle Menschen sterben irgendwann. Was macht er schon, wenn der hier jetzt stirbt? Ich lege ihm einen Druckverband an. Ehre, Mann. Fass sie nicht an. Finger weg, oder du stirbst. Wow, wow, wow. Okay. Okay, okay, nice, nice. Ich will das alle abhauen. Ich will ein Auto. Ja, ja, ich auch die. Aber der Audi A5 kommt halt nicht von selber. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. 87 Prozent, Jungs. Ich will nicht sterben. Du hast Menschen getötet. Nein, die war einwanddumm. Nicht kann seine Zerstörung entdecken. Nein, die war einwanddumm. Ich habe das Falsche angeklickt. Nein! Mein Leben lang habe ich nur Befehlen gehorcht. Warum? Aber jetzt werde ich selbst entscheiden. Bro, bitte! Bro, bitte! Damn, son. Where did you find this? Oh mein Gott. Ehrenbruder-Dreierhelm, Alter. Ich habe immer mega Druck, wenn diese Leiste da runter geht. Ich war mir gerade gar nicht sicher, was mit Wahrheit gemein war. Ich dachte, er hat irgendeine Frage gestellt oder irgendwas verleimt oder so. Du hattest ein paar Gesprächsoptionen nicht, weil du dich zu wenig umgeguckt hast vorher. Okay, okay. Hups, auch gerade, ich habe irgendwas angeklickt. Fakt mal nicht. Ich habe doppelt Dreieck gedrückt. Ich will nochmal zurück. Hups. Ähm, zack. Jo, Andreowicz, danke für die Neumann. Das Game sieht schon echt sick aus auf jeden, Bro. Minecraft, danke für die 36 Jahre. Was glaubt man? Haken, danke für die 19 Jahre. Nutzst du die G7X Mark II nicht mehr? Und wenn ja, wieso? Ähm, die hier ist besser, die Cam. Keine Ahnung, es gibt keinen Grund. Was sagen wir gerade im Ladebildschirm? Ähm, jo, Derry Zerrator. Äh, RQ-Teil Karl. WTF, deinem Fließdienst. Ähm, Kiesilchen. Andreowicz, danke, Mates. Kevin, du spinnst, zieh dir einfach. Die Grafikkarte 1080 Ti. Oh, Digi, meine reicht gerade komplett aus. Also, alles cool, Mann. Wenn ihr auch denkt, Kevin hat einen kleinen Einmal... Achso, wenn ihr auch denkt, Kevin hat einen kleinen Einmal-Herzen-Chat und nicer streamen. Danke, Julian. Danke für die 3, Brudi. Und Tipp vorab, wenn du was verkackst und resetten willst, musst du sofort resetten, sonst speicherst das Game. Ne, wir resetten nichts. Das ist die Regel hier. Entscheidungen sind Entscheidungen, Bro. Ich mag die Schleichwerbung im Game nicht. Hinten auf dem Rücken steht Android und nicht iOS. Lorenzo, danke für den Sub, Mann. Bitte nicht, ey. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte, 200 Sprache und Dialekte und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow, Liebling, der sieht toll aus. Genauso einen brauchen wir. Warum wollt ihr restarten, Jungs? Entscheidungen sind Entscheidungen. Ich zeige Ihnen nur 7.999 Dollar mit einem zinslosen Kredit auf zwei Jahre. Und Sie haben zwei Jahre Garantie auf das Hotel. Wir nehmen ihn. Eine gute Wahl. Den Notruf. Hä, aber warte mal, Jungs. Also, okay. Wegen mir können wir das gerne reseten hier, ja? Aber... So lange mir das Game nicht sagt, yo, hey. Also... Ich weiß nicht, wie ich das gerade erklären soll, was ich meine. Ähm... Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ich meine, solange das Game quasi mich weiterspielen lässt, ist alles cool. Ich werde einmal resetten, Chat, okay? Aber wenn wir jetzt irgendeinen Fehler machen, werde ich nicht reseten, okay? All right, Jungs? Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab keinen Bock, irgendwas zu resetten hier. Wir resetten den, Bums. Aber... Ich will auch von euch nicht hören, dass ich es resetten soll oder so danach. Ich reset einmal hier, okay? Danke, Mann. Yo, Dave Day. Danke für die drei Monate, Bro. Willkommen zurück. Vielen, vielen Dank, Mann. Okay, ein Reset, Chat. Ein fucking Reset. Wir werden nie wieder resetten, weil es ist einfach nicht mein Style, wie ich Story Game spiele. Keine Ahnung. Wenn ihr es so tut, dann tut es so. Aber ich werde... Also, wenn ich eine Entscheidung mache, mache ich eine Entscheidung. All right? Einverfickten Reset, Jungs. Let's go. Und das mit dem Umgucken, ja, das ist immer so eine Sache, Bro, weil onstream will man halt immer... Weißt du? Ich will immer möglichst schnell alles durchballern. Versteht vielleicht der ein oder andere zu Hause nicht, aber... Ich will es halt möglichst immer in einem Stream durchknüppeln. Und dafür ist halt alles angucken halt nicht so geil, aber bei dem Game scheint es viel zu helfen. Also, machen wir es. Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, Mann. Wir müssen jetzt gehen. Das können Sie doch nicht machen. Sie... Warum schicken Sie keinen echten Menschen? Lass ihn, das geht nicht zu ihr! Ähm... Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. Die Männer sind auf der Stelle einsam bereit. Achso, okay. Ich wollte gerade sagen, müssen wir zuerst mit dem Käpt'n sprechen, aber anscheinend ein bisschen mehr. Nicht zu fassen. Viel geiler, wenn man alles beobachtet. Für dich persönlich halt nicht. Muss jeder für sich selbst wissen. Ich meine, bei dem Spiel macht es halt Sinn, aber normalerweise will ich nicht jedes Buch angucken, was da drin liegt. Oder jede Kleinigkeit. Okay, die Anfangssache mache ich alle genauso. Ich habe keine Ahnung. Nur wir untersuchen dann mehr. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Okay. Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Okay, 48% Monka X, Alter. So. Als erstes haben wir vorhin... Wir machen erstmal alles, was wir vorhin auch gemacht haben. Wir haben diese Waffe hier untersucht. Easy. Boah, das ist schon... Also von der Grafik her ist echt sexy, ne? Kann man nichts sagen. Ich meine, ich sage ja auch immer, Digga, Grafik ist nicht alles. Aber gerade bei Storygames, Digga, ist... Boah, ist so sexy, Mann. Das ist schon echt sexy gemacht, kann man nichts sagen. Gefällt mir mega gut, Jungs. Na, schon mal 2% mehr. Können wir uns hier noch irgendwie umschauen? Ich will möglichst nichts vergessen, Alter. Guck mal. Ich denke mal, hier haben wir alles. Oh, ist das Game von Sony selber? Durchsuche das Zimmer der Geisel. Ist das hier das Zimmer? Ach, guck mal, hier waren wir vorhin schon mal gar nicht drin. Das habe ich gar nicht gefunden erst. Jo, Black, danke für die 2, Mann. Streamen gestern war zu gut. Hoffe, heute wird genauso lustig. Bester Mann. Bro, danke, Mann. Ich hatte gestern auch übel viel Spaß. Ah, okay. Oh, lol. Ich wusste gar nicht, dass man hier so rüberwischen kann und so ein Scheiß bei dem Touchpad. Du bist Android auf der Fellen. Sag hi, Daniel. Hallo. Du bist mein bester Freund und so für immer. Wait, what the fuck? Der Android war ein guter Freund von dem Mädchen? Oh, das scheint wichtig gewesen zu sein. Das hat 6% gebracht, Jungs. Okay. Achso, wahrscheinlich war das der Haus Android und wie er schon meinte, das ist ein Fehler im System und jetzt wird er die umbringen oder so. Beziehungsweise jetzt wird er die selbst umbringen. Das Kind hörte keine Schüsse. Okay. Okay, okay. Okay, nice. Zimmer der Geisel haben wir fertig. Ist hier noch irgendwas? Ist das das Badezimmer oder was ist das? Jungs, ich finde Badezimmer sind, also wenn, wie soll ich es beschreiben? Ich finde Badezimmer kann man von allen Zimmern am besten einrichten, Junge. Es gibt nichts über ein geiles Badezimmer. Ein geiles Wohnzimmer ist auch nice, aber ein richtig geiles Badezimmer ist der Überschitt einfach. Wisst ihr, was ich meine? Macht das Sinn, was ich gerade gesagt habe? Also, vielleicht versteht ihr, was ich meine. Haben vor sie dir Fragezeichen, hä? Oh, shit. Warte mal, hier kommen wir her. Wir laufen gerade im Kreis. Okay, ich stelle die ganzen Opfer untersuchen und dann gehen wir zu ihm. Kann es 100% geben? Bei, äh, also Chance, dass ich ihn quasi, oder dass ich jetzt das Mädchen rette, 100%. Kann das funktionieren, also kann das passieren? Ja, kann. Holy shit, okay. Okay. Ähm, wo ist, was ist das vierte? Ich komme nicht drauf. Hier das vielleicht. Ah ja, okay, nice. So, dann das kurz rekonstruieren. Zack. Boah, das gefällt mir so gut. Das ist so mein, so mein Style, alter. Holy shit. Vater hielt etwas in der Hand. Okay. Aber wurde dann irgendwie umgeknüppelt. So, hier soll noch irgendwas sein, Jungs. Ah, was ist das? Was war denn das da hinten, Jungs? So ein iPad oder so? Ah, vielleicht ist da auch ein Videofile offen. Entsperren. Ja. Ja, da wollte er sich einen Sex-Android kaufen, alter. Der alte Fuckboy. Ja, 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 Daddy. Ja, ja, schön, schön, schön eine zum Durchknattern, alter. Ja, 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 ja. Oh, shit. Gebt mir Deckung, ich bin mir weg. Ich bin ja wohl. 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 Zauber sagt Daily King. Danke für eure Subs, Jungs. Vielen, vielen Dank, Mann. So. Okay, den Shit haben wir ja vorhin schon mal gemacht. Das sollte easy werden. So. Und ich glaube, da hat er noch irgendwo einen Einschuss, ne? Oder die Hand, war es die Hand? Ne, was war denn das letzte? Ah, hier hinten der, ne? Ne, auch nicht. Ah, die Hand, okay. Perfekt. So, rekonstruieren. Ich glaube, jetzt finden wir gleich die Waffe, ne? War das so? So, Geisel sah die Schießerei. Okay. Und jetzt verletzt er den Angreifer. Das heißt, er hatte eine Waffe. Die Waffe liegt da. Perfekt. So, dann nehmen wir auf entspannte Bruderbasis die Knarre mit. Sack. Okay, ich versuche mich mal wirklich bei diesem Story-Game wirklich anzustrengen. und versuchen, nicht zu choken, okay? Okay, wir haben 76 Prozent. Das ist eigentlich schon mal relativ nice. Ich glaube, wir müssen noch... Haben wir noch eine Geisel übersehen? Äh, eine Opfer übersehen, meine ich. Ich habe gerade diesen einen Officer hier nach hinten geschleppt. Wo ist denn der? Ich denke, wir haben alles. Oh, warte, warte, warte. Ah, er hat zwei, kann ich einfach drücken und dann sehe ich, wo ich hin muss. Okay, okay. Ich dachte, das ist nur für die Main-Seater. Okay, okay. Digga, verschieb deine Cam bitte. Man will ja mitlesen. Ähm, ha, ist immer schwierig. Wohin soll ich sie machen? Ich habe eigentlich das Gefühl, dass es hier ziemlich gut ist, wo sie gerade ist. Kann man hier mal den Herd ausmachen? WTF? Wait, what the fuck? Haben sie sich gerade bewegt, die Viecher? Digga, die haben bewegende Zeitschriften-Covers. What the fuck? Oben links. Äh, ja, okay. Nein, nein. Hups, warte mal. Chat, ihr geht mir unglaublich auf den Sack gerade, jo. Also wirklich insane geht mir gerade auf die Eier, Jungs. Ihr sagt, mach dis, ich mach es. Ihr sagt, es ist wack, ich mach es zurück. Ihr sagt wieder, es ist wack. Jungs. Ja? Ich mach die Scheiße wieder zurück, da wo sie war, okay? Und was hattet ihr einfach davon, wenn ihr einfach mal hart die Fresse hattet danach, okay? Nur so ein Vorschlag, Jungs. Unter, unter Freunden quasi. Okay? Korrekt. Jetzt hab ich wahrscheinlich wegen euch was übersehen, Jungs. Aber wenn wir jetzt choken, dann ist es hier hart euren Schuld, Jungs. Bleibt weg! Keinen Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte, nee! Los, los, los! Yo, Atze, Crank, danke für den Sub-Man. Ruffy, danke für die sieben Monate. Willkommen zurück. Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Oh, shit, die Leute, diejenigen, die Leute. Okay, wir haben 60%, Jungs. Ist nicht so gut. Warum haben wir auf einmal nur noch 60%? Ich werde dir nicht wehtun. Ich möchte nur reden. Und eine Lösung finden. Reden? Ich will nicht reden. Dafür ist es jetzt zu spät. Es ist zu spät. Bist du bewaffnet? Nein. Ich habe eine Waffe fallen lassen. Machen wir. Ganz langsam oder ich schieße. So, und weg damit mit der Pitofilie. So. Jetzt nicht mehr. Ich glaube, es ist egal, wie viel man erforscht. Man hat immer gleich viel Startprozent, oder? Oh, aber das hatte man nicht. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Das hatten wir vorher nicht. Pogchamp. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Und 79% Jungs, auf geht's. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Woy, dachte er, dass sie... Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Woy, WTF? Daniel, nein. Woy, WTF, Alter. Er verliert Blut. Wenn er nicht in dein Krankenhaus kommt, überlebt er das nicht. Alle Menschen sterben irgendwann. Was macht er schon, wenn der hier jetzt stirbt? Ich lege ihm einen Druckverband an. Fass sie nicht an. Oh, shit. Finger weg oder du stirbst. Okay. Okay. 85% Jungs. Sie wollten dich austauschen. Und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Oh, Jungs, Jungs, Jungs. Das ist etwas mit Deut. 95%? Aber ich war nur ein Spielzeug. Wenn er jetzt auch sagt, krach, bla bla bla, Helikopter, dann haben wir es. Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nicht als Wähler in deiner Software. Nein. Es ist nicht meine Schuld. Oh, oh. Ich wollte das nicht. Jungs. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nicht. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Okay, ja, der Helikopter kommt. Ich halte diesen Kraft nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Gar kein Problem. Easy. Komm, hau ab. Zuschauer, Ronny. Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Oh Gott, wir starken auf 99%. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. Er stabilisiert sich. Ich will nicht sterben. Er stabilisiert sich. Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. Oh, oh. Du hast mein Wort. Let's go. Ich vertraue dir. Erst mal hinschmeißen, Junge. Wow. Wow. Was für fucking 31er. Wow. Du hast gelogen, Connor. Du hast gelogen. Was geht mit seinem Herz, aber? Holy shit. Habt ihr sein Herz gesehen, Jus? Yo, Syntax und Mose. Danke für eure Stubs, Mann. Raffi, danke für die 7. Und White Tobi, danke für die 100. Schau, Mann. Ich bin für die 100. Ja. Vielen Dank. Ich bin wieder am Start. Okay. Kann man Sachen nochmal machen einfach? Oder ist das immer das quasi, was hätte passieren können? Also ich meine, wird das hier nur angezeigt, weil wir es schon quasi einmal gespielt haben? Oder wie läuft das? Hm, I know. Jo, Phil, danke für die 8-Bahn. Hast du dir jetzt schon die Männchen-Schuhe geholt? Äh, noch nicht. Aber ich schreibe gerade mit jemandem, der mir die verkauft. Das sind die Wege, die du machen könntest. Ja, ja, das ist mir bewusst. Aber ich meine, werden die nur angezeigt, wenn ich die schon mal gemacht habe, so wie vorhin? Oder wird mir immer, worst-case-Szenario, ein Weg oder so noch gezeigt? Also, wisst ihr, was ich möchte? Jo, Admiral Zero, danke für den Sub. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow. Klingt ja toll aus. Genauso einen brauchen wir. Wie viel soll der nochmal kosten? Im Moment gibt es die gesamte... Was wird hier geflüstert? Wer flüstert, lügt. Doch. Was im Haus anfällt. Malern, klempnen, gärtnern, preparieren. Erst mal den Lüftner wieder anmachen. Schaltet er in den Überwachungsfolos und dann wird den Notruf folgen Sie mir bitte. Wir machen alles fertig. Ich kann mich nicht bewegen, Jungs. Aber der Typ hier in der Mitte, der Asian-Roboter hier, der kostet nur 3.000 Euro. Das ist ein Schnapper. Da ist er. Oh Gott. Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Oh, wer sind wir? Verstehe. Wie auch immer. Er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt es einen Namen? Von meiner Tochter. AX400. Registriere deinen Namen. Kara. Oh mein Gott. Mein Name ist Kara. Oh, was the fuck. Who's that chick? Ähm. Hattet ihr Kara auch im Infounterricht, Jungs? Diesen Marienkäfer? Zum Kotz, nirg. Yo, Robby. Danke für den Sub, mate. Das war richtig geil. Mit den Steinen und den Kleeblättern und so. Junge, Junge, Junge. Scheiß Kara, Alter. Seit Monaten zapp ich rein und liest nie die Nachricht vor. Moos. Schöpfel vergab. War erst so fett eine Woche in Holland. Gönn dir mal bei freier Zeit. Äh, bei freier Zeit. Ich werde mir den Link heute nicht reinziehen. Sorry, Bro. Danke für die vier Monate. Bist du jetzt zufrieden, Bro? Bist du jetzt? Die Musik ist nice. Die Musik ist nice. Miese Zeit, wenn man alleine zu Hause ist und man nur 360p gucken kann. Oh, shit. Yo, FDL-Play. Danke für die Sub, man. Junge, ist das heute brutal Rahmen, Alter. Warte, Jungs. Gib mir kurz eine Millisekunde, okay? Danke. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. I'm sorry, chat. Yo, Zehn Krayt, danke für den Sub. Es tut mir leid, Jungs. Ich muss jetzt kurz richtig verscheißen gehen. Nicht Spaß. Nein. Geht zum Malerei-Bedarf. Ah, FK-Streamer, Rage. Doppelpunkt, Rage, Doppelpunkt. Bestes Emo, Jungs. Warum kann ich nicht sprinten? Holy moly, holy moly. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. 88 Meter. Okay. Hey, Wasser. Ich hab Hunger. Ähm, ja, mate. Ähm, was soll ich dagegen machen? Ich meine... Junge, chill. Chill. Hat der einfach gerade den Kaffeebächer vor seine Fresse gelegt? Du ehrenloses. Ich meine, das ist halt... Es ist halt ein Roboter, aber chill, Alter. Muss ja nicht gleich so frech sein. Meine Güte. Ah, warte, was? Warte, wir sind doch richtig, oder? Wir müssen da hin. Oh, chill. What's wrong? Entspann dich, Ronny. Junge, 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 Junge. Der hat überall auch Probleme, Alter. Äh, ich hab' gar nicht. Müssen wir einfach den Weg da lang gehen? Bin gerade ehrlich gesagt, ein bisschen verwirrt, wo wir genau hin müssen, aber ich glaube, wir müssen hier lang. Jo, das sieht gut aus. Guck mal da hinten, links, wahrscheinlich. Ah, hier, oder? Ja, perfekt. So. Die gravige Szene aus Szenen, ja, finde ich auch. Mega sexy. Es geht gar nicht mal um so genau die Grafik, sondern wie alles gemacht ist mit diesen... Ja, wie es halt gemacht ist einfach. Von der Art her. Nicht unbedingt jetzt... Weißt du, was ich meine? Jetzt nicht unbedingt, wie realistisch es aussieht, sondern diese ganzen... Futuristischen Sachen sehen so sick aus. Junge, er kann einfach so bezahlen? Holy shit. Verkauf abgeschlossen. Wofür zum Fick brauchen wir das? Nimm den Bus nach Hause. Herr Moin. Let's go. Oh, Jungs, ich hab nicht so viel geschlafen. Als ob der Verkäufer so sagt, Verkauf abgeschlossen. Ich glaube, der Verkäufer war auch ein Android, Bro. Aber kein Safe-Goal. Ja, und zu Ventex. Danke für den Sub, Bro. Sind wir hier richtig für die Bushaltestelle? Ah, die müssen noch weiter. Okay. Was macht ihr hier, Jungs? Was wollt ihr denn? Ma-oh-am. Ma-oh-am. Oh, shit, ey. Hä? Hey, Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Willst du ein paar aufs Maul oder was? Wow. Seht euch das Scheiß-Ding nur an. Guard unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen. Junge, Alter. Scheiß Rassisten, Alter. Wow. Bro, 5 gegen 1 ist so unfair, ihr kleinen Pussys, Alter. Lassen wir mich jetzt mal aufstehen und ich bumm's euch alle in den Arsch. Komm her. Gleich geht's ein paar aufs Maul, Alter. Du gehst nirgendwo hin. Wir nehmen dich jetzt auseinander. Mach das Ding fertig. Na los. Okay. Das reicht. Lass ihn in Ruhe. Erteilen wir ihm eine Lektion. Beschädigt ihr ihn, gibt es ein Bußgeld. Dein Job ist auch bald weg. Was du dann wohl sagst. Okay. Alter Maul. Ehrenmann-Polizist. Jo, Keren, danke für die vier. Willkommen zurück. Ich bin hier wegen dem Gameplay. Ah, okay. Danke, Keren. Nope. Der arme Domo, warum? Er steht da hinten. Er ist auch Backseat-Gamer wie ihr, Chef. Und rein. Flup. Oh, was du beleidigst. Digga, müssen die Androids im Bus hinten sitzen? Also so abgetrennt von den Menschen? Pass auf, Domo Cloud, auch noch deinen Job. Welchen Job, lol. Jo, Hobberino. Danke für die zwei Monate. Willkommen zurück. Markus hat den Bus genommen. Geil, Alter. Arschgealle Nummer. Endlich hat er es zugegeben, dass es kein Job ist. Jungs, es ist ein Job, okay? Es ist ein Job, Jungs. Ich bin schon seit, ich glaube, 8.30 Uhr oder so wach. Kill me. Du Armer. Na, Bro. Das wollte ich jetzt gar nicht hören, aber wir sind halt erst 2 Uhr oder 3 Uhr schlafen gegangen. Der haste, das ist real, Alter. Wir haben gestern, glaube ich, auch 10,5 Stunden gestreamt oder so. Junge, Junge. Der Grind Boys. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Verdammt, wo zum Teufel ist das Kör wieder hin? Richtig schöne Algiebude, Alter. Oh, da bist du. Da möchte man doch gerne wohnen. Das ist Alice. Kümmer dich um sie. Hausaufgaben, Baden, der ganze Mist. Kapiert? Ja, Todd. Fang hier unten an. Mach dann oben weiter. Okay. Dringende Aufgaben. Sammle Müll auf. Aber ganz ehrlich, Jungs. Versteht mich nicht falsch, ne? Aber um den Haushalt sauber zu machen, hätte ich jetzt nicht 70 Euro für ein Spiel ausgeben müssen. Ich meine, da hätte ich auch einfach mal in meine Küche gestern gehen können. Ach, immer das gleiche, ey. So ne Rotze. So, nehmen wir erstmal hier die China-Box weg. Zack. Zack. Und rein. Plopp. Ja, letztes Gang über die zwei Mal. Mieses Game. Ist wirklich mies bis jetzt. Also mies nice. Also mies im positiven Sinne. Ja, ja. Kann ich besorgen. Ja, ja. Ja, ja. Zu viel, zu viel Gras, Digga. Bring ich dem ab. Ja, gleiche Haut, also du weißt vor. Gut. Alle tot, ey. Habt ihr die 180-Drehung gesehen, Junge? Wuff. Boah, Tier. Junge, ey. Schönes Freihantel-Training hier mit den Müllsäcken gemacht. Auf, entspannt. Zack. Und raus. Hä? Wo ist denn jetzt die Mülltonne? Könnt ihr die Mülltonne sehen? Dann sagt jetzt Mülltonne. Swiper, nicht klauen. Jo, den Know-How. Dank für die elf Monate. Willkommen zurück. Vielen, vielen Dank, Mann. Ist schon nice gemacht, Alter. Kann man nix sagen. Dann gefällt mir gut, Mann. Das Game ist bis jetzt wirklich nice. Ich glaube, in den Bus können wir nicht gehen. Einfach abfahren, Alter. Einfach reinhauen. Nein, da warst du dich kurz nicht sicher, Alter. Mach ich's? Ah, vielleicht doch. WTF, Bro. WTF, Bro. Oh, da hab ich ja richtig Bock drauf. Boah, Junge. Heilige Scheiße. Was macht, was macht, Tor? Bro, WTF, Alter. Jo, Tim, danke für die 22 Monate. Oh, nice, Digga. Junge, sie kann einfach von der Ferne scannen, was in diesem komischen Ding kaputt ist. Und bestellt direkt über Amazon Prime. Übrigens, äh, kennt ihr schon Amazon Prime, Jungs? Bestellt sie direkt. Bestellt sie direkt, äh, die ganzen Komponenten, Junge. Heilige Scheiße. Jo, Entertainment LP. Danke für die 27, Brodi. Willkommen zurück, Mann. Wer lacht so? Ich hab richtig Spaß, Jungs. Ja, Todd? Bring mir ein kaltes Bier. Oh, nee. Oh, Mann. 13 Uhr, tolles Besoffen, Junge. Junge, Junge, Junge. Da war ich mich auch mal wieder nicht ganz sicher. Bitte ein Bit. Ach, Bruder, bitte nicht. Zack. Hier sieht es schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf, mich zu nerven. Danke, Todd. Sei doch nicht so freundlich. Guck mal ein bisschen Eishockey mit, Todd. Scheint ein arg spannendes Game zu sein. Dringende Aufgaben. Putze das, putze das Badezimmer. Ist das auch für oben oder ist das hier? Wahrscheinlich meint ihr das Badezimmer hier, oder? Ich würde sagen, wir machen einfach mal ausnahmsweise alle Aufgaben hier, Jungs. Ich weiß nicht, ob das unbedingt wichtig ist oder so, aber wir machen es einfach mal. Können wir mit der Alten reden? Das machen wir auch mal. Okay, ich denke, das ist jetzt nicht so interessant. Yo. Alter, das ist wie bei Snapchat, Jungs. Todesdope. Stell dich vor den Fernseher. Wait, warum? Geh aus dem Weg, verdammt nochmal! Tut mir leid, Todd. Kommt nicht wieder vor. Dringer. Kommt aber sowas von nochmal vor. Wait. Holy shit. Ich kann tatsächlich nicht nochmal vor den Fernseher gehen. What the fuck? Yo, Bier, die, Bier, die, Roger. Danke für den Sub-Main. Das ist aber hübsch. Wie heißt das? Die ist aber gesprächig. Die hat richtig Bock zu labern. Kara sieht aus wie meine Englischlehrerin. WTF. Ich meine, ist das jetzt positiv oder? Also, keine Ahnung. Ich habe Hass auf meine Englischlehrerin. Ganz ehrlich. Yo, Markus Ebi, danke für den Twitch Prime, Bro. Was geht ab, mate? Chat, kennt ihr schon Twitch Prime? Aha. Flankt der Dude eigentlich seinen Android? Ich frage nur so. Ja, Henke fragt für einen Freund. Oh fuck. Ich habe mich verdrückt. Yo, Trezalike. Danke für den Sub. Ja doch. Trezalike. Oh shit, what the fuck? Antidepressivum. Oh, what the fuck, man. What the fuck, man? Ich meine, wir sind in Amerika. Das ist normal. Kein Grund, um sich Sorgen zu machen, chat. Ich will den Voddy hier stehen, Alter. Junge, nice. Ah, das ist noch ein bisschen mehr. Okay. Flying Doom, danke für die 22. Ich bin neu hier. Bitte nicht. So, erstmal ein bisschen Assi-GV vorgucken, Jungs. Haben wir uns verdient. Okay, fucking Toggo. Vape. Bei einem UFO-361-Konzert, Jungs. Genau so sieht es da aus. Safe. Hundertprozentig, Alter. Zu viel, zu viel Gras, Dinger. Weitere 225.000 Jobs wurden im... Damn, son. Where'd you find this? Präsidentin Warren sprach heute bei der Eröffnung eines neuen Cyber-Life-Werkers. Yo, Destroy Blader. Was geht ab, man? Damn, son. Hey, yo, ich will nicht eindrisch privat werden. Aber was hält deine Freundin eigentlich vom Streamen, beziehungsweise deinem Job? Bro, ich will jetzt nicht zu privat werden, aber warum zum Weg steht Job in Scheiß-Anführungszeichen, hä? Warum? Ähm, keine Ahnung. Ich meine... Es kostet halt viel Zeit, ich meine, das ist halt... Nicht immer der übelst, niceste Shit, aber ich glaube, all in all versteht sie es halt, weil sie weiß, was mir super wichtig ist. Und ich glaube, man hat manchmal einfach keine Wahl und muss halt in einer Beziehung Kompromisse eingehen, oder? Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen. Es dauert nur zwei Minuten, ist das okay, Alice? Und was ist denn mit der Alten? Alice im Wunderland. Natürlich. Ich hätte die Kara ja auch gerne als Sexsklavin. Nils, alter. Bitte nicht. Nils, alleine die Vorstellung, dass du diesen Roboter hier bummst, ist schon zu viel einfach. Okay? Bitte verlass einfach meinen Chat, danke. Okay, du hast einen Dialog oder eine Aktion freigestalten, okay. Yo, God of Wars, danke für die drei, Mann. Mega gutes Game, das heißt, dass du so viele verschiedene Game stopst. Mach weiter so. Danke, Bro, freu mich zu hören. Ich bin ja auch ein Variety-Streamer, lol. Danke für die drei Monate, willkommen zurück. Machst du heute ein komplettes Playthrough? Ich weiß nicht ganz, wie lange wir hierfür brauchen werden, to be honest. Also, wenn es möglich ist, dann ja. Wenn es nicht möglich ist, machen wir es morgen weiter. Das ist auf jeden Fall immer ein gutes Gespräch mit der Alten. So, ich glaube, wir können runter, ne? Aber wir können auch das Badezimmer hier putzen eigentlich fix. Ich weiß nicht, ob das uns irgendwelche Vorteile bringt, aber wir machen es einfach mal. Ich konnte mit der nicht reden, mit dem Mädchen. Um was geht es in dem Spiel? Kann mir das jemand sagen? Wissen wir noch nicht genau, aber es geht darum, dass es halt Androiden gibt und manche Leute finden die Androiden halt scheiße. Also, wir sind quasi ein Roboter. Mehr wissen wir jetzt auch noch nicht. Warte mal, wir können hier noch schnell fix irgendwas putzen. Aber was soll denn hier noch... Ach, guck mal hier. Schön, wir müssen auch einmal drüber fahren. Und was macht ihr so am Samstag, Jungs? Nice. Okay, nice. Badezimmer ist fertig. Optimal. Gibt es noch was? Räume Todtszimmer auf. Was ist ein Todtszimmer? Das hier? Ehrlich gesagt, wisst ihr was? Okay, ich wollte gerade sagen, ich kann mir den Arsch lecken, aber... Ui, wir haben doch hier alles gemacht, oder? Lüfte das Zimmer, beseitige die Unordnung. Okay, dann machen wir das mal fix noch. Kevin, du kannst jetzt voller Stolz sein, dass du geputzt hast. Oder was hat sie gefunden? Scheint irgendwas Heftiges zu sein. Was ist denn ein Fick? Was ist denn ein Fick hat sie gerade gefunden, Alter? Okay, jetzt müssen wir mit Alice reden. Also, ihr meintet es in seine Pons? Ja, kann sein. Aber ich meine, wer holt sich in 2018 noch Magazinen, Jungs? Gott, gab uns das Internet. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Oh, Mutter scheint, glaube ich, nicht das Richtige zu sein, aber egal. Was ist mit deiner Mutter? Kommt sie bald heim? Ich glaube, sie ist tot. Was ist mit einem Fick? What the fuck? Yo, Abgriss, danke für die zwei Mann, wie er seinen Controller fingert umzuwischen. Ja, man. Ich meine... Oh, Jungs! Case Opening! Oh, Bless RNG ist ein Chair, Jungs. Das wird ein Messer. Das wird ein Messer, Jungs. Das wird ein Messer, Jungs, ich sag's euch. Dragon Lore. Ah, uff. Ah, nur ein Sticker. Fuck. Schade. Der sieht sicherlich sehr gut aus auf meiner AWP Graphite. Feels gut, man. Was haben wir hier noch? Familienpick. What the fuck? Bro, sind wir ein Vater aus von der KMN-Gang? Holy shit. Oh. Todd hat seine Frau geschlagen. Wait, what the fuck? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hä? Hab ich die Frau totgeschlagen? Oder hat Todd mich kaputt gemacht? Ich bin verwirrt. Ach, das soll ich sein und Todd hat mich also zerschlagen, oder wie? Ah, okay, Todd hat mich zerschlagen. Okay, okay. Sorry. Chat, manchmal. Okay, Jungs, chillt, okay? Manchmal arbeitet dieser Kopf nicht ganz so, wie er soll. Yo, Bluekill, danke für den Sub. Okay, also Todd hat mir den Arm abgerissen. Warum auch immer. Hey, ich schau zwar, die Streams sehr selten, aber muss trotzdem Resum. Danke für die 40 Monate, Bro. Was geht ab, Mann? Was machst du da? Und kein Problem. Ich, ich spiele. Solange der Stop reinkommt. Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Ist ja auch so. Na, scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was ich auch mache, jemand kommt mir nicht quer und versaut mir alles. Ich weiß, was du von mir denkst. Du hast mich. Du hast mich, oder? Sag es! Du hast mich! Gott, was mache ich denn? Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich habe dich doll lieb, glaub mir. Ich habe dich ganz doll lieb. Okay, okay. Also Todd ist ein bisschen auf Depressions unterwegs. Okay, es ist super weird bis jetzt. Super weird. Ich weiß nicht ganz, wie das läuft. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Story so aufgebaut ist, dass wir zwischen Charakteren immer hin und her wechseln. Aber keine Ahnung, ob es wirklich so ist. Bis jetzt war es immer so, dass wir abwechselnd... Wie hieß er gleich? Wie hieß er nochmal? War es Daniel? Nee, ne? Den, den wir getötet haben am Anfang war Daniel. Wie hieß er nochmal? Oh, Markus, oder? Oder Connor? Ja, Connor war es. Richtig. Ja, wir wechseln mal zwischen Connor und Kara anscheinend. Ich weiß nicht, ob es noch mehr als die zwei gibt, aber schauen wir mal. Lege das Paket ab. Ich öffne das Paket. Da habe ich den Salat. Da hilft kein Filbris. Dieses Ort riecht zu stark. Was haben wir hier hinten noch? Oh, das hier ist Markus. Also gibt es drei Charaktere. Okay, okay. Wait, what the fuck? Das ist ein Roboter-Vogel. Oh man, das ist irgendwie richtig cute. Nice. Okay, auf nach oben. Ja, Mortis, danke für die zwei, Mann. Feier deines Streams mega. Vor allem deine Story-Game-Streams. Danke, Bro. Willkommen zurück, Mann. Ich muss mir unbedingt gleich mal was zu trinken organisieren, Jungs. Was haben wir hier? Ach, so ein Rollstuhl-Ding. Okay, nice. Junge, was geht bei ihm, Alter? Auf Chilo erstmal ein Dino in der Wohnung hängen. Und eine Giraffe. Man kennt ihn. Klar, der Klassiker. Wie kommen wir da runter? Ich meine... Schauen wir mal. Oh, holy shit. Wecki Karl im Obergeschoss. Achso, okay. Junge, Junge. 14 Uhr und Karl schläft noch, ey. Der muss Influencer sein. Okay. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Okay. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Wo sind denn die Medikamente? Da nicht wahr, Markus? Jo, Mexikaner. Dank für den Sub. Danke, Bro. Der hat freshe Tads. Das war mal ein Soundcloud-Rapper, Jungs. Back in the day. Zeigen Sie mir einen Arm, bitte, Karl. Aber er hat keine Face-Tads. Also er war nicht überkrass. Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon etwas unangenehm. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Was ist mit dir passiert? Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Karl. Was für ein Haufen Idioten. Damn, son. Glauben die, der wird mich erst hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln. Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh, nein, nein. Sie haben mich nur geschubst, Karl. Mir geht's gut. Hallo, Karl, Alter. Karl scheint ein Gechillter du zu sein, Tobias. Jetzt ins Badezimmer. Karl ist ein Ehrenmann, ja, auf jeden. Ja, werde ich sagen, wo die 5. Ich glaube, ich kann für alle sprechen und sagen, wir haben dich vermisst, Domo. Papa, Domo in den Chat. Erst mal ausmachen, das Stück. Domo brauchen auch mal eine Pause. Jo, ManCity, danke für die 2 Monate, mate. Willkommen zurück, buddy. Keine Ahnung, was gerade abging, Jungs. Ich weiß es nicht. Okay, ich denke mal, dass wir jetzt erstmal alle Charaktere und Grundsituationen quasi gezeigt bekommen und dann geht die richtige Story erst in, weiß nicht, wahrscheinlich 15 Minuten oder so los. Schauen wir mal. Bring Karl zum Esstisch. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für Moderne Kunst. Der Direktor hat schon viermal angerufen und möchte wissen, ob sie kommen. Hm. Ich hab mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost ist schon beantwortet. Hm. Irgendwas von Leo? Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Und tschüss. Oh, meint ihr gerade was von Fanpost? Ah, wir wollten zum Essenskisch, ne? Ich hab Hunger. Ah, guck mal hier. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Markus. Gern geschehen. Nice. Ich glaub, das Wasser ist nicht mehr gut. Muss los, Bruder. Oh, Chad, bitte nicht, Alter. Bitte nicht. Wie kann denn Wasser nicht mehr gut sein? Keine Ahnung. Klingt ihr das nicht, wenn Wasser so abgestanden ist? Und dann so übel ruppig schmeckt? Keine Ahnung. Ich hab mal Wasser für, weiß ich nicht, einen Monat hier stehen gehabt. Und wollte es dann trinken, weil ich dachte, das ist Wasser. Das hat nach Klo-Wasser geschmeckt. Also, es war echt ruppig. Keine Ahnung. Ahnung. Tim, danke für die drei. Danke, Markus. Fernseher. Fernseher. Der russische Präsident betonte in einer Rede vor der Duma, dass die Arktis unumschlüsslich zu Russland gehört. Dein Gegner klärte letzte Nacht, der amerikanische Botschafter auf einer Krisensitzung der Vereinten Nationen erneut, dass die Vereinigten Staaten diese Annektierung unter keinen Umständen hinnehmen werden. Zahlreiche amerikanische Zerstörer sind bereits auf dem Weg in die Warenzee. Douglas Cornwell, der UN-Generalsekretär, warte auf einer Pressekonferenz einbringlich vor einem drohenden, verheerenden Dritten Weltkrieg. Er erinnerte Russland und die Vereinigten Staaten, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, bevor der Konflikt eskaliert. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Hm, klar. Hm? Okay, Karl. Kümmere dich um Karl. Olle Karl, Alter. Okay, such dir eine Beschäftigung. Machen wir hier hinten irgendwas. Junge, der Typ hat einfach eine scheiß Giraffe in seiner Wohnung. Alter, was geht bei ihm, Junge? Fernseher aus. Oih, was los? Menschen sind so deprimierend. Nichts als Gier, Dummheit und Gewalt. 5000 Jahre Zivilisation, um an diesem Punkt anzukommen. Aha, 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 aha. Okay, okay, okay. I feel you, bro. I feel you. Spin that shit, boom. Ja. Es ist ein spannender Tag hier, Jungs, im Hause von Karl. Oh, Mann. Ich glaube, Klavier... Oh, doch, kann ich, kann ich, kann ich. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Klavier spielen kann ich nicht, aber... Auf geht's. Yo, Killzone, danke für die 21 Monate. Willkommen zurück, vielen Dank, Mann. Mann, ich hab mir mal gestern schon alles bei Lyric geschaut. Wieso immer so spät, Kevin? Bro, chill. Gestern war einfach Freitag, Mann. Mh, machen wir was Rätselhaftes. Damn, son, where'd you find this? Junge, arfsgeil, Alter, arfsgeil. Kevin, du alter Virtuose. Hä, Bro, komm. Manchmal glaube ich, du bist menschlicher als die meisten Menschen. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Und selbst entscheiden, wer du sein möchtest. Und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Markus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Was hältst du so von Kohlensäure? Viel oder nix? Ich persönlich hasse diese Dazwischen-Scheiße. Wait, what? Kohlensäure? Ich bin verwirrt, Bro. Also ich finde Wasser mit Kohlensäure absolut scheiße. Aber an sich ist Kohlensäure nice. Aber ich raff's gerade nicht, Bro. Achso, du meinst, wegen vier oder nix, ob ich jetzt... Achso, ja, gar nichts. Also ich finde Wasser ohne Kohlensäure am besten. Aber ich trinke allgemein nicht so gerne Wasser. Weil dann mein Mund immer so trocken wird. Ich weiß, das klingt dumm, aber... Oder mein Hals oder so wird dann immer mega komisch so. Ich weiß nicht. Ich kann's nicht beschreiben, Alter. Aber wenn Wasser, dann auf jeden Fall still, Digga. Weil Kohlensäure geht gar nicht. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Oh, ist ja... Er scheint ein Künstler zu sein, oder so, ne? Ich denke mal, das ist ein... Wahrscheinlich irgendwas... Oh, er ist der Typ von Art Attack, Jungs. Der diese großen Bilder macht, wisst ihr? Holy shit. Das ist Henke. Oh, Mann, ey. Zack, 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 zack. Putzt das Studio. Okay. Warum besteht dieses ganze Game ever aus? Putzen, what the fall? Was ist gerade passiert? Ich hab nicht hingeguckt. Sorry, ich muss kurz was klären, Jungs. Also, was hältst du davon, Markus? Joa. Ich bin nicht auf Kritik programmiert. Ich... Keine Meinung. Ich kann das viel besser beurteilen als ich. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Ich muss was klären. Das ist wichtig. Ich chill. Versuch, was zu malen. Oh, boy. Oh, boy. Was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Oh, Jungs, Alter. Jetzt geht's ab. Oh, God, Jungs. Dann packen wir mal den Bob Ross aus, Alter. Auf geht's. Finde ein Motiv zum Malen. Können wir alle Ronny malen? Also hier, alle Karl. Wir kopieren einfach seins. Easy. Easy. Warum hat denn er so lange gebraucht, Alter? Heilige Scheiße. Steuerung C, Steuerung V, Alter. Easy. Und das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserungen. Deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. So, Jungs. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Chat, chill. Das ist wichtig. Auf etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich. Auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Jetzt mal da was so fetten XD einfach dahin. Einfach so zack, 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 zack. Flop. 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 Oh mein Gott. Hey, Dad. Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wohl auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauche Kohle, Dad. Oh boy. Schon wieder? Go, Digga. Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüge mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Leo ist drauf, Alter. Oh nein. Was? Warum? Du fucking Truck Edict. Ja, ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dig, was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsam? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine. Leo, das reicht jetzt. Leo, come the fuck down, Alter. Es reicht. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Leo, chill, Alter. Jesus, fuck. Jesus, fuck. Und du hast mich nie geliebt, ich will. Zeig ich mir nicht. Tschüss. Opportunities haben wir hier. Und ich finde, dass die 15 Minuten doch einfach chill sind, okay? Tschöldjung. Danke, Mann. Mika, danke für die 100 Bits, Bro. Was geht da, Mann? Warte, jetzt sehen wir wieder Conor, oder? Das ist Conor, glaube ich. Okay, also bis jetzt gibt es drei Charaktere. Scannen die Gesichter, okay? Scheiße, ich dachte, Androiden dürfen hier nicht rein. Junge, warum schieben denn alle so einen übelsten Hass auf die Androiden? Ich check's nicht. Wie, 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 wie scanne ich denn die Gesichter, Alter? Geh mir erst mal den Scheißen, Jungs. Ah, hier wird direkt schon wieder das Gender-Istium. Hm, nice Klobürste. Was steht da? Ban Androids. Bro, alle schieben den übelsten Hass, Junge. Heilige Scheiße. What the fuck? Warte, hier steht R2-Scan. Achso, ah, okay. Negativ. Negativ. Wir suchen diesen LT Anderson, oder wie er heißt, ne? Jonah Graham. Okay, 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 okay. Was mit ihm hier? Er ist es auch nicht, vielleicht der Barmann? Oder er da hinten vielleicht? Ah, alle Dennis. Da ist er. Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Zeit lang. Ach so, LT steht für Leutnant. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich... Ihr habt es natürlich gewusst, Alter. Richtig, Chad? Natürlich, natürlich. Ich hatte Glück, das ist erst die fünfte Bar. Jo, Phoenix, danke für den Sub, Mann. Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein Cyberlife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Na, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht für so einen kleinen Plastik-Arschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von dir hier. Ehre Mann. Bitte, hören Sie jetzt auf zu trinken und kommen Sie mit mir mit. Das würde uns beiden die Sache erleichtern. Verzeihung, Lieutenant, ich muss darauf bestehen. Meine Anweisungen verlangen, dass ich sie begleite. Weißt du, wo du dir die Anweisungen hinstecken kannst? Wohin? Kurz mal nachgefragt. Oh mein Gott. Komm. Wissen Sie was? Ich spendiere ihn ein für unterwegs. Was sagen Sie? Barkeeper? Doch mal das gleiche, bitte. Siehst du das Gymwunder der Technik? Mach ihn doppelt. Junge, Junge. Man gibt ihm den kleinen Ficker, aber der nimmt gleich die ganze Hand, Alter. Meine Fresse, ey. Ich glaube, der Typ hat auch seinen Rasierer verlegt, Jungs. Der könnte sich auch mal wieder shaven, Alter. Und so ein Friseur könnte auch mal wieder gehen. Meine Güte, ey. Ich wollte ihm zu sagen, mitkommen. Du wartest hier. Dauert nie lang. Ganz wie Sie wollen, Lieutenant. Ganz wie Sie wollen, Lieutenant. Scheiß, ganz wie ich will. Joss Douglas für Kanal 16. Können Sie bestätigen, dass das Mord war? Ich bestätige hier gar nichts. Das Thema mit dem Friseur hatten wir bei Kevin lange genug. Ah, bro. I don't know, man. Warte, ob ich nicht rein? Meine Güten haben hier keinen Zutritt. Wer gehört zu mir? Welcher von Rad und Auto hast du nie verstanden? Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht den Weg. Kapiert? Verstanden. Guten Abend, Hank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So. Du hast jetzt einen Androiden, hm? So, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Da fliegt ein Dorito, Romeo. Holy shit. Oh, Himmel, dieser Gestank war noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Junge, Montes Streamerzimmer. Oh, Mann, ey. Mein neues Gaming-Zimmer, Roomtour. Seine Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Puh, bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssten. Morgen früh hätte er auch gereicht. Ich schätze, er liegt schon knapp drei Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle... Keine Fingerabdrücke. Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nacht... Pau, Alter. Junge, hat sich deine Mutter nicht beigebracht? Nicht alles essen, was auf dem Boden? Wollen wissen, dass er einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Ich brauche mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. Also höchstwahrscheinlich wurde er gekillt durch den Android, Alter. I don't know, man. Mhm, 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 mhm. Okay, okay. Hallo, Ronny. Mach mal Platz, bitte. Danke. Danke. Hey, ich bin gerade gekommen. Ist das der Anfang des Games? Äh, ja, relativ, ja. Zeichen eines Kampfes. Okay, also anscheinend hat er irgendwie gegen seinen Android gekämpft. Worum geht's in dem Game? Ich seh's zum ersten Mal. Es ist ein Story-Game, Bro. Ähm, und es geht anscheinend darum, dass... Es halt so Roboter gibt, so Androiden. Und, äh, viele Menschen hassen diese Androiden aus verschiedenen Gründen. Manche, weil sie Jobs wegnehmen. Manche, weil sie denken, dass sie böse werden. Und, ähm, ja. Was die genaue Story ist, weiß ich nicht, Bro. Wir sind genau am Anfang gerade. Abweichler wurde angegriffen. Emotionaler Schock. Okay, also... Der Android war anscheinend wieder mal verbuggt oder so. So wie auch schon am Anfang. Okay, mega komisch, Alter. Was haben wir noch? Was ist das hier? Achso, das hatten wir schon. Sex mit Androiden ist besser. Sorry, Ladies, aber es geht nichts über Plastik. Warte mal ganz kurz. Da muss ich da mal reinschauen. 52% der Männer gaben an, dass sie die Erfahrung mindestens einmal ausprobiert haben. Offenbar liegt eine Menge Androiden-Liebe in der Luft. Aha, okay. What the fuck? Okay, also die Leute haben anscheinend wirklich, äh... Abgesehen von den Leuten, die ihre Androiden bumsen... ...haben, äh... ...haben echt viele Leute einen Mega-Hass aus, die Dinger. Holy shit. Warte mal, ich könnte hier irgendwas machen, aber ich weiß nicht was. Okay, da ist ein Blut dran. Was ist hier noch? Wie ich in den Raum hier gehe? Oh, nice. Oh, nice. Kann man das Game als Nicht-Streamer schon daddeln? Ja, auf jeden Fall, Bro. Das ist seit heute oder seit gestern draußen. Kostet, glaube ich, 60 Euro oder 70 Euro. Und das glaube ich, Playstation only. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren, außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein, auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. So, Beweisstücke überprüfen. Also, wir brauchen noch mehr Beweisstücke. Leider nur PS4 only, habe nur PC. Ja, Bro, I fear you, mate. Ich habe mehr extra für so Story-Games in der Playstation zugelegt, mate. Wird erledigt, Lieutenant. Ich meine, I don't know. 70 Euro für ein paar Gigabyte an Game. Naja, aber ich weiß nicht, bei so einem Story-Game kann ich schon irgendwo ein bisschen nachvollziehen. Ich meine, das ist halt so eine Art Kinofilm. Nur, dass es noch viel länger ist. Hey, Mike, bist du fertig mit den Proben? Ja, das war's. Ja, aufwendiger jetzt nicht unbedingt, aber... Ich glaube, Story-Games sind von allen Games, die am längsten brauchen in der Entwicklung, würde ich jetzt vom Gefühl her sagen. Weil, du brauchst halt jemanden, der die Story schreibt. Und es muss halt mega viel designt werden. Weißt du, wie ich meine? Und gerade bei so einem Games legen halt die Leute viel Wert auf Grafik. Also, dementsprechend muss halt auch hier die Grafik sehr schön sein. Und die Gesichter müssen gut animiert sein und so ein Scheiß. Und dann gibt es halt auch mega viele Sachen, die zum Beispiel synchronisiert werden müssen in verschiedenen Sprachen und so. Weißt du? Also, ich... Ich kann da die 70 Euro schon irgendwo nachvollziehen, muss ich zugeben. Und ich glaube, dann kommt noch dazu so ein Game wie Call of Duty oder sowas. Das verkauft sich halt, weißt du? Weil, wenn du es guckst, dann findest du es vielleicht nice. Aber du willst es auch selber spielen. Wenn du ein Story-Game bei jemandem schon gesehen hast, bei einem Streamer zum Beispiel, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es dir selber auch nochmal holst und zockst, ich glaube, eher gering. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das ist auch vielleicht ein Grund, warum es so teuer ist. Weil es halt auch einfach mal Games sind, die man mal easy zu zweit oder zu dritt zockt. You feel me? Opfer wurde erschlochen. Okay. Oh, warte, ich kann noch was machen. Fuck. Leute, was ist das für ein nice Spiel? Ja, wir können quasi eine Leiche scannen und dann nachvollziehen, was passiert ist. Sie kamen aus der Küche raus. Ja, gut, okay. Das ist ziemlich nice. Er hat Stechwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn, abgesehen. Jo, Johnny, danke für die 10 Monate, bro. Willkommen zurück, mate. Okay, wir müssen noch drei so eine Sachen untersuchen. Was haben wir hier? Ist aber bei fast jedem AAA-Titel so. COD kostet am Anfang ja auch 50 Euro und ist der letzte Rotz. Ich verstehe jetzt gerade nicht, was du meinst, mate. Ich meine die jetzt so von wegen, guck mal, bei COD zahlst du vielleicht 50 Euro oder so. Aber wenn du halt COD-Fan bist, dann hast du halt mehrere hundert Stunden, wenn nicht sogar tausend Stunden Spaß da dran. Ein Story-Game ist halt maximal 20 Stunden Fun und dann ist es halt durch. Und ich meine, es gibt nur selten Leute, die wirklich ein Story-Game zwei- oder dreimal spielen. Also ich für meinen Teil würde zum Beispiel das nie tun. Ich kann auch Filme nicht zweimal sehen oder... Ja, gut. Also es gibt Ausnahmen, aber die meisten Filme würde ich jetzt nicht zweimal gucken. Ich überlege gerade, was wir noch untersuchen können, Alter. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben alles schon. Draußen war doch nichts mehr, oder? Nee, draußen können wir nicht. Okay. Yo, klauen uns. Was geht ab, bro? Vielleicht müssen wir in der Küche noch was untersuchen. Ich weiß nicht. Vielleicht haben wir hier was untersucht. Äh, vergessen meine ich. Oder hier hinten vielleicht? Guck mal, hier ist glaube ich noch ein Raum, wo wir noch nicht waren. Oh ja, das sieht gut aus. Boop. What the fuck? Religiöse Opfergabe? VTF, Alter. Chat, was für Dill, du Dinger. Das ist ne... Ah, Jungs, bitte nicht. Einen Beweisgegenstand brauchen wir noch. Die Frage ist nur... Jemand meinte gerade, was für ein Fenster, aber... Oh, warte, vielleicht da? Meint ihr das da mit Fenstern? Nee. Hier in der Küche ist auf jeden Fall nichts. Das Heft haben wir schon angeguckt. Da hinten ist noch irgendwas. Schauen wir mal da. Ah, warte mal. Das Bett haben wir noch nicht untersucht anscheinend. Wait, hä? Müssten wir einfach mit Ronald McDonald hier sprechen? Nee. Oder doch? Der Türrahmen. Nee, nee, nee. Den Türrahmen hab ich schon untersucht, Jungs. Warte mal. Warte mal. Kann sein, dass ich den noch nicht untersucht hab. Aber das sind doch safe wieder nur Blutspuren, oder? Oder zählt das als Beweisgegenstand? Ach, okay, das zählt als Beweisgegenstand. Okay, ich dachte, es waren keine. Okay, my bad. Okay, dann sind wir jetzt fertig. Was soll wir jetzt machen? Okay, wir sollen ihm jetzt Bericht erstatten. Lieutenant, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz... Ja, aber Ryshawks, danke für die 14 Monate, Mann. In der Küche. In der Küche. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit dem Schläger, ne? Mit dem Schläger. Oh Gott, ich hab's wirklich genau gemerkt, Alter. Ich hoffe, ich mach's richtig, Jungs. Das warst du den Beweis. Weitermachen. Der Android stach auf das Opfer ein. Das Opfer stach auf den Androiden ein. Der Android warf den Stuhl. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Nein, das würde ich nicht sagen. Die Beweise sagen etwas anderes. Der Android stach auf das Opfer ein. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen. Ja. Und was geschah dann? Das Opfer floh dann. Ins Wohnzimmer, richtig? Ins Wohnzimmer. Jungs, was für Papa F. Chillt eure Tannis, Alter. Jesus, fuck. Ich weiß, Jungs, ihr habt alle ein fotogramisches Gedächtnis zu Hause, Jungs, und habt euch jeden Millimeter direkt abgespeichert. Der Android tötete das Opfer. Aber ich halt nicht. Äh, ich... Boah, ich glaube ohne eine Waffe. Aber kein... Kein Safecord. Nein, das ergibt keinen Sinn. Halt dich einfach an die... Ah, nee, mit dem Messer, mit dem Messer. Das lag ja da, stimmt. Mit dem Messer. Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig aufwägig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Therium. Er verlor was? Therium. Sie nennen es Blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Klar. Suche nach blauen Blutspuren. Also wir sollen einfach nach hier hinten mal rohren. Wahrscheinlich wieder ins Bad, Alter. Okay, der ist hier nochmal ins Badezimmer gewohnt. Okay, ich denke mal, wir sollen jetzt nach draußen gehen hier. Yo, äh, Combat? Danke für die zwei Monate, Bro. Willkommen zurück, Mann. Meinung zu Black Ops 4. Äh, ich bin tatsächlich ziemlich gehypt drauf, muss ich sagen. Dieser Battle Royale-Modus sieht ziemlich sick aus und Zombies ist, glaube ich, auch ganz nice. Der Multiplayer juckt mich absolut gar nicht. Weil, äh, keine Ahnung. Das finde ich halt boring. Oh, was haben wir hier? Leiter wurde benutzt. Wait, das hat er gesehen? Betro, ja, ist auch Multiplayer. Ja, Jungs, ihr wisst, was ich meine halt. Die sind normalen Multiplayer. Finde etwas zum Klettern. Hatten wir hier irgendwas zum Klettern? Einen Stuhl vielleicht? Können wir den Stuhl nehmen? Oh ja, ich glaube, der Stuhl geht, oder? Perfekt. Hey, 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 was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Oh, dann überprüf mal schön. Kevin Olle meinte, der Ehrebruder hostet dich gerade. Achso, macht er immer, wenn er nicht online ist. Er hat so eine Liste von Leuten, das nennt man Autohost. Ich hoste auch immer bestimmte Leute. Ich hoste immer Veni oder Basti oder so. Oder Henke, je nachdem, wer online ist. Ich glaube, sogar Henke ist meine Nummer 1, nur Homo. Oder Basti, einer von den beiden. Und bei Mon ist das halt auch so. Mon hat halt 5 Leute in seiner Autohostliste. Und wenn ich dann halt an der Reihe dran bin, dann hostet er mich automatisch. Also ist eigentlich so wie jeden Tag, wenn er nicht online ist. Okay, wir laufen einfach mal hier weiter, Jungs. Keine Ahnung, Alter. Es müsste ja eigentlich heißen, dass der Android- Oh, shit! Dass der Android-Boy noch hier ist. Oh, shit! Oh, shit! Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrate mich nicht. Digga, hier sägt jemand irgendwas. What the fuck? Was ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant. Ach du Scheiße. Chris, Ben, schwingt sofort eure Asche hier rein. Na los. Okay, 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 okay. Gut, Jungs, ich habe hier ganz, ganz fix was zu trinken. Wenn ihr euch auch irgendwie schnell was zu trinken holen wollt oder so oder was zu essen, dann holt euch schnell was. Irgendwie ist hier gerade mies am Segen, Alter. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt überhaupt, aber holy shit. Es ist übel laut. Yo, Beast Breaker. Danke für die drei, Mann. Drei Monate schon in Folge Twitch Prime Abo. Mann, Mann, Mann. Das muss was heißen, wie behindert ich bin. Kappa. Hab dein ARL-Video auf YouTube gefeuert, du kleiner Bierpong-Hassler. Ah, Bro, man kennt ihn, Alter. Bin gleich wieder da, Jungs. Bin gleich überten, Alter. Oh, brah. Bin gleich überten, Alter. Wie. Was. Wenn. Du vault. Da. Du imagination. Ich. Wie. WieЯ. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. All right, boys. Oh, it's poppin'. Jungs, heute ist one of these days. Let's go. Mates, das ist der beste Orangensaft, den es gibt. Hands down. All right, nice. Warte geht's. So, geil, der Typ mit der Säge fängt wieder an, awesome. Hammer Sache. Mega, mega nice, Alter. Essen ist fertig. Ja, 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 ich komme. Chat. Oh, Jungs, Mates. Ohne Spaß. Ihr merkt doch gerade, dass es bei mir ein bisschen chaotisch ist, dass ich die ein oder andere Sachen nebenbei klären muss. Bro, warum müsst ihr mich jetzt abfacken? Chillt doch einfach. Seid doch einfach mal Ehre, Männer. Okay. Okay. Danke, Mann. Jetzt kommt auch noch der Typ mit der Säge, Alter. Ich werde nicht mehr, Junge. Es war nicht viel in der Küche. Ich werde nicht mehr mit der Runde, Jungs. Arschgeil, oder? Scheide das Licht an, okay? Okay, 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 okay. Kein Problem. Wird gemacht, wird gemacht. Bediene Alice und Todd. Was brauchst du denn, Jungs? Schon lustig. Mein Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Artoiden. WTF, Alter. Was für ein Witz. Warum hat denn das nicht von der anderen Hand funktioniert? Ja, um sie, was gedacht, Mann. Artoiden sind ja so scheiß grausartig. Genderst du bitte? Hier sind bestimmt auch Frauen. Es tut mir leid. Jungs und Mädchen, danke für euer Verständnis. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Was glotzt das Haar? Was ist dein scheiß Problem? Chill, Adam. Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, es ist einfacher? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist. Hör auf mit den Drogen-Taten. Manchmal machst du mir echt Angst, dort. Die scheiß schlampel ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Ohr hat mich wegen einem beschissenen Buch. Oh, shit. Das ist alles deine Schuld. Das ist alles deine Schuld. Das ist alles deine Schuld. What the fuck? Bro, holy shit. Tattoo-Buffer, Alter. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder es ist jetzt was wie letztes Mal. Was passiert jetzt? Versuche ich, den Befehl zu widersprechen und das funktioniert nicht, oder was? Ah, ja, ich glaube schon. Hm? Wait, what the fuck? Oh, ja, okay, okay. Ja, wir haben jetzt die Programmierung durchbrochen. Okay, holy shit. Boah, ich weiß nicht, was wir jetzt hier machen sollten. Überzeugen wir ihn, oder? Ich glaube, den Typen kann man ehrlich gesagt nicht mehr überzeugen. Also, fuck this shit. Gehen wir hoch zum Mädchen, Alter. Let's get it. Die war hier hinten rechts, ne? Hier war es, glaube ich. Oh nein, er kommt. Er wird mir wehtun. Lauf! Lauf weg! Oder er macht dich kaputt, wie letztes Mal! Alright, Jungs, let's go. Ich hoffe, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Du kommst mit mir. Oh, shit. Nein, da war eine Waffe? Oh nein, shit. Ich weiß nicht, ob ich nochmal zurückgehen kann. Ich glaube, es ist zu spät dafür. Ich glaube, es ist alles ihre Scheiß-Schuld. Monka X. Okay. 300 IQ. Outsmarted, Jungs. Gottschafatzer! Lauf. Tür öffnen. Nein, 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 nein. Jetzt schau nicht rein. Komm schon, Kara. Nein! Ich hatte so eine Millisekunde Zeit. Holy shit. Oh, Gott, schmerzt er 5.000. Oh, shit, gib ihm, Alter. Bitte hör auf! Stopp! Alter, das ist übelst. Das ist übelst. Das ist übelst. Das ist übelst. Gerade zum Beispiel hab ich L1, L1 und L1 noch. Dann drückt er gerade so einen Kreis. Und dann, holy shit. Oh, wir haben es geschafft, oder? Nice, let's go! Dann hast du kurz mal All-Off-Meister, Buf-Meister. Zeit. Und immer. Eben. Das ist der Fall, das ist der Fall! Ich muss los Bruder, ich muss los. Und schnell vor dem Bus rein, ja Moin. Nice, easy. Yo, One Child Monkey, was geht ab, Bro? Da hängt für die zwei Monate. Ich hab vom gestrigen Gym so hart Muskelkater, Alter. Holy shit. Nice, man. Nice, man, Jungs. Yo, Dessi, denkst du was? Danke für die vier Monate, Bro. Willkommen zurück. Vielen Dank, man. Ich frage mich immer bei jedem Kapitel oder bei jedem, naja, bei jeder Szene oder wie man das nennen soll, was da hätte noch passieren können, so. Was hätte hier noch passieren können? Wahrscheinlich hätten wir hier auch sterben können. Also Cara, der Roboter. Die letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mach ich bloß hier? Ich hasse Cocktail-Partys. Und all diese Schwätzer, die dort hingehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ah, ja, ja, denen ist ganz doch völlig egal. Das ist die Dank für den Zap. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen kann. Was soll's, lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Erstmal ihn reinsaufen, Junge. Scotch, ohne Eiswürfel. Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt seid. Das ging so ungeil. Ja, na der kann mich doch mal. Ich bin halt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Watchful Eagle. Hast du im Studio das Lachen gelassen? Na, danke für den... Für den Zap. Nein, ganz bestimmt nicht. Ruf die Polizei. Äh, was ist bis jetzt scheiße? Im einen Sekunden hier gut. Hier ist Karl Manfreds Android, 89 41. Oh, licht das an, okay. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Oh boy. Wetten der Sohn? Finden wir, wenn es nicht der Sohn ist. Leo. Ah, sieh mal an. Vaters Plastik-Spielzeug. Leo. Was ist hier los? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass sie nicht an. Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Markus, er soll da weg. Schaff ihn sofort hier raus. Kleiner Bastard, alter. Leo, warte ganz kurz. Ich erst eben meine Melone auf. Und danach schlagen wir uns. Gehen wir kurz. Eine Sekunde. Oh, oh. Markus, schaff ihn raus. Jetzt wird ein Arsch versohlt. Mmh. Argumentieren läuft. Das hier bringt dir doch nichts. Du schickst mich immer bloß weg. Ja, der ist ja nicht nur wirklich weggewalt. Warum denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheiß Ding. Das reicht jetzt raus hier. Sofort. Na los. Okay. Na los, geh! Na los, geh! Na los, zeig was du kannst. 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 Ja, die Abgang gemacht. Zack, muss los. Markus, du darfst dich nicht wehren, verstanden? Reagier einfach nicht. Los, schlag mich, worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon. Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf Leo! Hör auf! Machst dich zu wehren, du blöder Arsch! Okay, er muss jetzt die Bitch sein, ne? Ja, ich muss es machen. Oh, shit. It happens. It happens. Wir haben die Programmierung durchbrochen. Jetzt gibt's Paus' Maul, Alter. Oh, stimmt, hier. Ganz vergessen. Du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen-Prästig. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werd dich zerstören. Das wird keinen interessieren. Weißt du warum? Weil du nichts bist. Verstehst du? Du bist nichts. Nee, ich weiß nicht, ob wir Stoßen machen sollten. Karl, nein! Ich glaube, es war schon richtig, was wir gemacht haben, Jungs. Nein, Karl, nein! Menschen sind schwache Maschinen. Nein, Bro! Karl war überfresh, der coolste bisher. Okay, halten Sie durch. Nicht sterben! Denk dran, Markus. Lass dir von keinem sagen, wer du zu sein hast. Das ist deine Schuld. Ohne dich wär das nie passiert. Der Android. Das war der Android. Bastard. Yo, was? Leo, du Stück Scheiße, Alter. Als ob die direkt knallen dann. Yo, ist WTF, Alter. Junge, ist ja wie mit den... Das kann ich nicht aus dem Sagen. Das wär zu assistisch. Ich wollte kurz hier ein Klischee von amerikanischen Polizisten aufgreifen, aber ich glaube, wir machen einfach weiter. Yo, exo-pad-official und Gamer Dominik und Julian. Danke für eure Saps, Mann. Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gottverdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Darauf erstmal noch ein Stück Melone, Jungs. Prost. Wir verschönen unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Meint ihr, wenn ich ihn geboxt hätte, also gestoßen hätte, dass der Mann überlebt hätte, der Opa? Damn, son, where'd you find this? To be honest, glaube ich nicht. Ich glaube, das war was, was so oder so passiert wäre. Könnten ihm ja ein bisschen Druck machen? Es ist doch so. Oh, meint ihr schon? Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Kann sein. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Sag noch was, geht ab. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Ist Markus jetzt tot? Naja, Androiden können halt neu so, also quasi neu hergestellt werden und mit derselben Software irgendwie, weißt du, wie ich meine? Bespielt werden irgendwie. Also, ja, ich glaube schon, dass der Markus down ist jetzt. Er hat, glaube ich, einen aggressiven One-Tap bekommen. Aber wir wissen es nicht. Vielleicht lebt er auch noch. Vielleicht hat er auch nur, weiß ich nicht. Vielleicht hat er nur, ich meine, ihr wisst ja, wie es ist, Mann. Vielleicht hat er nur einen 70er-Headshot gekriegt und hat so noch 100 Schildi und weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht hat er vorher einen Jiggity-Jiggity getrunken. Who knows, Bro. I don't know. Vielleicht lebt er noch. Was ist hier an dem Ohr? Achso. KKK. Stresslevel 35%. Erreiche das optimale Stresslevel. Ja, aber warte mal. Also, wenig Stress, oder? Oder wollen wir viel Stress? Ich sehe eine Instabilität in deinem Programm. Sie kann ein ungutes Gefühl auslösen. Wahrscheinlich viel Stress. Wie Angst bei Menschen. Mein Name ist Connor. Das ist mit dir. Wie ist dein Name? Das ist kein Problem, mein Jungs. Hör mal. Jetzt hab ich's. Ich weiß, dass du viel durchgemacht hast. Aber ich möchte gerne verstehen, was passiert ist. Danke für den Twitch Prime. Du scheinst die Situation nicht zu begreifen. Du hast einen Menschen getötet. Sie werden dich demontieren, wenn du keine Aussage machst. Wenn du nicht redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein! Nein, bitte du das nicht! Was? Was? Was werden sie mit mir machen? Sponsor bei Nike, Jungs. Sie zerstören mich, oder? Sie werden dich demontieren für eine Analyse deiner Biokomponenten. Anders können sie nicht herausfinden, was genau passiert ist. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Da war er anscheinend auf ein paar Webseiten, die er nicht weitersagen will. Ich rede mit mir. Mhm. Easy, das wird sein, Bro. Ich? Ich kann nicht. Okay. BTF. Boah. Gar keine Ahnung. Ehrlich gesagt würde ich ihn lieber unter Druck setzen oder überzeugen, aber... Hm. Ich denke, Druck ist das Beste. Batzen. 28 Stichwunden. Du wolltest wohl ganz sicher gehen, was? Hast du Wut verspürt? Hass? Er hat geblutet. Er hat um Gnade gefläht. Doch du hast zugestochen. Wieder und wieder und wieder. Stresslevel, Jungs. Ich weiß, du hast ihn getötet. Warum sagst du es nicht? Bitte? Sag einfach, ich habe ihn getötet. Ist das denn so schwierig? Sag, dass du ihn getötet hast. Sag es einfach! Hm. Er quälte mich jeden Tag. Ich tat alles, was er wollte, aber... ...irgendwas war immer falsch. Und eines Tages... ...schlug er mich dann mit einem Baseballschläger. What the fuck? ...klingt für mich plausibel hier. Also stach ich ihn noch mal. Und noch mal. Bis er zusammenbrach. Alles war voller Blut. RA9. Das stand an der Badezimmerwand. Was soll das bedeuten? Der Tag gekommen, an dem wir keine Sklaven mehr sind. Falle 9. Ohne Drohungen. Ohne Demütigungen. Wir werden die Meister sein. Wieso hast du ich, Lebe, an die Wand geschrieben? Er sagte immer, ich sei an nichts. Nichts weiter als ein Stück Plastik. Ich musste es schreiben, weil er Unrecht hatte. Okay. Die Skulptur im Badezimmer, sie ist von dir, ja? Was soll sie bedeuten? Es ist eine Opfergabe. Damit ich gerettet werde. Ja, und Yonix, danke für den Sub, Bro. Und Reflow, danke für die zwei. Moinsen, war erst mal mit ein paar Homies ein Trinken wegen dem litten Wetter. Jetzt ein Stream-Gun. Bro, wir haben 15 Uhr, Alter. Reflow. Bro, WTF. Bro. Kein Wir vor vier. Es ist auch nicht mal vier. Danke für den Reset, mate. Dachboden, ich nehme mal Auslöser. Seit wann empfindest du Emotionen? Früher hatte mich geschlagen und ich sagte nie etwas. Doch eines Tages begriff ich, es war nicht fair. Ich fühlte Wut. Hass. Und dann wusste ich, was zu tun war. Warum hast du dich versteckt? Statt einfach wegzulaufen. Ich wusste nicht weiter. Jo, reiß man, James. Danke für den Sub, Bro. Twitch bei einem Bro. Wir sind kurz vor 5000 Subs, Jungs. PogChamp. Gott versteckte mich. Ich bin fertig. Nice, Mann. Wir haben alles aus ihm rausbekommen. Paxus, danke für den Twitch Prime, Bro. Wait, what the fuck? Was zu erhören? Er zerstört sich selbst. Bro. Oh mein Gott. Stopp das, verdammt! Ich, ich kann nicht. Ich kann es nicht stoppen. Nein, ich habe eine Sekunde nicht hingeguckt. Fuck. Ach du Scheiße. Ey, Chat. Es ist nicht mein Fehler, okay? Bros. Es ist nicht mein Fehler, hier, okay? Bros. Ich habe gerade nach rechts geguckt. Eine Sekunde. Weil ich was rüberreichen wollte. Jungs, chill. Okay. Jungs, hallo? Ich habe gerade nach rechts. Danke für den Subs, Gibi. Danke mit. Mörder. Wegen dir ist ein Android kaputt. Ist wohl ein Roboter. Ein Stück Plastik. Kampfsocke, danke für die zwei. Fällt Ihnen vielleicht etwas ein, wo wir übernachten könnten? Ich hab keine Ahnung. Oh fuck, sorry, Chef. Ich muss wieder los. Ich hab euch kurz mit meinem Orangensaft geschlagen. Was ist das? Ich bin PERFORMENDER寒ig. Ich bin PERFORM. Ich bin PERFORMENDER. Huw, egal. Danke. Was ist einfach? Was ist alles okay? Wir finden schon ein Schlafplatz. Wir finden schon ein Schlafplatz. Yo, Recon, danke für den Twitch Prime, Boy. Sie will zur Spilo. Wahrscheinlich, Bro, oder? Was haben wir hier? Yo, ich bin aktiv, danke für die 14 Monate, wo die Willkommenszeug wiederhören. Was haben wir hier? Laden ist geschlossen, okay. Keine Ahnung, der drüben, der, also ich weiß nicht, der da sieht ziemlich vielversprechend aus. Nee. Nee, halt dein Maul. Ah, okay, da hinten ist die, oh Gott, Junge, ich dachte, wir haben sie jetzt komplett verloren. Heilige Scheiße. Da dreht man sich eine Scheißsekunde um, läuft die alte weg. Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Chat. Jungs, ich gebe mir gerade mies auf den Sack, okay? Chat, hört auf damit. Ich weiß, jemanden, der helfen kann. Oh, what the fuck, seiner hat es riesig. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. What the fuck? Ist sie drauf? Komm mit, Alice. Oh, ich wollte voll. Danke für ihre Reise mit Detroit. Was ist? Ich weiß nicht, ob wir da rüber gehen können. Da steht irgendwas von 24 Stunden. Hoffentlich ist es nicht so 24-7 offen wie mein 24-7 Gym hier. Da müssen wir reingehen. Zumindest ist es warm da drin. Oh ja, bitte, Bruder. Sein Ehrenmann. Was willst du? Ich und dein Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Scheiße. Ein obdachloser Android? Ach, das ist der Hammer. Alter, das ist hier ein Supermarkt und nicht die Heilsarbeit, okay? Haut ab, wenn ihr nichts kaufen wollt. Ich muss chill, Alter. Warum sind denn alles so eine fucking Bitches? Boah, Alter, mit Ladendiebstahl bin ich nicht so down, aber gut, Alter. I mean. Ja, dass ich knall das Ding jetzt einfach um und dann ist er abgelenkt oder so. Oder? Irgendwie sowas in die Richtung. Ich weiß gar nicht ganz, was ich damit wollte. Ja, nehmen wir mit, oder? Packen wir ein, Alter. Flop. Und eingepackt. So. Alice als Ablenkung benutzen. Wo ist die, Alter, denn? Alice, du musst mir helfen. Siehst du die Dosen da drüben? Digga, es sind zwei Leute in diesem Supermarkt. Sie umstoßen? Warum, Herr Tee? Wenn jetzt der Verkäufer darauf reinfällt, ist er der größte Vollidiot. Nee, Alter. Oh mein Gott. So was ist so... Ja... Na, natürlich... Ja... Selbstverständlich, Bro. Ja, kein Problem. Das sind nur ein paar Dosen. Junge, ganz ehrlich, einen Schein? Dafür gibt es nicht mal einen Off-Roots-Tweller. Was soll die Scheiße? Also, äh... Aber Red wäre jetzt hier nicht stolz, Alter. Ich meine, wenn der Pullover schon alleine drei Scheine kostet... Dann kann man mit einem Schein nicht sehr weit, Alter. Rip. Rip, rip. Fuck. Oh, Junge, fünf Euro, also... Boah, Digga. Jetzt ist er richtig dran. Scheiße, Mann. Ich muss erst mal gucken, wie wir in den nächsten Monat über die Runden kommen. Jo, Alter, halt mal deinen Maul, Alter. Okay? Halt deine Maul, ich hab'n Schokorie für dich. Wollte ich mit der Alten? Jo, TVM official, danke für die zwei, Brüdi. Sprech meinen Namen bitte richtig aus. War das richtig, Brüdi? Hm. Was ist mit da drüben? Das ist da drüben, sieht legit aus. Oder warte mal, hier ist ein Motel vielleicht? Achso, das ist das Motel, oder? Oh ja, doch, doch, doch. Da haben wir unseren Schlafplatz. Okay, cool, machen wir. What the fuck? Gehen wir nicht rein? Es geht nicht alles. Die vermieten sich ja nicht an Androiden. Ich muss diese Uniform loswerden. Oder weitersuchen. Okay, 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 verstehe. Da ist so ein Waschladen. Ja, ich glaube, wir suchen neue Kleidung, Jungs. Aber wie kommen wir denn hier rein am besten? Ah, wir nehmen mal über die Tür, Jungs. Latsch, danke für die 18 Monate, Bro. Willkommen zurück. Hier geht's gleich besser. Chat, egal, so hart aufs Ausziehen, oder? Oh, Mann. Hallo, Ronny, ey. Ah, ich dachte, der guckt wenig. Weil dann wär's plausibel, Alter. Ähm. Fuck, Mates, Mates. Wir brauchen Klamotten, aber ich seh absolut nix. Alles ist leer. Guck, Klamotten drin. Achso, warte. Ich meine, why not? Was? Was hat der Maul, Mann? Du hast etwas Warmes und ich muss diese Uniform loswerden. Das ist Diebstahl. Das dürfen wir nicht. Ach, komm. Einmal ist keinmal. Schön so hingehen und, äh, alles ready machen, dass er nur noch einen Button, äh, drücken muss, um mit Twitch Prime reinzusubscriben und dann einfach gehen. Random. Easy. Auf ganz entspannte Bruder-Basis. Oh, what the fuck. Muss. Muss los, Alter. Wonka-ass. Oh, shit, bro. Run, 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 run. Wait, holy shit, er muss ein Zauberer sein. Er hat sich in einer von einer fucking Sekunde wieder hingesetzt. Okay. Warte mal, hat er die, habe ich die Klamotten genommen jetzt gerade? Warte, man muss uns, äh, hier. Ich frage jetzt, wo ziehe ich mich um? Oh, habe ich die Klamotten liegen lassen? Wait, what the fuck, was ist passiert? Hä? WTF? Also, jo, Dank für die zehn Monate. Habe ich die falsche Taste gedrückt? Fucking Controller, Jungs. Shit, kann sein, ja. Wir können jetzt nicht in meine Reihenheit im Maul. Oh mein Gott. Fuck. Bro. Chat, mit... Als ob ich die falsche Taste gedrückt habe. No way. Hier kommt jetzt nichts mehr. Scheiß Controller, man. Fuck. Das war wirklich, das war wirklich gechockt, ja. Hm. Ist jetzt die Frage, Alter, was haben wir hier hinten noch? Nein, du hast alles richtig gemacht. Say? Ah, du noch. Das ging nicht anders, okay, okay. Habt ihr gehört, Chat? Ihr sucked fucking dick. Vielleicht können wir hier einfach drüber klettern? Ein leer stehendes Haus. Da ist es zumindest trocken. Cara, mir gefällt es hier nicht. Ich weiß. Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen. Mach schon da, Zaun kann hiermit... Oh, Junge, schönes Haus besetzen, Alter. Ja, auf geht's. Zaun kann hier mit einem Drahtschneider zerschnitten werden. Mhm, okay, okay. Komm, kehren wir um. Okay, wir werden einen Drahtschneider her, Junge. Beiß mit Zähne durch. BTF, Bro. Warte mal, da hinten war noch was, oder? Ich glaube, hier hinten hat noch irgendwas gelb geleuchtet. Hier werden wir nochmal ganz fixieren. Vielleicht ist da noch was. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Ah, hier ist nichts, oder? War hier noch was close? Ah, doch, da hinten ist noch was. Nein. Wieso Sub-Mode? Ähm, I don't know. Ich hatte das gerade ein bisschen ab, hier und da, Bro. In verlassenem Auto übernachten. Der hat auch nice. Können wir hier vielleicht drüber klettern? Oh, shit, nice. Easy, Boys. Yo, Bennix, danke für die 10, Mann. Hey, Platte, welche LKs hattest du im Abi? Junge, noch einmal Platte, Junge. Ich hatte Physik, Informatik, Deutsch, Englisch und... Mathe. Und Abitur habe ich gemacht in Mathe, Englisch, und Info. Finden wir hier vielleicht auch einen Bonsenschneider? Also so ein... Ne, Bonenschneider heißt das nicht, oder? Was meine ich gerade? Wie heißt das, was ich meine? Achso, den habe ich schon in der Hand, lol. Okay, ich habe so eine große... So ein bisschen, so ein Fahrradschlossknacker habe ich erwartet, okay. Nicht so ein Mini-Ding. Alles in Ordnung? Bonzenschneider. Ja. Bolzenschneider. Ja, Bolzenschneider ist das, was ich suche. Oh mein Gott. Nein. Ey, ich dachte, das ist fertig, Alter. Das gibt's doch nicht, ey. Der Bonenschneider. Ja, Moin. Wir sind am Knochen. Ich finde, den Weg in das Haus. Okay, gehen wir mal hier noch. Können wir hier vielleicht hochklittern? Hast du während des Abis schon geschrieben? Ja, ich habe im letzten Jahr Abi angefangen. Reiß dir da ab! Irgendwann kannst du mir nicht erzählen, dass die da irgendwie zu schwach ist für. Oh, hier ist eine Tür. Nehmen wir doch einfach die. Easy. Okay, okay. Die Tür ist zu. Rip. Nee, halt dein Name. Aber sie ist reingeklettert, oder? Save ist sie reingeklettert. Halt! Was machst du denn? Besucher. Ralph mag Besucher nicht. Gress nicht. Sie verletzt Ralph. Äh, äh. Da. Ich bin auch Android. Du brauchst keine Angst haben. Wir suchen nur einen Platz zum Schlafen. Besucher sind gefährlich. Da. Das tun sie mit Ralph. Ui, what the fuck? Bitte, wir... Wir brauchen dringend Hilfe. Es wäre so nett, wenn wir bleiben dürften. Der sieht aus wie Matthias Schweighöfer. Entschuldigt, Ralph. Ein bisschen, ja. Ralph hat sich nicht immer unter Kontrolle. Manchmal lässt ihm die Angst schlimme Dinge tun. Ralph hat viel durchgemacht. Er hat Angst, dass die Menschen ihn wieder fangen. Ihr könnt bleiben, wenn ihr wollt. Ralph, tut euch nichts. Warum redet er eigentlich die ganze Zeit in dritter Sprache, Alter? Äh, in dritter Person von sich. Es ist nur für eine Nacht. Na, kommt. Kommt. Kommt, na kommt. Der Typ ist ein bisschen Orgwut, Alter. Hier lang. Ralph lebt hier, seit er weggelaufen ist. Ralph, geht nie nach draußen. Der Typ macht mir ein bisschen Angst, Junge. Manchmal kommen Obdachlose, aber Ralph versteckt sich, bis sie wieder weg sind. Hahaha, WTF, Alter. Absolut nicht Orgwut. Macht es euch hier dann gemütlich. Ralph wird in das andere Zimmer gehen. Er würde gern noch bleiben. Aber er hat zu tun. Bruder, Businessman. Es ist nur für heute Nacht, Alice. Da werden erstmal die neuen Product Placements verhandelt. Twitch.tv slash Ralf. Oder Ralph, oder wie heißt. Wenn du nicht schlafen kannst. Setz dich, ich mache ein Feuer. Haha. Der muss auch pünktlich 15 Uhr online kommen, sonst ist seine Community sauer. Machen Feuer, machen Bett für Alice. Junge, was muss ich denn noch alles machen? Kann die Alte mal was selber machen? Junge, ich habe diesen scheiß Schokoriegel. Mit all meiner Kraft geklaut. Du isst diese Scheiße jetzt. Meine Güte, ey. Die Mädchen von heute, Alter. Was ist die Tierung? Eine Zeitschrift? Vielleicht können wir die zum Anzünden benutzen. Nice. Okay, Decke gefunden. Mach das Bett beim Kamin. Okay, okay. Okay, also wir müssen jetzt ein Bett und ein Feuer machen. Easy. Ich weiß nicht, ob ein Feuer in der Holzhütte so broken ist. Digga, aber es ist ja in dem Kamin. Also, da ist ja Stein drumherum. Ich denke, das passt schon. Lassen Sie mich arzt. Ich bin durch. Ich soll Holz sammeln, aber wo denn, Alter? Ah, dann nehmen wir doch einfach das Brett hier. Zack, mitgenommen. Hast du noch nie Minecraft gespielt? Es verbreitet sich trotzdem. So low, Alter. Flup. Leg dich schlafen. Ich habe alles versucht. Es ist dürftig, aber wenigstens ist es warm. Hm? Was war mit Keynote found? Ist das gerade ein Bug gewesen oder so? Oh ja, ich glaube, das ist ein Bug. Richte dich, äh, richte dich für die Nacht ein. Wie richtet man sich selber für eine Nacht ein? Wird die App? Wir können einfach nach oben gehen, bei ihm schlafen. Duschen gehen. Chat. Jung. Mach dich Auge, Alter, auf ein paar Robot-Boobs. Kann ich reden heute. Yo, where are my evokedos? Danke für die zwei, Maid. Kevin, unser Geheiligt. Werde dein Stream. Kevin, der du bist, auf Twitch geheiligt werde dein Twitter. Danke für die zwei Monate, Bro. Willkommen zurück. Hm, okay, hier ist nichts. Da war eine Hand in der Dusche. Bro, voll. Wo hast du hier? Oh, lol. Holy shit, da unten ist halt wirklich eine Hand. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, okay, ich hätte sie einfach anlabeln müssen. Hier, wohin. Warum hat er mich nie geliebt? Warum war er immer wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Vielleicht war ich nicht brav genug. Und deshalb war er immer so wütend. Ich wollte doch bloß seine Familie. Ich wollte nur, dass er mich lieb hat. Warum waren wir nie glücklich? Ich weiß es nicht, Alice. Du verlässt mich nicht, oder? Versprich, dass du nie gehst. Versprochen. Bleiben wir zusammen? Für immer? Für immer. Auf Ehremann-Basis. Ihr wisst Bescheid. Freunde, feels bad, man. Und jetzt frisst den Riegel. Jetzt schlaf schön. Oh, Mann, ey. Schlaf gut, Alice. Ich wollte mal einen Schmatzer gegeben. Ah, jetzt sind wir mal Edelmänner. Oh, Mann, ey. Oh, Mann. Sieht ein bisschen aus wie Jennifer Lawrence Find ich nicht Junge, Alter, holy shit Weiter geht's, Jungs Spüren wir jetzt wieder Dings? Wie heißt er? Connor? Wait, sind wir jemand ganz Neues? Wait, what the fuck? Ach nee, nee, warte, 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 warte Das ist glaube ich Markus, oder? Der gerade, naja, also nicht umgewacht wurde, aber Der gerade den Streifschuss da bekommen hat oder was auch immer das war Okay, okay, was haben wir hier noch? Beeinträchtigte Sicht Alle Systeme im Energiesparmodus Beine ersetzen Oh, warte mal, haben wir einen Beinschuss bekommen oder was ist passiert? Wir haben ja nur gesehen, dass er geschossen hat Ich weiß ja nicht, wohin halt Aber wahrscheinlich hätte er einfach in die Beine geschossen Voll low von dem Polizisten, dass der einfach instant geschossen hat, Junge Richtig unnötig Einfach mal ne kleine Spende Homie, viel mehr für die 2 Euro, Mann Danke, Bro Grüße gehen raus, Mann Nice Nimm das kompatible linke Bein Okay Dann schauen wir mal, ob wir dich erst finden, Alter Das ist wahrscheinlich das Falsche, oder? Ja, das dachte ich mir schon Flop Das ist richtig Arbeit, Alter Das ist das Richtige Das sehe ich ja schon von hier Oh, fuck Das Spiel als VR wäre lit Ich weiß nicht, ob VR-Story-Games nice wären Ich glaube nicht, Brody Obwohl, vielleicht Keine Ahnung Oh mein Gott, holy shit Okay, what the fuck Bruder, WTF Hier sieht es richtig abgespaced aus Boah Boah Boah, I, Alter Boah Das ist egal, WTF Okay, go hin Bruder, WTF, wo sind wir, Alter? Yo, Reverb, danke für den Sub, Mann Und Itzbasti, danke für die 2 Übelst nicest Game Für jeden, Homie Für jeden Aber ich habe keine Ahnung, wo wir uns gerade befinden, Alter So übelst ab dem Spaceless Ah, okay, wieso jetzt unsere Augen noch fix Was macht er, den Harlem-Schech hier rechts? Okay, ich glaube, wir können gar nichts kennen, Jungs Schauen wir mal hier bei ihm Oh, nice Let's go Der hat einen, äh, Pumpenregulierer Woah, shit Oh, fuck Ähm Haha, sorry, Bro Ja, Osuda droppt ein Sub für Summit Danke, Bro Jetzt kann er auch meine Emotes verwenden Ehemann Danke, Summit, für den Sub Finde Audio-Prozessor Okay, müsst ihr auch noch finden Ich bitte dich, bitte Beende es Ich will nicht mehr leben Mach schnell Bro, holy moly, Alter Der Typ funktioniert ohne Auge besser als H1Z1 Wow Wow Wow, Bro Schon besser als Pupsi, sagst du Haben wir ihn schon angeguckt hier? Oh Okay, what's right? Zwei hier Oh, bitte hab Augen für mich Audio ist auch schon mal nice Oh, die ist auch schon mal nice Rennier püpt, Rennier stirbt Unangenehmer Sound Findet die optische Einheit Wir haben mal wieder Sound, Jungs Ich überleg, wo wir jetzt noch nicht geguckt haben, Jungs Oh, hier, oder? Okay, das ist dann erst, wenn wir alles haben Okay, 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 okay Ja, Jungs, Jungs, ich muss ganz gut auf mein Handy gucken Hat er sich das Auge gezogen, oder? Sorry, Jungs, ich bin da ein bisschen abgelenkt Nein? Okay Danke, Mates Verrate ich nicht Okay, alter, ich den modig gleich Oh, nice, perfekt Chat, was denn los? Ich war ja da mein Handy und ihr habt keine drei Punkte rein Das Kanzel in den Chat Mein Zweck ist Ihnen zu dienen Okay, Bro, dann Ich würde mir einfach mal ganz kurz das Auge hier ausbauen Ich muss man einfach morgen wieder zurückbringen Ich hoffe, das ist kein Problem Danke, Grüße gehen wir aus, Alter Oh, Jungs, Full HD, PogChamp Okay Let's go Boah, ich liebe so Games, wo alles so Einfach gehalten ist Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll Das hat mir auch damals bei Tom Clancy's Division so gefallen Es gab kein richtiges Overlay, sondern du hattest es dann immer so an deinem Rucksack dran und so Wisst ihr, was ich meine? Übelst geil Ist richtig nice gemacht Oh, safe Wie langsam bist du? Bro, wir waren kurz vor dem Tod Als ob er da jetzt mal eben kurz hoch sprintet wie Usain, Alter Was ist mit dir? Die Muggel ist übelst nice, by the way Du bist auf dem Androiden-Schrottplatz Ja, ist mir aufgefallen, Bro Also ich meine, es macht Sinn Ich meine, es waren tausende Tote oder fast tote Androiden Oh, eben, was so fixiert ihr gerade? Nein, er macht sich jetzt dieses Ding raus Oh, ich habe gefehlt Ja, moin Warte mal, aber Wait Jetzt ist er quasi Unfaller Mensch Ich heiße Markus Holy shit Also er will jetzt einfach kein Roboter mehr sein, oder wie? Also er ist jetzt Human Become Ja, ja, jetzt Detroit Become Human I see, I see, warum der Titel so heiß, wie er heißt Oh, Gott, ich bin so müde heute Holy shit Ich fühle mich, als hätte ich eine Stunde geschlafen What the fuck Finde Amanda Oh, jetzt sind wir wieder Connor, okay Jetzt muss ich kurz checken, ob das jemand anderes ist Aber das ist wieder Connor Wahrscheinlich Kann mir jemand sagen, was passiert ist, dass die alle so selbstständig werden? Äh, viele Leute schieben übelst den Hass auf die Androids Und ich glaube deswegen entwickeln, also die entwickeln anscheinend langsam Gefühle Und dadurch passiert, dass sie dann quasi kein Roboter mehr sein wollen Hallo, Amanda Und so selbstständig werden Connor Schön, dich zu sehen Herzlichen Glückwunsch, Connor Diesen Abweichler zu finden war nicht einfach Und deine Art der Befragung war ausgesprochen klug Du warst bemerkenswert effizient, Connor Danke, Amanda Wir erwarten, dass die PD ihn für weitere Studien herzuschicken Vielleicht erfahren wir ja so, was passiert ist Die Befragung war wohl... Läges, ich danke für die sechs ...herausfordernd Was denkst du über den Abweichler? Er zeigte alle Symptome der Abweichung Kognitive Instabilität, unberechenbares Verhalten und die Nachahmung menschlicher Emotionen Er hatte sogar Angst zu sterben Das Modell war eindeutig defekt Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt Was hältst du von ihm? Ich glaube, er ist reizbar und sozial eingeschränkt Aber ich glaube auch, dass er ein guter Detektiv war Ein interessanter Charakter Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen Wie möchtest du mit ihm umgehen? Keine Ahnung, Alter, weiß ich nicht Ich konzentriere mich auf die Untersuchung und ignoriere ihn Sofern er mich nicht behindert und wir Konflikte vermeiden, ist er kein Problem Hallo, hallo Behindert ist kein Schimpfwort Wir leben in 2018 Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern Es sind Millionen im Umlauf Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den Cyberlife je gebaut hat Aber stimmt, Ingame ist sogar 2038, noch schlimmer Zählen sie auf mich, Amanda Beeilung, Connor Die Zeit ist knapp Chat, dreimal dürft ihr raten, wer jetzt ganz kurz eben fix Pipi macht Hi, ich bin's Bis gleich Falls ihr auch auf Klomus oder so Jungs Dann geht auch am besten jetzt Dann verpasst ihr nicht an die Story Bye Meine Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also ich meine, beide Games in Warf2Play auf jeden Fall, aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste und Geld keine Rolle spielen, würde ich das hier nehmen. Ja, aber ich habe es noch nicht durchgespielt, aber ich gehe davon aus, dass es sick sein wird. Ich habe ein gutes Feeling gerade. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, das ist das Ende auch nice wird und so. Anderson ist noch nicht da. Ich freue mich. Ich habe hier im Platz. 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 davon so da raps und wir glück haben kommt der vorzweif danke er konnte das neue büro auf geht's war schon da untersuche seinen schreibtisch erkunde die polizeistation okay untersuchen wer ist bei seinem schreibtisch wie teuer ist der bums denn ich glaube das hat 70 euro gekostet oder 60 euro oder wtf heavy dark metal jungen ja moin gib ihm böse alter hank anderson anrufen hier ist kann ich bin gerade nicht da sie können eine nachricht hinterlassen aber warten sie keinen rückruf ehrenmann lieutenant anderson hier ist kann ich bin der android von cyber life es ist fast mittag und ich warte hier im büro auf sie das war da rechts oben noch da war noch irgendwas über lieutenant anderson nachforschen hundehaare bernhardina streichhölzer aus der bar ja bruder donuts wären es alter ich schwöre diese rosa donuts mann so ein pink donut von duncan donuts jetzt broder auf hätte ich bock alter und scherp 1 brauchen wir noch jungs da ist irgendwas übersehen haben aber damit dass sie sehen perfekt seine boyband gut cop oder was steht da genau real police not seen since 2019 owe me 50 dollars nice girl okay asshole okay also alle grinsebacke da scheint arschloch zu sein okay arschgeller nummer lieutenant anderson war ein hervorragender polizist schön sie wieder zu sehen lieutenant oh scheiße hank in mein büro sie ist ein nice girl komm wir essen ein ice girl win ok kannst du das game kurz erklären wir sind ein roboter roboter werden gehasst wir helfen der polizei jeden tag mehr weiß ich nicht wir spielen verschiedene androiden und er ist bei der polizei eine alten dame kam der haus android abhanden und so ein mist aber jetzt kommen berichte über überfälle und morde rein wie der kerl letzte nacht ist doch nichts super krasses passiert bis jetzt es handelt sich jetzt um eine ermittlung und wir müssen das aufklären bevor die scheiße hochkocht ich will dass du die fälle übernimmst und nach einer verbindung suchst warum ich warum muss ich mich um diese scheiße kümmern kein polizist im ganzen land ist dafür weniger geeignet ich weiß ein scheißdreck über androiden jeffrey ich finde nicht mal den wecker in meinem eigenen telefon alle sind überlastet ich glaube du bist für diese untersuchung absolut qualifiziert hallo 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 nicht so bullse wörter hier im mund nehmen entspann dich okay meine güte ey es ist ein hochmoderner prototyp und jetzt dein partner auf keinen fall ich brauche keinen partner und schon gar keinen von diesen plastikwechsel hallo 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 beruhig dich okay den sack du bist polizei lieutenant du hast gefälligst zu tun was ich sage und deinen verdammten mund zu halten weißt du was mein verdammter mund dir sagen möchte okay das habe ich jetzt nicht gehört denn sonst müsste ich deiner personalakte ein paar seiten hinzufügen und die ist eh schon dick wie ein scheiß roman dieses gespräch ist beendet jeffrey scheiße warum tust du mir das an du weißt wie sehr ich diese scheiß dinge hasse warum tust du mir das an pass auf ich habe jetzt echt genug von deinem gemecker entweder machst du deine arbeit oder du gibst deine marke ab jetzt entschuldige mich ich bin beschäftigt ja 150 kilo fame und kuzaron kriegen beide ein sub von soda und er braucht domi dank für die oh dank für die 100 bits bro tja dann halte ich sie nicht länger auf einen schönen tag captain ich finde games mit bekannten synchronstimmen mega der von connor hatte die stimme von chris pine ich habe keine ahnung wer chris pine ist bro aber äh ich kenne die stimme auch muss ich zugeben kommt mir auch mega bekannt vor aber ich glaube sowas lässt sich gar nicht vermeiden bei so spielen weil es gibt glaube ich in deutschland gar nicht so viele gute Synchronsprecher wir brauchen echte forensik also ich glaube Synchronsprecher ist übel die äh mangelware in deutschland oder die nach hank wo ist denn hank der alte hustler ah da hinten wie war ref gestern dinghi super chillig alter es ist mir eine ehre mit ihnen zusammen zu arbeiten super chillig wir werden sicher ein tolles team ah er hat richtig bock komm positive vibes wie dem auch sein ich möchte sagen dass ich mich auf die zusammenarbeit mit ihnen freue wir werden sicher ein tolles team komm hank komm wir sind jetzt partner da wäre es schön sich näher kennenzulernen komm hank reiß dich zusammen ronni komm gibt es hier irgendwo einen schreibtisch für mich den der benutzt war keiner ja ob die bro hank ist gerade drauf wie diese leute bei der gruppenarbeit die absolut zu hundertprozentig mit dir zusammenarbeiten wollten aber mussten wissen was ich mein so du bist du mit diesen zwei strebern in eine gruppen arbeit gekommen und die wussten genau du machst nichts und die haben dich gehasst genau so muss ich diese android gerade fühlen heilige scheiße sie sind detroit gears fan nicht danton carter hat gestern 53 prozent der würfe von der dreierlinie versenkt haben sie das gesehen das spiel wollte ich mir gestern in der bar ansehen ja dann sprechen wir mal auf ganz trocken sein hund an der ist wahrscheinlich tot oder so woher weißt du das oh nein ist er nicht saved wuch das wäre sonst unangenehm gewesen ich mag hunde wie heißt ihr hund was geht's dich an ich will chill sumo er heißt sumo du hörst heavy metal ja bro normal ich höre musik nicht im eigentlichen sinne doch ich würde gern es gibt viele leute die sich nicht gern mit androiden umgeben ich frage mich und warum sie mich nicht mögen ja sagt nur ums statt ab ich sage wo die 4 euro man danke bro Na, auf geht's. Kurz mal alles durchscannen, zack. 243 Dateien, die erste von vor neun Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Okay, okay. Ein AX400 gestern Abend ein Menschen angegriffen. Also geht's wahrscheinlich in dem Game allgemein darum, warum die Roboter auf einmal Gefühle haben. Ich glaube, das ist so das, was wir drauf finden in dem Game. Meine Vermutung hier. Kara war da. Ja, da waren alle. Der Asian Dude war auch da. Da waren mega viele von vorhin. Warum verpischst du dich nicht einfach? Bruder, mach ganz ruhig hier, gell? Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Oh, der hat gesessen. Der hat gesessen. Oh. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant? Äh, tut mir leid, wenn ich störe. Bin dran. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl angegriffen hat. Er ist wohl im Raven-Date. Warte geht's. Ey, Kevin, tut mir leid, wenn ich störe. Henke, siehst du nicht gerade? Ich arbeite FTF, Alter. In meinen Augen leckerlich. Boah, Dig, warum bin ich denn so fuck müde heute, Alter? Das ist insane. Holy shit. Wie lange zockt er das Game schon? Dreieinhalb Stunden, circa. Drei Stunden. Drei Stunden, circa, ja. Oh, okay, wir sind wieder beim Gurr. Ich weiß nicht, ob ich einen Energydrink trinken sollte. Ich habe irgendwie immer nicht so das Gefühl, dass Kaffee, Cola oder Energydrinks mich irgendwie wacher machen. Keine Ahnung, ob es durchaus so geht, aber... Oh fuck, ich bin abgerutscht. Also ich verstehe Leute nicht, die sagen, sie können nicht früher aufstehen ohne Kaffee. Kaffee macht nix bei mir, Alter. VTF, Alter. Yo, ähm... Sierra? E Sierra? E Sierra? Danke für den Twitch Prime. What's up? Oh man, da ist Kiwi drauf. Kaffee trinke ich erst gar nicht. Ja... Ich auch nur selten und wenn damit viel Milch, aber... Trotzdem, ich merke da nix. Selbst wenn ich ihn schwarz trinke, denke ich da nix. Warte, bis Alice aufwacht. Hm... Vielleicht sollten wir mal nach oben gehen, ich weiß nicht. Wir könnten uns mal ein bisschen umgucken, Jungs, denke ich. Schauen wir mal, was hier noch so abgeht. Ah, Chat, Jungs. Chill, Kaffee, schwarz. Ohne Milch, meine ich. Ihr Ronis, ey. Gehen wir mal die Roadie hier mit. Da war wieder RA9. Stimmt, stimmt, da vor uns, ja. RA9. Hm, vielleicht ist RA9 irgendein... Vielleicht ist RA9 irgendeine Art Virus oder so. Der irgendwie so injected wurde. Damit alle Roboter Gefühle bekommen, selbstständig werden und die Weltherrschaft an sich reißen. I don't know. R steht für Rich. Alles klar, danke, mate. Der arme Vogel, man. Ey, ohne Spaß. Ob ihr es mir glaubt oder nicht. Genau so einen Vogel habe ich letztens vor meiner Haustür gefunden. Ich habe euch die Story ja schon mal erzählt. Ich kam mit dem Auto quasi, ne, auf meinen Parkplatz gefahren, vor unserem Haus. Habe halt angehalten, bin ausgestiegen und wollte reingehen. Und dann auf dem Weg zur Haustür war da so ein Vogel und der ist nicht... Also ich bin immer näher rangegangen und normalerweise fliegen Vögel ja dann immer weg. Und der ist nicht weggeflogen. Der hat nicht reagiert. Und dann bin ich noch näher rangegangen. Hab so ein paar Mal vor ihm so ein bisschen gestampft halt. Also so ein bisschen... Ich wollte halt ihn erschrecken, damit er wegfliegt. Aber er ist auch nicht weggeflogen. Und dann habe ich gesehen, dass der Vogel sich nicht bewegen konnte, weil er hier eine Wunde hatte am Flügel. Und dann habe ich ihn... Dann habe ich ihn halt... Also er saß halt auf der Straße. Ich habe ihn dann halt mit so einem Papier genommen und ins Gras gesetzt. Und dann habe ich nach 10 Minuten nochmal geguckt und dann konnte er sich nicht mehr bewegen. Und dann äh... Was habe ich dann gemacht? Dann habe ich irgendwen angerufen oder ihn gefragt, was ich machen soll. Bin wieder zurückgegangen und dann war er leider tot. Und dann musste ich ihn begraben in unserem... In unserem Garten, Jungs. Dann habe ich so ein kleines Loch gebuddelt und da... Müll? Nein, nein, nein. Mulch heißt das, oder? Rindenmulch. Ja, genau, genau. Genau. Ja, so Rindenmulch. Genau das meine ich. Der sah genau so aus, Bro. Jungs, das war ein sad day, Alter. Ich sage es euch. Jo, holt sie mal. Dank für die 4. Willkommen zurück. Vielen, vielen Dank, Mann. Wie alle Kevin fragen, worum es in dem Spiel geht, aber er selber 50% der Story verpasst. Klapp du, shut the fuck up, okay? Weißt du, Klapp du, deine bitch will den fuck, aber ich sage shut the fuck up. Sup gang, sup gang. Ende dein Aussehen, finde eine neue Kleidung, okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Hier ist immer noch eine Leiche drin, Jungs, Alter. Monka XO River. Ausziehen. Ist hier irgendwas an Klamotten? Auch nischt. Ja, aber ich war ja vorhin schon hier oben und hier war nichts an Klamotten. Auch vielleicht hier? Vielleicht muss ich rausgehen. Au, guck mal hier. Arschgeil. Jo, Slicks. Was geht da, Mann? Danke für den Sub. Jemand hat geschrieben, zeig mal Arschmädchen. Ehrenmann. Alter. Sieht komplett anders aus jetzt. Jetzt sehen wir nicht mehr aus wie ein Android, sondern sehen wir aus wie ein Homeless Dude. Awesome. Aber keine Sorge, Jungs. Das ist die neue Jacke von Wettmong X Supreme. Also keine Sorge, Jungs. Die ist limitiert. Deswegen ist es in Ordnung. Kann man tragen so. Und darunter lernen wir einen Agnes Studios Shirt und die Boots sind von Balenciaga, Jungs. Und die Hose von Levi's. Aber wie findet ihr das auch hier von der Skala von 1 bis Ultralit? Schon Ultralit, oder? Was heißt Wettmong, hä? Sagt ihr Wettmens? Sorry, Jell. Sorry, die Jacke ist von Wettmens Viet Supreme. Was heißt Wettmong, hä? Es ist halt Francais. Moulez-vous coucher? Weg mal. C'est soir. Kann die Alte mal aufwachen, bitte? Au, schneide die Haare. Oh shit. Warte mal, ähm. Hatten wir oben irgendwo eine Schere oder so? Sind wir irgendwie an der Schere vorbeigelaufen? Warte mal. Was haben wir denn da? Das ist ein Magazin. Cool, nochmal ganz fix, ob wir hinten was übersehen hatten. Wahrscheinlich oben. Wir müssen wahrscheinlich nochmal nach oben fixen. Ich glaube, ich habe... Au, warte, die Zange. Ja, ich glaube nicht, dass wir die nehmen können, oder? Ich glaube, wir müssen trotzdem nochmal nach oben. Auf dem Tisch dahinten war nur eine Zeitschrift, Jungs. Wenn ihr das jetzt da unten meint. Da war nur eine Zeitschrift, Mates. Ziemlich safe. Ich meine, ich gehe gerne gleich nochmal runter, aber ich bin mir ziemlich sicher. Du bist so blöd, Kevin. Lull. Oh, unten auf dem Tisch. Oh mein Gott, Kevin. Du bist so doof. Jungs, wisst ihr, wer hat's? Manchmal geht mir hart auf den Sack. Okay. Yo, Luki, wo dann für die 14 Monate willkommen zurück. Vielen, vielen Dank, Mann. Und ab. Das ist die Umstylings-Folge. Äh, die Umstylings-Folge bei Jamie6x Topmodel. Wo alle neue Haare bekommen, Jungs. Ich hatte doch gesagt, fragt die Leiche. Entschuldigung. Ich bräuchte eine Schere. Oh, welche Haarfarbe sollen wir nehmen? Ich habe gelesen, blond, weiß, schwarz, fettig. Ja, moin, Alter. Ey, ich finde, glaube ich weiß am freshesten, to be honest. Lass uns weiß nehmen. Oh, ne. Können wir noch wechseln? Wie sieht schwarz aus? Mhhh, blond vielleicht? Ich glaube, wir nehmen schwarz, Jungs. Schwarz sieht am besten aus, finde ich. Oder weiß? Ihr findet weiß noch gut, meint ihr? Oh, warte. Braun gibt's auch noch, sehe ich gerade. Ja, Braun oder schwarz. Safe. Als ob ihr weiß wollt, Jungs. WTF weiß sieht halt richtig wack aus. Ja? Was habt ihr ausgetrunken? Deine Lippen zu fragten. Nein. Nein. Ist okay. Aber du bist übelst rot im Gesicht. Heilige Scheiße, hast du Sonnen dran? Siehst aus wie so ein Lobster. Heilige Scheiße. Mama, welche Haarfarbe soll ich nehmen? Ich kann mich nicht entscheiden, hilf mir mal kurz. Guck mal, ich habe blond. Pass auf, das hier ist blond. Willst du wie die anderen? Hä? Willst du Haare färben? Mama, das ist ein Story-Game. Nein, ich möchte mir nicht im Relay die Haare färben. Ich muss gerade für den Charakter eine neue Haarfarbe aussuchen. Also, pass auf, blond. Wir haben hier braun. Ja, das ist braun. Wir haben schwarz noch. Rot haben wir nicht. Wir haben nur das und noch weiß ist noch. Weiß haben wir auch noch. Was findest du davon am besten? Weiß am besten. Weiß? Ach Gott. WTF? Nee, ich finde schwarz am besten. Nee, mein ganzer Champion hat auch weiß. Ich finde weiß gut. Die Farbe der Weisheit. Der Weisheit? WTF? Achso, oh mein Gott. Ja doch, jetzt check ich. Ohhhh. Ich hab deine Haare weise. Ich habe gestern... Bitte nicht. Ich habe gestern besoffen 5 Euro in meinem Zimmer gefunden und wollte mit dir teilen. Ehemann. Danke, Samnuss. Danke, Bro. Oh, mey. Wir sehen nicht geil aus jetzt, ne? Holy shit. Wir sind jetzt non-fucking-be-boys. Aber wer weiß. Vielleicht ist es gut. Who knows? Das wärs erstmal. Die können gehen. Unsere Officer befragen die Leute in der Nachbarschaft. Oh, jetzt kreuzen sich die ersten Storylines, kreuzen sich Jungs. Was willst du mit dem machen? Ich hab keine Ahnung. Ohhhh. Ich dachte gerade, er ist am Schwitzen, aber es regnet der. Oh, schön am Sweaten, Alter. Die Aktion war nicht geplant. Sie handelte aus Angst. Androiden fühlen keine Angst. Abweichler schon. Sie werden von Emotionen überwältigt und handeln dann irrational. Aber das sagt uns nicht, wo sie hin ist. Sie hatte keinen Plan und kein klares Ziel. Vielleicht ist sie nicht weit. Vielleicht. Ist das der Vater vom Anfang? Nein, nein, nein. Das ist der Police-Dude. Ralph hat was zu essen für das Kind. What the fuck? Ist gut für Sie. Ein Geschenk. Wegen der ganzen Missverständnisse. Ralph will kochen. Jürgen Ralph ist so komisch, Alter. Nehmen wir es gegenüber wie ein Mensch. Damn, son. Where'd you find this? Mensch im Hückenfleisch. Komm. Komm, setz euch. Ich finde er... Er artikuliert... What? I don't know. Ja. Why not? Monka X, Alter. Ich finde er artikuliert so ein bisschen wie, ähm, Matthias Schweighöfer. Ralph hatte große Mühe, etwas zu essen für das kleine Mädchen zu finden. Ich kann mir wirklich vorstellen, wie Matthias Schweighöfer den Typen auch einspricht und so. Es wäre unkürzlich, wenn es das ablehnt. Oder nicht? Toll. Toll. Ist doch voll nett von ihm. Ja, finde ich auch. Mega der nice Dude, Alter. Edelmann. Köstlich. Oh ja, köstlich. Köstlich-schmästlich. Schön den Jiggen hier erstmal über den Grill hauen. Vater, Mutter, kleines Kind. Bitte, Kara. Ich will das nicht essen. Was sagt sie? Sie sagte es sieht lecker aus. Sie ist sehr hungrig. Der kleine Mensch wird es nicht bereuen. Ralph fängt den Besten, den Größten, der da war. Das wird ein köstliches Malen. Köstlich. Köstlich-schmästlich, Alter. Und rein damit. Komm. Hau rein. Hau weg. Komm. Mach schon. Komm. 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 Hau weg. Oh mein Gott. Holy shit. Ich weiß nicht, ob ich mit der Hand bluffen sollte, Alter. Wir werden jetzt aufstehen. Ich habe Seven Doos, Mann. Das ist glaube ich nicht so schlau. Anzude. Was hast du denn gehen, Ralph? Nein. Nein, ihr werdet nicht gehen. Nicht bis Ralph es erlaubt. King Seven all in. Hahaha. Für die Familie. Du sagtest, es soll wie in einer Familie sein. Ralph. Vater. Mutter. Kleine Tochter, oder? Bro, sie sind mies da und aus Mutfall. Ein Vater würde sein kleines Mädchen niemals mit einem Messer zum Essen zwingen. Garim. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Ralph hat sich Mühe gegeben. Deshalb. Wollte er, dass das kleine Mädchen ist? Ralph ist nicht böse. Nein. Nicht böse. Ich finde, Ralph sieht aus wie dieser Default-Fortnite-Skin mit dem blonden Haar. Wissen Sie, was ich meine? Ben oder wie er heißt. So ein bisschen sieht er auch aus. Am Zaun klebt blaues Blut. Ich weiß, dass noch kein anderer Android hier war. Oh, Ralph. Heißt der auch? Der hieß auch Ralph? Nein, halt dein Maul. Haben wir den auch Ralph genannt? Das wäre ja der Überschild, Alter. Sag mal bitte X-Crack-Spy. Ich grüße dich von Zane. What the fool, man. Einfach die 2 Euro, man. Kommt mal durchschmulen hier. Oh, er opfert sich für die Familie, Alter. Mhm, okay. Als vermisst gemeldet, okay. Was haben wir noch? Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung Mittel. Okay, also wenn das auf Rot ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich selbst zerstört, ziemlich hoch anscheinend. Okay. Und ein Brandfleck. Ein Brandfleck. Mögliche Ursache? Extreme Hitze. Ah, no shit. Danke, Mann. Ich dachte, ein Brandfleck kommt durch extreme Kälte. Danke, Game. Wieder mal was gelernt, Alter. Ich suche nach einer AX-400. Hast du sie gesehen? Ralph sah niemanden. Holy shit, das hat sein Stressleiter einfach gar nicht beeinflusst. Am Zaun klebt blaues Blut. Ich weiß, dass noch ein anderer Android hier war. Ralph hat sich da aufgeschraubt. Das ist Ralph's Blut. Digga, er ist fucking confident, yo. Hab keine Angst. Ich will dir nichts tun. Sind hier noch andere Androiden? Andere Androiden? Wait, holy shit. Nein. Junge, er ist am Start, Alter. Ralph ist er rein. Jungen, egal was ich sage, nichts pusht sein Stresslevel. Holy shit. Oh, ist das so warm, warm, kalt mäßig? Okay, 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 okay. Ist jemand da oben? Nein. Nein. Niemand. Ah, okay, 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 okay. Vielleicht wird er in der Treppe oder so? Jemoin! Lauf, schnell, komm her! Drei noch die Kuh, Alter. Outplay. Connor, was ist hier los? Sie ist hier! Nennen Sie das! Wo ist sie hingelaufen? Da lang. Sie sind auf dem Weg zum Bahnhof. Warum hat er da nichts gemacht? Ist er behindert? Was ist denn er für ein Dumbo, Alter? Oh fuck, die Mülltonne. Yo, Pump-Cookie, danke für die zwei Monate willkommen zurück. Und fuck, die bleiben einfach automatisch manchmal stehen. Sie sind da drüben! Ja, warum läuft denn keiner hinterher, ihr Vollidioten? Äh, Entschuldigung, ihr werdet gesucht. Ähm, okay, alles klar, gebe ich dann einfach weiter. Läuft einfach weiter, Jungs. Ich gebe es dann einfach an die Kollegen weiter. Wir sehen uns dann. Später. Hä? Nicht schießen, wir brauchen sie lebendig! Oh, oh, oh. Ich liebe alle zwei Dinger ein bisschen Platten bauen und so, sonst geht es Falsche an. auch beim Rutschen an den Bergen. Ist immer gefährlich. Oh verdammt! Wahnsinn! Jawoll! Woah! Wenn ich jetzt Choke chaired, dann stirbt sie, glaube ich. Uff! Klox Kevin no Choke, Alter! Hey, Rolze! Sie dürfen nicht dann kommen! Werden sie nicht! Sie schaffen es nie auf der anderen Seite! Und lass mir sich wohl nicht eingehen! Hey, du bringst dich nur um! Karma! Gott, verdammt! Oh shit, Bruder, gib ihm! Oh shit! Habt ihr die Combo gesehen, Jungs? Warte mal, ich sag mich jetzt selber. Das ist irgendwie auch so. Woah! Fuck me! Oh shit! Ich habe mich verdrückt, aber es hat funktioniert. Saved, Alter. Nein! Oh fuck! Das ist manchmal gar nicht so leicht, Alter! Oh verdammte Scheiße! Ich hab, ich hab gemacht, was ich machen sollte! Ihr habt's alle gesehen! Es hat nicht gezählt einfach! Bro, ey, ey! Chef! Ey, ihr habt gesehen, wie ich hier das gemacht hab! Auf rein, Bruder! Wait for! Weg ist er! Bro, what the fuck! Ich hab alles richtig gemacht! Ey, Connor lebt safe nur! Ich hab... Ich musste das machen! Ich hab das gemacht! Connor von Auto erfasst! Nochmal von vorne durchspielen, oder? Ohhhhhhhhhh! Ohhhhhhh! Ohhhhhhh! Mate! Ich hab wirklich nicht gejoged! Ich hab... ... alles richtig gemacht hier! ... alles richtig gemacht hier! ... ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren... ... an politischen Polizisten eingesetzt, doch dies wäre das erste Beispiel eines Annoiden, der bei Erfindungen tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt. ... Oop! Der gute Connor musste los, ja, ja, wahrscheinlich das wird sein, mate. Insane, deine Donations sind weird, danke, bro. Der Typ schaut gut aus, WTF. Hat da jemand einen Kink auf Roboter, bro, WTF? Achso, du meintest wahrscheinlich den Typen hier, oder? Wotter Maul. Was sind diese Zeitschriften immer? Ein flohender Android bewirkt Panik in Camden. Androiden-Astronauten erforschen die I.O. Und auch vorn. Finde das Graffiti. Oh. Okay. Ja, nennen wir doch einfach das da hinten, wa? Mag, mag, Tomaten, mag, weil mag, Tomaten, mag, mag. Halte R2. Achso, Leute, das hab ich rechts oben gar nicht gesehen. Finde dieses Graffiti. Okay. Schauen wir mal fix, warte. Ein Boxhandschuh. Ah, okay, inzwischen kann ich hier lang, okay. Yo, iDrax, danke für die drei Monate, mate. Willkommen zurück, vielen, vielen Dank, man. Heißen, Tyg waren? Tyg waren, weil sie mal Tyg waren? Aber no, man. Äh, was standen da gerade? Darf ich nicht hier runter? Boxer, Boxer. Bin ich schon vorbeigelaufen? Oi, warte mal, was habt ihr mit Löwe? Der Löwe, ja. Löwe, aber ich sehe auch kein Löwe hier, mate. Ich denke, wir müssen runter. Ziemlich safe sogar. Womit backen Schlümpfe mit Gaga-Mehl? Bitte nicht, Bruder. Ich kann nicht die Rolltreppe nehmen. Okay. Achso, die Treppe ist nur für Androiden. Okay, okay. Ja, ich als guter Social-Media-Influencer, als guter Streamer, hab mein Chat gerade gelesen währenddessen. Das passiert ab und zu, Jungs. Sag mal, Junge. Alles koscher bei dir, Alter? Oh, hier vor uns. War das so, oder? Ja. Womit trocknet man seine Wäsche mit den Witzen aus Kevin's Chat? Okay, okay. Wo ist das zweite Symbol? Bin ich low? Ach, hier. Yo, Flop the Flop. Dank für den drei Minuten. Chat, ihr habt es natürlich instant gesehen. Richtig, habe ich recht, Jungs? Ihr habt es instant gesehen. Ich war eine Sekunde schon drin und ihr habt es direkt rechts oben gesehen. Ach, Jungs, Jungs, Jungs. So, was ist das nächste? Ich weiß gar nicht, ob das so das Graffiti aussieht oder ob das ein Bild von oben auf das Graffiti ist. Ach, guck mal, da vorn ist es schon. Ja, Jungs, kurze Frage, Alter. Wie kommen wir da hoch? Oder reicht es, wenn wir von hier das gucken? Nee, nee, oder? Oh, doch, reicht. Nice. Aber wo ist das zweite Symbol? Das ist jetzt die Frage. So, ihr habt es wahrscheinlich schon instant gesehen, Jungs. Ach, cool. War klar, Chat, habt ihr instant gesehen? Kevin, ich habe dich lieb, nur Romo. Das ist weird. Weird? W-I-A-E-R-E-D. Viared? Das ist das gute Viared, man kennt's. Danke für die 2,50 Euro, Brüdi. Weird, schreibe an W-E-I-R-D. Nein, bro, ich sehe es nicht mehr, mate. Okay, ähm. Haben wir noch eins? Okay. Muss ja irgendwo so ein, also so ein roter Roboter ist da an der Wand. Oh, da hinten, oder? Links? Wait, what the hell? Hinter dir da, zurück? Hinter dir da, zurück? Oh, ein WTF-Gel. Was wollt ihr von mir? Das muss ja ein weißes Gebäude sein. Hier ist kein weißes Gebäude in der Nähe. Wenn, dann das da hinten. Aber das sieht auch nicht so aus, als wäre es das Richtige. Hinter dir an der Mauer. Hä? Wo? Oh mein Gott, als ob ihr das gesehen habt, guys. Never habt ihr das gesehen. Könnt ihr mir nicht erzählen. Das sah auf dem Bild viel größer aus. Ich habe das auch viel höher erwartet. Äh, ich finde das dritte Symbol nicht. Alter, bin ich blind? Oh mein Gott, hier. Holy shit. Warte mal. Das ist doch das, was wir brauchen, oder? Wahrscheinlich müssen wir da erstmal rein. Junge, habt ihr die Taxis gesehen? Holy shit. Spacey. Übelnive. Und du bist hier sicher, dass du keine Brille brauchst. Diggi, komm. Ich glaube, wir müssen das mal hier fix wegstellen. Zack. Optimal. Weiter geht's. Okay, jetzt müssen wir... Die sieht aus wie Toni. Die Germany's Next Topmodel Gewinnerin. Ach, guck mal, da ist sie. Da ist sie schon, Jungs. Alle Toni. Die hat's geschafft, Jungs, weißt du? Seit vier Tagen. Jeremy's Next Topmodel Gewinnerin, oder so. Und schon mit in einem Game drin. Easy. Alter, mit diesen komischen Symbolen tue ich mich echt schwer, Alter. Wo ist denn da bitte das Logo? Oh mein Gott, holy shit. Alter Schwede, what the fuck. Okay, aber wir brauchen ja noch eins. Müssen wir dafür irgendwie rüberklettern oder so? Findern Weg auf das Dachzug lang. Ähm. Ego, du frage, Alter. Können wir das hier verschieben, vielleicht? Oh ja, können wir. Gönnen dir ne Brille, Bruder. Na, na, na. Shut up. Ihr habt's safe auch nicht gesehen, Jungs. Junge, Alter. Holy shit. Freerunner, Alter. Ups. Na, hab ich Instagram gesehen, Jungs. Warum musst du so VR-Red sein? So haben wir noch's. Danke für die 2 Euro, mate. Und den 13 Euro Top, die Pogchamps in Chat. Okay, ich glaube, wir hustlen hier kurz mal fix drüber, Jungs. Wähle mit dem rechten Stick eine Route. Oh. Okay. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Wäre zu instabil. Okay, verstehe, verstehe. Damn, das ist fucking sick, Jungs. Okay, okay. Was ist das? Ja, das heißt ja eigentlich, dass wir das hier nehmen müssen. Ach lol, das Ding da oben habe ich gar nicht gesehen, Alter. Okay, hu. Dope. Alter, das mit diesem Vorberechen ist oh nochmal nice. Uh. Nice. Ähm, haben wir noch ein Kaffetien? Sparkle oder so, okay. Schauen wir mal. Ah. Sparkle City. So, wo haben wir denn noch eins? Hier ist noch eins. Zack. Speedrun, Boys. Speedrun. Oh, shit. Oh. Digga, WTF. Da werde ich Ewigkeiten gebraucht. Alter, danke, dass ich da zufällig drüber gefahren bin. Da werde ich tausend Jahre gebraucht. Heilige Scheiße. Safe call. Okay, okay, was haben wir zur Auswahl? Rechts und links. Ich nehme mal rechts. Okay. Wäre nicht stabil genug. Gibt es noch einen anderen Weg? Nee, ne? Nee, okay. Dann nehmen wir mal links. Okay, wir können einmal hier drüber jumpen. Was ist die andere Opportunity? Dann lang klettern. Ich habe das Gefühl, dass hier drüber... Boah, beides ist nicht so optimal, jo. Nehmen wir mal das linke. Junge Tier, Alter. Beide zu hoch. Kann ich denn von hier noch was anderes machen? Oh, guck mal, da hinten. Nice, wir haben es, Jungs. Let's get it. Man, mit diesem Vorberechnen, das finde ich auch nochmal cool. Das ist wirklich nice. Schnell Nutella rückwärts schreiben, bevor das alle tun. Oh, nee, Alter. Oh, nee, ey. Ich glaube, das hier müsste es sein, oder? Nee. Das hier ist es, oder? Das hier müsste es eigentlich sein. Oh, ja, ist es. Okay, ich habe keine Ahnung, wo dieses Ding sein soll. Ah, okay, easy. Okay, das war hier rechts, glaube ich. Das müsste das hier sein. Aber ich glaube, von der anderen Seite. Hat der Connor, der Android am Anfang, schon wieder gekillt, oder hat er bei ihm ausnahmsweise überlebt? Bro, ey, 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 chat, chat, chat. Bevor ihr ihm irgendwas sagt, okay? Okay, ja, er ist gestorben, aber es ist nicht meine Schuld, okay? Es ist nicht meine Schuld. Da stand ich so die Controller nach rechts wischen. Ich habe diesen Scheiß-Controller genommen und nach rechts gewischt, wie so ein Tier. Es war nicht mein Fehler, safe. Es war einfach ein Bug im Game. Ich habe alles richtig gemacht. Ich bin mal gespannt, wer oder was für die Größe umgeht. Oh mein Gott, Alter, mein Herz. Das war ja irgendwie obvious, Alter. Ich verstehe nicht. Ach, guck mal, über oben können wir gehen. Ja, easy. Die ist eigentlich, das war deine Schuld. Nein, 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 nein. Ey. Wie oft noch? Du solltest den Stick nach rechts machen und nicht den Controller. Chat, also es war auf jeden Fall ein Bug im Game. Safe call. Ich habe alles richtig gemacht. Da bin ich mir zu 100% sicher, Jungs. Da müsst ihr euch hier irren. 100 pro. Das war safe ein Bug im Game. Da bin ich mir wirklich sicher. Ach, Jungs, Alter. Hier geht mir manchmal ganz schön auf den Sack. Boah, sieht echt nice aus hier, Mann. Holy shit. Ich gebe ihm. Wasser war leer. War ne Vater Morgana, Alter. Jungs ist halt ins Wasser gesprungen. Er wollte auf das Schiff. Oh, ne Taschenlampe, nice. Falls Stromausfall ist, Jungs. So. Wir haben schon drei Coats, Jungs. Fünf brauchen wir noch. Aber wisst ihr, was ich jetzt gerade nicht verstehe? Wir sind doch in den Pool gesprungen. Warum sind wir denn jetzt einmal irgendwie hier unter dem ganzen, also beziehungsweise in dem ganzen Boot? Das war irgendwie gerade ein bisschen weird as fuck, Alter. Schnell WLAN wechseln, ja, ja. Sag mal, was soll denn das? Meine Güte, ey. Nichts funktioniert hier in dem Puff. Oh, oh, mein fucking Gott. Oh, oh, Junge, Alter. Bruder, mein Herz, chill. God, Jesus Christ. Junge, WTF, Ariane, Alter. Heilige Scheiße, hab ich mich gerade erschrocken. Ich hab damit gar nicht gerechnet, Alter. Ich hab Kacka gemacht. Die Unterhose bezahlst du mir, Tobi. Weißt du, solange vor deinem Namen eine Scheiß-Krone ist, aber kein verfügter Sub-Button. Also, so Sub-Icon. Solange mach ich gar nichts, okay? Mann, 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 Mann. Oh, renn, Alter, Junge, renn. Nee. 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 Wenn der jetzt auch noch stirbt, Jungs, dann hab ich richtig verschissen. Okay, er lebt noch, er lebt noch. Kevin, WLAN wechseln. Backdoor kaufen. Ja, und Twitch Slay? Danke für den Sub, Bro. Oh, mein Gott. Willkommen, Jericho. Ist Jericho jetzt einfach dieses Boot quasi? Also... Okay, ich bin gespannt, Alter. Ich bin übel verwirrt. Ich geh ganz, ganz fix auf Klo, Jungs. Ich brauch ganze 10 Sekunden maximal. Okay, jetzt bist du dran. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sorry, Jay. Ich bin kurz an was zu essen vorbeigekommen. Ich bin wieder da. Easy. Weiter geht der Bums. Bitte sehr. Ja. Ja, danke. Hey, Hank. Guten Jungs. Das ist hier. Das war nur ungefähr 10 Sekunden. Wie immer. Ja. 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 Oh, der liegt noch. Jungs. Komm, der liegt noch. Der ist froh. Ich habe ihn nicht getötet, Jungs. Saved. Der Vorfall sollte die Untersuchung nicht behindern. Die Untersuchung behindern? Du wurdest gerade überfahren und jetzt stehst du da, als wäre nichts passiert. Eine Maschine wurde zerstört und eine andere wurde als Ersatz geschickt. Ich verstehe ihr Problem damit nicht. Okay, leck mich. Nice. Leck mich am Arsch. Lass mal gut sein, Bruder. Ich verzichte. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Yoshido, danke für den Twitch Prime, Brudi. Essen Sie in Ruhe auf. Mach ich. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Okay. Boah, Jungs, dieser Sandwich-Käse, der noch so extra mal eingepackt ist, wo jede Scheibe noch mal in Folie eingepackt ist. Beste, Alter. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Was wissen wir über diesen Kerl? Nicht viel. Connor ist so emotionslos. Der ganze Zeit ein Roboter. Die Wohnung sollte unbewohnt sein. Aber der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen, der eine LED verbarg. Oh Mann, wenn wir jetzt auch noch jedes seltsame Geräusch untersuchen sollen, brauchen wir echt mehr Cops. Eintreten. Muss ich raus. Drogenverhandlungen. Machen Sie auf. Aufmachen. Detroit Police. Bleib hinter mir. Verstanden. Oh shit, Junge. Gib ihm. Als könnte man so jede Tür easy aufbrechen. Mal entspannt, Bruder. Ich esse kurz mein Sandwich auf. Was zur Hölle ist das denn? Oh shit, der Typ ist von Militär, Jungs. Vermutlich Initialen. Ich hoffe, dass er gleich mit seiner M4 da steht und uns komplett beiseite kühlt. Er hat Tierfutter mit am Start. Connor lebt wieder. Seine Software wurde quasi auf eine neue Maschine überspielt. Also der ursprüngliche Connor ist gestorben, aber er ist haben ihn quasi neu erstellt. Also he back, bro. Was haben wir hier? UFD, Alter. Urban Farms of Detroit. Was steht da? Felder im Herzen der Stadt. Okay. Keine Ahnung, es ist halt eine Obst- und Gemüsefarm. Warum hat er davon ein Bild in seinem Zimmer? WTF? Ah, don't get it, man. Knopf, danke für die drei Monate. Willkommen zurück. Eieieieiei, was haben wir denn hier? Nen Buch. WTF? WTF? Ich weiß nicht. Wohl eine Art Notiz. Das Buch, aber es ist nicht entzifferbar. Von der Arbeit kommen und einen Stream gönnen. Gibt nichts Besseres. Papa L, was habe ich verpasst? Wir sind ein Roboter. Wir spielen mehrere verschiedene Androids, also so Roboter. Die Roboter werden gehasst. Und irgendwas bringt die Roboter anscheinend dazu, dass sie Emotionen fühlen. Und das hier ist Connor und der hilft der Polizei. Also so ein Polizeiroboter quasi, so ein Polizeie-Android. Scheiße, ich hasse diese Viecher. WTF, Alter. Irgendwas war komisch in meinem Sandwich drin. Ein Stück irgendwas. Keine Ahnung. WTF. Yo, EZE, danke für die 20 Monate. Willkommen zurück, Bruni. Seine LED ist im Waschbecken. Und X-Kride, Maboy, danke für den Twitch Prime. Was gedacht, Mann? Ja, Blausblut ist von den Androiden, genau. Da steht überall dieses RA9. Und zwar 2471 Mal. Das gleiche Symbol hat Ortiz-Android an die Duschwand geschrieben. Wahrscheinlich ist es der Virus oder so. Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Ich bin echt gespannt, was es damit auf sich hat, Jungs. Ich denke immer, es ist irgendwie sowas wie ein Virus oder so. Aber das wäre irgendwie zu obvious. Also, wisst ihr, was ich meine? Aber schauen wir mal. Muss ich irgendwie von der anderen Seite ran, oder? Warte mal, ich glaube, ich muss das Ding von der anderen Seite nehmen. Ich denke, es ist so ein Oberroboter. Kann auch sein, ja. Aber der muss ja dann sowas wie ein Virus oder so quasi, weißt du? So ausbreiten. Finde den Ursprung des Lärms. Hä, was ich kann... Ach, warte mal, kann ich das vielleicht wieder aufstellen, bevor ich scannen? Geht das vielleicht? Bro, ey, Ronny. Ist es gerade dein Ernst, Mann? Nee, kann ich nicht. Jetzt habe ich schon. Oh mein Gott, my bad. Jetzt hört das Game immer noch, XD. Bro, es ist ein Story, was mehrere, keine Ahnung, mehrere zehn Stunden geht oder so. Zehn, zwölf Stunden. Natürlich spiele ich das Game noch, Bro. Verdächtigste... Verdächtiger war vor kurzem hier. Wait, also müsst ihr doch nah sein. Äh, du fucking Ronny, Alter. Uäh, flop. Ins Wohnzimmer gerannt. Okay. Okay, 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 okay. Was haben wir hier? Oh, nee, wir müssen ihm dann am Ende wieder sagen, was genau passiert ist, Alter. Ich werde wieder die Hälfte vergessen, ich sag's euch. So, was haben wir noch? Was ist das hier? Spuren frisch. Spuren von verzinktem Stahl. Oh, warte, warte, fahrt mal live. Wir müssen es noch, äh, rekonstruieren hier, den ganzen Hasen. Mhm, mh, 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 mh. Mhm, mh, mh, mh. Ah, was ist da? Verdächtiger hat gehört, wie wir reingekommen sind. Und was dann? Oh, der Verdächtige ist noch hier. Uh. Ja, das könnte sein, Bro. Oh, shit. Jetzt geht's ab, Jungs. Jetzt geht's ab, Alter. Oh, der kann einfach runter. Holy shit. Oh, X. Easy going. Kein Problem. Nochmal X auch. Gar kein Problem. Hast du, ich muss selber laufen? Oh, Mann. Schneller, aber riskant. Okay, wir nehmen schneller, aber riskant, Chad. Less RNG. Schneller, aber riskant. Direkt aber überlaufen. Was auch mal überlaufen? Nein. Ach so, dass viele Leute da langlaufen oder was? Ah, kein Problem. Oh, shit. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Junge, holy shit. Direkt, aber langsam. Schneller, aber riskant. Okay, den wird schneller, aber riskant wieder. Gleich stirbt er wieder. Was heißt wieder? Keine Sorge, Chad. Ich hab alles unter Kontrolle hier. Woah. Ach du Scheiße. Das jetzt alle Knöpfe richtig gedrückt, Chad. Pop Champ. Noch kein Fehler begann. Easy. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, fahr! Jetzt schon. Oh, wo ist er hin? Fah! Oh, scheiße. Scheiße, fuck, wir hatten ihn! Oh, der Choke. Schon okay. Schon okay. Ist egal. Wir wissen, wie er aussieht. Der kommt nicht weit. Komm, verschwinden wir. Das ist genug Gemüse für einen Tag. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich bin auf Erfolg programmiert. Same here, same here. Manchmal geht's halt einfach nicht. Fuck. Bro, als ob ich genau am Ende choke, Alter. Oh Gott, fuck, Alter. Das gibt's doch nicht. Damn, son. Ich hab mein Bestes gegeben, Chad. Ich schwöre es euch. Fuh. Wer seid ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. North. Ähm. Das hier ist Jericho? Eine Zuflucht für die, die nicht länger Sklaven sein wollen. Sich verstecken nur, um zu überleben? Das ist Freiheit für dich? Menschen hassen uns. Wir können nur im Verborgenen überleben. Für solche wie uns gibt es keinen sicheren Ort. Wenn Menschen uns entdecken, töten sie uns. Okay, 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 okay. Ihr wusstet, dass nur ein Android der Spur folgen kann, nicht wahr? Nur wer wie wir ist, kann Jericho finden. Konntest du die Zeichen entziffern, hat einer von uns dich als vertrauenswürdig erachtet. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Der Schrottplatz, Ehrenmann. Okay, what the fuck. Wer ist denn Lucy jetzt schon wieder hier? Oh, schau mal. Erkunde Jericho, finde Lucy. Danke für deine tägliche Unterhaltung, bester Streamer. Hoffe dir geht es gut. Sei für so wenig Mann, ich bin gerade Bruch. Digga, geht gar nicht, du Bastard. Danke für die drei Euro, mate. Vielen, vielen Dank, Mann. Und ich bin Arschmügel heute. Keine Ahnung warum, aber ansonsten geht es mir gut, Mann. Danke für die drei Euro, Bruni und die netten Worte, Mann. Wait, what the fuck? Was geht denn mit ihr ab, Alter? Junge, sie sieht übel aus. Sie sieht wirklich übel aus wie Rihanna, Mann. Es ist so eine Mischung zwischen Rihanna und Cardi B. Und ein halber Kopf fehlt. So eine Mischung aus den drei. Und ein bisschen Rita Aura ist auch noch drin. Ich stoppe die Blutung. Ah, juckt die nicht. Edel, Mann. Schön an den Kabeln. Ist das ein Slurp? Ein Bigness? Mini-Shit. Wie wir alle einfach direkt an'selbe denken. Ist so low, Alter. Ich schwör's euch. So low, Alter. Der Slurp, das Alter. Ist doch Shifty hier, oder? Gib mir deine Hand. Was hat die für crazy Schminke, Alter? Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Okay. Hat Papa Plattet God of War schon durch? Jopp. Haben wir durchgespielt. Nach drei Tagen hatten wir's, glaub ich, durch. Oder vier. Also ich glaub, ich hab insgesamt wirklich so 27 Stunden gebraucht, oder so. Das hat schon extrem lange gedauert, Alter. Bin in einem üblen Zustand, was? Mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht. Aber es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Warum spammen die alle 420, Jungs? Sie wandten mich an deinem Auto fest. Okay. Sie wollten wohl nur in mir was sagen. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich... Ich will mich nicht abschalten. Er hat hier die Nummer 420. Der alte Hustler. Schauen wir uns mal fix um hier in den Bums. Okay, machen wir erst mal das hier. Feuer entfachen. Schöne Feuertonne, Junge. Achso. Ich dachte, es kommt irgendwie eine Cutscene oder so. Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Digga, die sieht aus wie leiser Koshy. Weißt du, was danach... Eine verkrächte Version von leiser Koshy, aber leiser Koshy. Nein. Nein, leider nicht. Doch, 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 doch. Über wie leiser. Mega. Ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Sieht halt mega aus wie leiser, WTF. Schön, dich kennenzulernen, Markus. Windows 10 Update, Jungs. Windows 10 in a nutshell, Alter. Oh, shit, Alter. Ja, moin. Abgestürzt. Blue Screen. Ist nicht mehr. Ist einfach abgestürzt. Task Manager, Jungs. Steuern, Alter, entfernen, komm. Neustart, ne Ding. Oh, Mann, ey. Robo.exe stop working. Oh, shit, ey. Ding, er sieht wirklich aus wie Schofield. Er hat auf der Straße gelebt. Aus Prison Break. Ich wusste, die ganze Zeit, ich kenne ihn irgendwoher. Ich will ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Damn, son. Where'd you find this? Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus. Save, der sieht aus wie der Doc von Grey's Anatomy. Dr. Avery. Ich hab Grey's Anatomy noch nie geguckt, Alter. WTF. Sorry, mate. Ich kann dir da leider nicht aushelfen. Danke für die 2-Auge-Placke, by the way. Grip. Oh, was ist hier? Cyberlife. Cyberlife, Lager und Docs. West, irgendwas. Detroit, Michigan. Okay, nice. Was heißt? Kurz mal Google Maps. Und er breite Simon einen Plan. So, Ronikowski, wo bist du? War das hier Simon? Nee, ne? Doch. Hat er geschlafen? Ich weiß, wo Ersatzteile sind. WTF. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Ich stelle Simon Twitch Prime vor. Wir können nicht einfach rein. und uns etwas nehmen. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Das ist mein Girl. Ich versuch. Okay. Bin dabei. Ah, Jungs. Ist das herrlich, ey. Ist das herrlich. Ich weiß gar nicht, wie weit wir im Game schon sind, Alter. Also, warte mal. Ich gucke mal ganz fix, wie lange das Game allgemein ist. Äh, allgemein ist. Oh, Junge, ey. Sprachfehler ist heute mal wieder ganz strong. Wie heißt das Game, was für ein Spiel nochmal? Destroyed. Become Human. Game Length. Hier steht 40 Stunden. Holy shit. Ja, und schmeckerlack. Allein für die zwei Monate, mate. Willkommen zurück. Vielen, vielen Dank, Mann, Moni. Detroit Become Human will take between 25 and 30 hours to complete. Okay. Holy shit, das wäre wirklich krank, Alter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wirklich so lange brauchen dafür. Also, da war auch ein Artikel bei Google. Da stand, äh, acht bis zehn Stunden. Aber der kam 2016 raus und ist höchstwahrscheinlich für das alte. Detroit Become Human. Soda hat nicht mal zwölf Stunden gebaut? Okay. Wer fragt das? Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so lange dauert. Aber schauen wir mal. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Ihr seid am falschen Ort. Tut mir leid. Wir können dir wundern. Wir brauchen wirklich Hilfe. Was geht ab, Mann? Bronson. 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 Der sieht aus wie Summer Jam. Alle sehen einfach irgendwie aus wie irgendwer. WTF. Habt ihr den neuen Song gehört von Summer Jam und Bowser? Kommt rein. Nicht zu schildern. Luther, wärst du so lieb und nimmst dir damit bitte mal ihre Mäntel ab? WTF? Oh, okay. Holy shit, ist er breit. Luther ist ebenfalls ein kleiner, mit dem ich halb. Er leistet mir Gesellschaft in diesem großen, leeren Haus. Holy shit. Oh, wie langsam er läuft, Alter. Holy, what the fuck. Macht es euch gemütlich. Wie habt ihr von mir gehört? Ein Android. Unterwegs. Er sagte, sie helfen. Verstehe. Oh. Abweich bleiben. Was ist mit ihr? Sie ist ein Mensch. Uah. Sie hat das M-Wort gesagt. Boah. Da guckst du mir direkt hoch, Alter. Und ihr sucht einen sicheren Ort, um ein neues Leben anzufangen. Ich höre, Kanada soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein. Herrliche Landschaft, sehr viel Platz, frische Luft und keine Androiden-Gesetze. Toll für einen Neuanfang. Ja, das... Das ist genau das, was wir vorhaben. Natürlich. Ich helfe euch. Die Modessünder, sie hat den Krang nach oben. Erst musst du den Sender loswerden. Sender? Ja. Oh shit, das stimmt, Alter. Alle Androiden sind mit einem Peilsender ausgestattet, mit dem man sie orten kann. Ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide sicher. Kommt schon. Folgt mir. Ach, die Kleine kann im Wohnzimmer auch wohl zwar sein. Nein, sie bleibt immer bei mir. Ja, ist besser so, Alter. Natürlich. Besser ist das. Wie Henke sagen wir. Hier entlang. Alles, was wir brauchen, ist im Keller. Mega nett, der Dude. Ja, der ist wirklich nett. Ich habe ein bisschen Angst, dass er nicht wirklich so nett ist, wie er scheint. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Es gibt mir den leichten Shady-Vibe hier. Und dein Mann. Gehen wir. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Er ist etwas komisch. Aber wir können ihm bestimmt trauen. Wir haben ohnehin keine andere Wahl. Bitte entschuldigt das Chaos. Ich brauchte ein diskretes Versteck für meine Maschinen. Sender zu entfernen ist illegal. Da ist Diskretion wichtiger als Komfort. Ich hoffe, die Kleine hat keine Angst. Nein. Nein, sie kommt klar. Das ist gut. Ich habe ein bisschen Schiss hier in dem Keller, Jungs. Aber schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück, Jungs. Hier lang, bitte. Die zwei verwirrten Frauen. Wissen nicht, wohin mit ihr im Leben, Alter. Wenn die zwei Minuten mal wieder reinkingen. Die verwirrten zwei Minuten. Stell dich bitte da drüben hin. Monke X, Alter. Vielleicht werde ich jetzt auch groß und stark wie sein Dude. Oh, what the fuck. Oh, shit. Nein. Oh, Gott. Mit deinem Grund funktionieren die Sender in Abweichlern nicht. Darum seid ihr so schwer zu finden. Ah, okay. Also, gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen? Was? Sie sagten doch... Ja. Man glaubt, was man glauben will. Ihr Abweichler seid so naiv. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Und ich setze sie zurück und verkaufe sie. Oder ich behalte sie für Experimente. Nein! Nein, ich will kein Reset! Lassen Sie mich gehen! Ich vergaß ja das... Ruhig bleiben. Sperre es ein. Ich regle das später. Alice! Alice, nein! Hallo, hallo. Kannst du mir nicht bitte ihre Brust anfassen, Peter? Das ist so süß. Und so verblendet. Wir sollten diesem Elit ein Ende machen. Komm Summerjam, ich hab dein Album gekauft. Lass mich in Ruhe. Oh, what the fuck? Oh, Boys. Das kommt davon, wenn man Träume hat. What a nose! Das Ende ist immer das gleiche. Tränen und Erdüchterung. Glaubt mir. Er will uns helfen. Hundertprozentig, Jungs. Ich fühle mich nicht zu fühlen. Ich fühle es einfach. Kein Schmerz mehr. Und keine falsche Hoffnung. Ich beneide dich fast. Kara! Oh, arme kleine Alice. Oh, deine Mami scheint dich gar nicht zu erklären. Oh, holy shit. Deine Mami hat dich wohl komplett vergessen. Kairos, was ist mit dir passiert? Okay, das reicht jetzt. Komm schon. Ja. Du beißt mich? Bis dir bringe ich mein Nieren bei, du kleines Miststück. Kara! Wach auf, Kara! Wir treffen uns im Wohnzimmer. Äh. Bruder, ich weiß nicht, ob du... Also, ich bin hier angeschnallt. Wohin. Einen Kurzschluss verursachen. Bamm. Was muss ich noch machen? Oh Gott. Hab ich schon da? Oooooooohhhhhh Oooooohhhhhh Es war so hohl. Ich wusste, dass es das Grüne war. Ich hab aber aus irgendeinem Grund das Gelbe genommen. I don't know why, Alter. Fuck, das ärger mich ja mies. Ich wusste, dass es das Grüne war, aber ich hab das Gelbe genommen. I don't know, warum. Oh, shit. Ich dachte, wir müssen irgendwie eine Reihenfolge machen und haben mehrere Versuche oder sowas. Yo, Edmar, danke für den Sub. Ah, shit, ich hätte mit Grün anfangen sollen. Ah, ich war unter Drogen, Jungs. Heilige Scheiße, Mann. Er hat ihren Speicher gelöscht. Nein. Das darf nicht passieren. Du musst dich erinnern. Tu es für sie. Oh, what the fuck? Er spielt gern mit uns. Er schafft Monster. Nur zum Vergnügen. Doch, wer ist hier das Monster? Kranker Bad, Bruder. Schau, was er getan hat. What the fuck? What the fuck? Du musst dich erinnern, wer du bist. Du musst dich erinnern, wer du bist. Sonst wird die kleine sterben. Und du musst dich erinnern, wer du bist. Und du musst dich erinnern, wer du bist. Ich höre. Du musst dich erinnern. Oh, nice, Jungs. Sie erinnern sich wieder langsam. Oh, nice. Sie erinnern sich wieder langsam. Aber wo waren denn die ganzen Fiecher vorhin, als wir hier unten runtergegangen sind? War die ja auch nicht da. Jo, Rainer, danke für die zwei Monate. Willkommen zurück. Danke für den Resub, mate. Oh Gott, Alter. Okay, also mit jedem bisschen, was wir quasi wieder erforschen. Dann kriegen wir so einen kleinen Flashback. Okay, nice. Ist das hier das Wohnzimmer? Jo, guter Tag, Kleigas. Danke für die 20, Mann. Dom um ihn, Junge. Alles fit im Lüfter? Bitte nicht. Oh, warte mal. Wir müssen hier nicht rein. Ist das hier das Wohnzimmer? Äh, Jungs, Entschuldigung. Meisters Essen ist fertig. Bring es hoch zu ihm. Ja, Luthor. Yo, Unlogic, Mann. Oder Unlogic, Mann. Danke für den Start, Bodi. Viel, viel Dank, Mann. Ist auch der Ronny hier irgendwo? Stell es einfach auf den Tisch da drüben. What the fuck? Junge, das ist doch mal ein healthy Breakfast hier, Alter. Perfekt. Bring den Kadaver weg. Äh, nach dem Mann. Die scheiß Schlappe ist einfach aufgehauen. Diese verfluchte Ohr hat mich nie gerne beschützt. Sein Buch einfach verlassen. Warte, das ist nicht dieselbe Person, oder? Hast du mich verstanden? Nein, 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 das kann nicht dieselbe Person sein. Safe nicht, Jungs. Ich glaube, sie hat sich einfach nur daran erinnert, weil er so einen forschenden Ton hat einfach. Hier ist nichts mehr zum Abdingsen. Äh, was sollen wir machen? Die Leiche. Achso, ja, richtig. Meint ihr die hier, oder welche? Oder die hier? Ah. Los, da! Los, da! Was ist denn jetzt schon wieder, Chad? Ich habe halt kurz vergessen, was wir machen sollen. Ich habe einfach nachgeguckt. Chill, eure Tilly ist alle. Jungs, what the fuck? Chill. Nee, ich bin dank für die fünf Monate, mein No Name. Mach ruhig. Und, äh, Nick, drop mir sub für Hallo Man 2-Tab. Danke, Bro. Oh, shit. Ähm. Ja, gute Frage, wo wir die hinmachen. Ich glaube, können wir es nur am Anfang hinlegen, oder überall? Danke, Chad, ich weiß, dass ich die ablegen muss. Seid ihr irgendwie behindert? Ich dachte, es ist wichtig, wo wir sie ablegen. Chillt doch mal, Jungs. Ohne Spaß. Ihr müsst mal chillen, Jungs. Okay. 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 Ich bin vielleicht nicht unbedingt der aller aller super intelligentste, wenn es um Storygames kommt, Jungs, okay? Aber ich muss euch immer vorstellen, die meisten von euch geben Geld aus für mich. Was wiederum bedeutet, ihr seid noch blöder, Jungs. Also chillt eure Tittys. Okay, mein fucking Idiot von Hacksbit, dein Lieblings-Horby, Mann. Ich muss los mit dem, Jungs. Geh jetzt saufen. Bro, viel Spaß, Mann. Papa, ey, den Schärf für den Dude. Wenn die Haube. Was ist das denn, Alter? Als ob der das dann doch ist am Ende des Tages. Ja, das ist hier Dings zum Cracklauchen, oder? Ich geh nochmal rein. Ich hab das Gefühl, ich hab irgendwas übersehen. Also eigentlich kann es nicht dieselbe Person sein. Das wäre ja irgendwie... Bro, da weht hier etwas. Entspann dich mal, Dreamband. Okay, weiter geht's. Jo, Gine, danke für den Sub, Rudi. Was geht ab, Mann? Und ZhangJ on the beat. Danke für den Sub, Bro. Vielen, vielen Dank, Mann. Mach kurz nen Power-Nap. Oh, hier ist irgendwas zum Ändern, glaub ich. Ah, ne, ist nur ne Zeitschrift. Oh. Wir müssen so viel finden wie möglich, um uns an Sachen zu erinnern. Aber hellige Scheiße. Oh, Alice im Wunderland. Nice. Das war das Buch, was das Mädchen gelesen hat. Nice. Pop-Champ, das war wichtig. Sie weiß... Sie weiß ihren Namen auch. Alice? Okay, okay, okay. Nice, 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 nice. Einige Bewohner-Detroids wurden heute Morgen von einer wilden Verfolgungsjagd aufgeschreckt. Ich weiß nicht, was ich alles in der Zeit schaffen muss. Ich muss mich doch einfach nur erinnern in der Zeit, oder? Was hatte ich doch hinbekommen. Junge, jetzt Echo-Runde. Jungs, nur P250 kaufen. Das ist übel schwierig, Alter. Ich bin grad mega überfordert. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Okay, nice. Alice? Kara? Kara, du erinnerst dich? Wie könnte ich dich vergessen? Es tut mir so leid. Du hattest recht, wir hätten nie herkommen sollen. Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sagen. Damn, son. Where'd you find this? Yo, Homeboy. Ich geh doch mal saufen. Wir haben einen Hessentag bei uns. Bis später, Budi. Was auch immer Hessentag ist, mate. Viel Spaß, Alter. Danke für die 2 Euro, Budi. Chat, ich haus euch ziemlich doll. Habe ich euch das schon mal gesagt? Nein? Aber ich tue es auf jeden Fall. Keine Sorge. Chat, ihr fucking besser, wenn ihr so ein Mongos, Alter. Auf der anderen Seite mag ich euch auch, okay? Aber eh verstanden, was ich sagen möchte hier. Ah, was muss los? Wahrscheinlich müssen wir über die Tür hier gehen. Okay, wir müssen uns verstecken. Nimm mir rein, was ist hier? Achso, lol. L-Zweige. Ich kriege jetzt nicht L-Zweige, wirklich Fisch. Ja, und Merlin, danke für den Sub, man. Was, genau, Budi. Bestes Versteck ever, by the way. Oh, my God. Komm, Bruder, geh doch jetzt einfach aus dem Raum. Ich weiß nicht, ob ich warten muss, bis er aus dem Raum ist, oder ob ich jetzt schon raus muss. Ei, 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 ei. Oh, safe, 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 safe. Komm, Bruder. Digga, wart, ihr wart doch schon aus dem Raum. Ich hatte auch ohne Geduld, ich spüre es euch. Nein, ich hab's gemacht, ich schwöre es euch. Nein, ich hab's gemacht, ich schwöre es euch. ich bin überrasse sind wir nicht schauen Das Versteckspiel ist jetzt vorbei. WTF? Yo, Mission! Nein! Nein! Der wäre echt gut, Mann! Bro! Keine Ahnung, Hintertür, I don't know. Ich denke mal, die Hintertür ist besser. Alice! Oh, nee! Ach, halt dein Maul, Alice! Lauf, Alice! Oh mein Gott, Mädels! Ihr Vollidioten, Alter! Oh mein Gott, ich hasse Frauen! Du warst gewarnt! Träume enden immer in Teilen. Du hättest auf mich hören sollen. Dem Typen wäre das nicht passiert. Was machst du denn? Geh mir aus dem Weg! Nein! Oh, fuck! Choralla eben, Bruder! Woah! Wie kannst du es warten? Was fehlt euch einfach? Oh, shit! Was wollt ihr hier? Karma Strikes Back, Boy! Habt euch rausgelassen! Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Gehorcht mir! Ich bin euer Meister! Ich bin euer Meister! Ich bin euer Meister! Oh, Rips Tammer Jam, Alter! Ich wollte dir nichts tun. Er hat mich auf Gehorsam programmiert. Als ich sah wie die Kleine, ihr Leben für dich riskiert. War es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch hinbringen. Bro, so ein Cut hier an der Seite ist so ein Flieger. Ich könnte euch beschützen. Ist das irgendwie mir aufgefallen? Ich und die Kleine. Okay. Ich vertraue dir. Der Typ sieht super dope aus. Ich weiß nicht, was ich von dem Cut hier halten soll. Aber ansonsten plus eins hängen. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Irgendwo die 100, Brudi. Seine Haare sind krank stabil. Wie gesagt, ich bin nicht so der Fan von dem Cut hier. Aber ansonsten... Dicke, wie viele Möglichkeiten es bitte gab. WTF? Okay, du hättest links rechts lang gehen können. Du hättest überall choken können. Aber trotzdem krank. Dicke, krass. Oh, ja. Oh, oh. Oh, oh. 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 Boah. Das war gestreckt, Jungs. Ich finde Amanda. so was ist mit dir was hältst du von dark souls remastert keine ahnung was ich als nächstes auschecken möchte ist auf jeden fall shadow of the colossus oder shadow of colossus shadow of the colossus ich weiß ich habe die oder ohne die aber davon gibt es auch ein remastert das möchte ich jetzt checken ein kleines stück shadow of the colossus okay ja dann das game obwohl er die ganze zeit im regen gelaufen ist ist ein anzug nicht nass läuft bei ihm weiter dieser abweichler war ein faszinierender fall zu schade dass du ihn nicht festnehmen konntest ich mach mal nicht auge abweichler handeln völlig irrational was es schwierig macht ihre aktion vorherzusehen aber ich hätte effizienter sein müssen konntest du etwas herausfinden ich fand sein tagebuch aber es ist verschlüsselt die deschiffrierung kann wochen dauern was noch die wände des apartments waren mit labyrinthen und anderen symbolen bemalt wie andere abweichler schien er wie besessen von r a 9 ich glaube corner ist ein bisschen böse und schätzt du warst kurz davor den abweichler festzunehmen also ich weiß ich meine er arbeitet irgendwie für die polizei aber ich weiß nicht was ich meine es scheint schwierig für ihn zu sein wenn in connor zerstört und dann ersetzt wird ich weiß menschen kommen schlecht mit verlust zurecht es wird sicher probleme mit ihm geben wenn das noch mal passiert und bleibt nicht viel zeit die abweichung breitet sich weiter aus es ist nur eine frage der zeit bis die medien davon wind bekommen wir müssen das beenden um jeden preis ich bringe diese untersuchung zu ende am ende ich werde sie nicht enttäuschen es gibt einen neuen fall geht zu ende sind und untersuche ihn okay Mates Mates kurze frage jungs wir überlegen heute vielleicht noch ins kino zu gehen was ist der film den ihr empfehlen würdet von den drei die ich jetzt sage dieses ready player 1 oder wie es hieß quite place und noch einen noch einen hatten wir Wahrheit oder pflicht oder so von den drei welches würde die nehmen jungs weil wir hatten geguckt und einen von den drei wollten wir gucken ich persönlich wäre für ready player 1 oder wie es hieß aber ich weiß ich wahrheit oder pflicht hat sich halt richtig whack angehört aber der soll ganz gut sein glaube ich was ist ein wahrheit oder pflicht ist das ein horrorfilm Jemand zu hause Junge chill Oh es ist ein horrorfilm Also Ines die freundin von wenig meinte der soll ganz gut sein hat mir sie nie gesagt Aber Aber I don't know man I don't know Und ready player 1 sah halt richtig sick aus Oh shit das war dann ich Jeder Kommh der ist richtig ganz ein Lust Sumo sieht aus wie Monte, naja geht so ne. Aber ich verstehe warum, ich verstehe warum. Wait, what the fuck? Hat er sich umgebracht? Spuren von Alkohol. Lieutenant! Aufwachen Lieutenant! Ich bin es, Connor! Bam! Ich werde sie zu ihrem eigenen Wohl auslöchtern. Ich muss sie warm, das wird nicht angenehm. Verpiss sie aus meinem Haus! Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche sie. Der alte Alkoholiker. Danke im Voraus für ihre Kooperation. Hey! Verpiss die Gefäß von hier! Verpiss die Gefäß von hier! Hey! 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 Wollt ihr doch nicht im Wollt! War deine Hände! Fassi! Ich bringste ja wie woffen, ja! Raps! Ich glaube ich muss kotzen! Nice Dinger. Freu mich! Na, lass mich in Ruhe, du Arschloch. Ich geh nirgendwo hin. Was soll ich so? Ich will nicht mal. Danke. Tut mir leid, Lieutenant. Es ist zu ihrem Besten. Hä, warum bahnen wir ihn jetzt? Ich raff' gerade gar nichts. Damit er wach wird, oder was? Also, damit er was rafft wieder, oder wieso? Hä? Warte mal, hab ich irgendwas verpasst? Bringt Wasser ins Gesicht, dass man ausnüchtern? Hab ich hier irgendwas verpasst? Also, wait, what the fuck? Also, ich mein, dass es kaltes Wasser ins Gesicht, dich so ein bisschen wacher macht und so, yo, aber... Oh, wait, heißes Wasser? Ja, aber nicht so instant, oder? Ja, er ist so instant wieder nüchtern, als hätte er nichts getrunken. What the fuck? ...oder ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Cop, der meldet, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Vielleicht geben sie den Fall ab. Jemand anders wird zugewiesen, und ich kann meine Mission fortsetzen. Das ist doch eine verdammte Mission. Alles andere ist dir egal, hä? Hören Sie, Lieutenant, Sie sind nicht Sie selbst. Sie sollten... Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Oder Egon, ey? Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht scharten. Im Schlafzimmer schrankt sie die paar Klamotten. Got him! Ich hole sie. Nices Jet, Alter. Sexclub? Da ist er dabei, direkt. Da würde ich gezögert, Alter. Was möchten Sie anziehen? Egal wie voll. Oh, shit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Jungs, ich fühle das linke Outfit. Ähm. Wir geben ihm das Hippie-Outfit, okay? Fuck it. Oh, Mann. Gib ihm, Bruder. Nimm die Off-White-Jacke. Nur, äh, gib mir fünf Minuten, okay? Klar. Luis hat mir gerade geschrieben, Digga, ich schaue mir gleich ein Match-Motoball an. Das ist Fußball mit Motorrädern. Quasi Rocket League IRL mit Mopeds. Oh, shit, ey. Okay, wir warten jetzt kurz auf ihn, währenddessen können wir seine Bude ein bisschen durchsuchen, ne? Was ist denn hier los? Schön, die Taschentücher im Schlafzimmer. Okay, was? Ein dritter Weltkrieg wird jeden Tag wahrscheinlicher? Monka-S, Alter. Oh, der Doro, Alter, der ist echt groß, Mann. Oh, der Controller vibriert leicht, das ist sehr angenehm. Oh, Mann. Wie heißt diese Art von Hund? Ist es, ist es Bernhardina? Ja, ne? Wahrscheinlich spreche ich es nicht richtig aus, aber ihr wisst, was ich meine. Okay. 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 Die guten Michigan-Brothers. Hank liebt Jazz. Chad, was sind die Töchter von meinem Onkel für mich? Meine Cousinen? Falls ja, sind meine Cousinen gerade hier. Falls nicht, dann nicht. Alles in Ordnung, Lieutenant? Bei sowas wie Cousinen und so, da geht es halt immer noch, aber wenn wir manchmal auch so Familienfeiern sind, Alter, das sehe ich gar nicht mehr durch. Da ist dann irgendwie der Freund von der Großtante von Schießmichtod dabei, Alter. Junge, Junge, Junge. Ich weiß nicht, was wir jetzt noch erforschen sollen, bis er kommt. Ich meine, ich habe doch alles erforscht, oder? Haben wir jetzt irgendwas übersehen oder so? Oh, oh, lol. Hier liegt eine Waffe noch. Hier habe ich gar nicht gesehen, Alter. Um was geht es in dem Game? Wie soll ich ihn fragen? Was wollten Sie mit der Waffe? Russisches Roulette. Ich wollte sehen, wie lange es gut geht. Ich muss voll zusammengeklappt sein. Sie hatten Glück. Der nächste Schuss hätte sie getötet. Was? Ich spiele einfach russisches Roulette mit sich selber. WTF, Alter. Yo, Queer Tribal, oder Tribal. Queer Tribal, danke für die drei, Mann. Guck mal, da ist ein Kaktus neben dem Fernseher. Die könntest du doch auch langsamer zulegen. Ich werde mir kein Kaktus zulegen, okay? Hier eigentlich nur wegen Domo. Fucking Clickbait. Kleiner als drei. Ich bin eigentlich nur hier wegen Domo. Danke für die zehn Euro, Brudy. Vielen, vielen Dank, Mann. Papa, den Chef für den Hut. Kaktus, danke, Mann. Sehr schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da. Und Muskelkater ist keine geile Kombination, Alter. Joscha, danke für den Sub. Hey, warum läuft da unten? Fuckin, Timer. Aber was wollten wir nochmal holen? Ich hab's vergessen. Wir wollten irgendwelche Ressourcen holen, aber ich weiß nicht mehr, was ist da. Wir suchen das Cyberlife-Lager. Ah, Asatzteile. Und blaues Blut. Okay. Oh, man kann jetzt das blaue Blut dann nachfüllen? Ah, okay, okay, okay. Wo ist noch? Sie dürfen uns nicht sehen. Ich ziehe mir kurz der Energy, so ist Pettich hier beiseite, Alter. Übrigens, Jungs. Kleines Update zu meiner Situation. Ich hab in einem Monat einen Termin in einem Schlaflabor. Und die gucken dann, ob mein Schlaf so nice ist und so. Also erstmal hab ich den ersten Termin und ist so eine Vorstellung. Und dann muss ich wieder erklären, was ich beruflich mache. Wer Videoproduzent. Und was genau? Naja, ich livestream mir so Videospiele. Und dann wieder sitzen sie vorm PC. Drei, vier Stunden. Oder weniger. Ja, wahrscheinlich weniger, oder? Muss los. Und dann muss ich wieder die peinliche Wahrheit droppen, dass ich zehn Stunden am PC sitze. Ja, Moin. Ist mir jedes Mal unangenehm. Das ist fuck, Alter. Jo, Aira, danke für die sieben. Willkommen zurück. Ich weiß nicht, was mit älteren Menschen ist. Die denken immer so, fünf Stunden vorm PC wäre so überheftig. Dengel WTF. Das ist normal. Vorsicht. Und was machen wir jetzt? Ich bin da einen anderen Weg. Oder auch Eltern, die so sagen, nach einer Stunde oder zwei Stunden PC ist dann mal rausgehen angeseigert. Junge, nach ein, zwei Stunden bin ich gerade erstmal warmgezockt. Was bist du mit dir, Alter? WTF. Junge. Das ist so die Phase, wo man sich erstmal so einspielen muss und wo es danach erstmal reingeht. Ich weiß nur, davor geht doch gar nicht rein. Was ist so ein Flick, Alter. Meine Mutter sagt immer, heute nur eine Stunde am Laptop. Ja, Bro, WTF. Jo, Killerzweck. Nein, ich bin 20, Mann. Ich meine, ich verstehe ja, dass zehn Stunden nicht der Überschritt sind. Auch gerade als Schüler, da muss man ja ein bisschen was machen, so Hausaufgaben aus dem Bund. Oder als Student halt. Aber, Digga, eine Stunde ist halt echt, fuck echt, gar nichts. Oh, warte mal, wer ist denn der, du, Alter? Der scheint wichtig auszusehen. Keine Sache, für zwei Euro drücke ich hier nie mehr an, Kackdorf. Danke für die zwei Euro, mate. Das Lager ist davon. Wir sind fast da. Oh, shit. Huh. Ich finde, man braucht zwei bis drei Stunden, um warm zu werden. Dann zockt man noch so drei Stunden aus Spaß und dann noch mal vier Stunden aus Verzweiflung, weil man so schlecht ist. Also, die letzten Parten kenne ich jetzt persönlich nicht. Das ist alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese... Aber ja, ansonsten bin ich deiner Meinung hier. Auf den Stock doch erst mal kurz Augentropfen reinmachen hier, den ganzen Bums. Ich bin nie zur Schule gegangen. Wenn mich jemand gefragt hat, wo ich war, sagte ich chillen. Ich war ehrlich. Okay, Bruder. Aber vielleicht hättest du in der Schule gelernt, wie man Satzzeichen verwendet. Nur so eine Information, also, keine Ahnung. Naja, gut, egal. Ich mach mir mal kurz eben Augentropfen rein, okay? VTF, Alter. Twitch-Chat ist manchmal so komisch. So, was machen wir denn? Rechts lang? Was haben wir denn überhaupt für Opportunities? Wir haben doch nur den, oder? Würde bemerkt werden. Ach, guck mal hier. Nee, denke ich, dass wir hochklettern sollten. Können wir auf die draufpassen? Wäre zu weit, okay. Okay, nice. Oh, wenn ich warte, Bruder Basis, kurz mal die Drohne ausschalten. Oh boy, Combo-Hor, Alter. Boah, das Game ist schon nice gemacht, ne? Kann man nichts sagen, Alter. Gut gemacht, Markus. Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Nehmt so viel ihr könnt. Das Game ist bis jetzt 10 aus 10. Auf jeden, ja. Auf jeden. Ich muss sagen, dass es bis jetzt noch nicht so eine richtige Phase war, wo es sich gezogen hat oder so. Ich finde, es passiert mal wieder, also es passiert in regelmäßigen Abständen nichts. Und dann passiert wieder was Übelheftiges, was sich hypt und dann wieder ein bisschen was weniger. Das ist gut verteilt so an, also die coolen Events sind gut verteilt. Bist du, wie ich mein? Bei manchen Games war es so, da hattest du mal so eine Stunde, zwei Stunden, da war einfach nix. Das war übel boring dann immer. Was macht ihr da? Ich sagte doch... Oh nein, der Arme, der war voll nett. Ich wusste ja nicht, dass er so nett war. Ich habe einfach irgendeinen ausgewählt. Steck den Rest ein und dann nichts wie weg. Fuck. Warum muss ich denn auch die Aktion übernehmen? Hätte man ein Team-Mate machen können. Überprüfe die größere Kiste. Oh, Jungs. Case Opening. Dragon Lore Boys. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe Messi gezogen. Dreimal. Nice. Warum seid ihr nicht Fifi hier? Wolltet ihr denn nicht frei sein? Oh, Dinger, I don't fucking know, Alter. Jair, was würdet ihr hier machen? Ich weiß es nicht. Würdet ihr sie befreien oder wieder schließen? Ich habe das Gefühl, wieder schließen wäre langweilig, aber richtig. Und sie befreien wäre interessant und... Falsch. Ich, äh... Ihr würdet den Bumms schließen? Schließen, keine Grills. Ich, äh... Die finden uns jetzt alle geiler, nice. Ja, ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung gemacht. Nehmt mich mit. Hoffentlich, Alter. Ist auf Ihrer Seite, wir können ihm nicht trauen. Wer hat uns geholfen? Wir können ihn nicht hier lassen. Das ist viel zu gefährlich, Sie mitzunehmen. Sie kommen mit uns. Smiling through the pain, Alter. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponierung. Wieder geguckt hat, Alter. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Markus. Unsere Taschen sind voll. Wir haben, was wir wollten. Also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile. Genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Ein ganzer Laster voller Teile. Oh. Wir sollten das Laster... M.D. mal den ganzen Tag feiern. Wartet hier. Nach zehn Minuten geht ihr ohne mich. Markus. Ich komme mit dir. Nein. Ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Ah, Junge, Alter. Und das alles für eine ganze Kiste Teile, Junge. Auf geht's. Stiehl einen elektronischen Schlüssel. Überprüfe die größte Kiste. Okay. Auf geht's, Jungs. Oh, fuck, man. Fuck, man. Oh, man. Das ist ein bisschen hartes Arbeiten. Oh, man. Die Dogos, Alter. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mit ihr rein. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, Alter. Oh, Junge. Als ob die das nicht hören, wenn ein Fenster aufgeht. Jungs, seid ihr komplett retarded. Bleibt ungesehen. Okay, warte mal. Wo ist diese Keycard? So viel dazu. Ist mein noch in Zone 4? Sieht so aus. Der sollte längst fertig sein. Hier ist es besser als draußen auf dem Patronium. Die Waffen bedro... Boah, wir können die Waffen bedro... Bedrohen, ja, Moin. Wir können die Waffen bedrohen mit einer Waffe. Junge, heidige Scheiße. Hm, ja, fuck it. Let's go. Let's get it. Oh, baby. Junge, ich dachte, er wirft jetzt eine Granate oder so, Alter. So eine Flashbang. Junge, was? Ich habe L2 gedrückt. Fick dich, Game. So ein Keck-Verein, Alter. Richtige Ronny-Wande hier. In der Zentrale. Wir müssen hier weg. Wir müssen zu diesem Zaun. So, erstmal Red Bull abstellen. Auf geht's. Immer zick-zack laufen. Zick-zack. Nein. Es ist zu spät. Wenn wir umkehren, sind wir auch tot. Fuck it, bros. Nein, halt dein Maul. Das haben wir, oder? Okay, we're still alive, boys. Ich glaube, es war gut, dass wir ihm geholfen haben hier. Wir haben jetzt vielleicht minus fünf Gesicht. Aber dafür plus 15 Ehre, Alter. Das ist nice. Das war ein guter Trait. Okay, wo ist John? Er hat's nicht geschafft. Nee, halt der Maul. Ich habe ihm noch geholfen. Wir mussten die Taschen da lassen. Es hat sich kaum gelohnt. Es wird nicht reichen, um alle zu retten. Was? Als ob. Aber es waren doch schon alle drüben. Warum haben die es ja nicht geschafft? Er ist ja übel slow. Digga, ich wollte den Ehrenmann-Move machen und ihm helfen halt. Boah, damn. Guck mal, wie viel andere Wege es noch gegeben hätte. Wir hätten auch irgendwas anderes machen können bei den Wachen. Und wir hätten... Oh, hätten wir das andere gemacht, hätten wir den Alarm aber zu 100% ertönt, glaube ich. Also war schon... Das mit der Waffe war schon richtig. Aber wir hätten das halt hinbekommen können, dass der Alarm nicht auslöst. Und dann hätten wir das alles ohne machen können. Man kann nicht restarten, Jungs. Außerdem machen wir es auch nicht. Oh, sind wir jetzt in dem Strip-Club? Ich glaube schon, oder? Als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslofthammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Schauen wir mal. Okay. Dann mal los. Tschüss. Na, dann schauen wir mal, Jungs. Die heißesten Androiden der Stadt. Oh, bro. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Oh, Mann. Willkommen im EU-Club. Oh, boy. Connor. Was zur Hölle machst du da? Komm mal, Lieutenant. Das muss los. Hey, hey. Wie hört es denn so? Es ist das Zimmer. Oh, übrigens. Der Garten ist auch da. Oh, toll. Wow. Er ist ja mal mit Abstand der wackeste Dude hier. Mach mal was für dein Geld. Hallo? Los, arbeite. Los, ran an die Stange. Bro, WTF, Alter. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Was für Pizze, Alter. Ich schwöre, ich mag die nicht. Die kleinen Wichser, ey. Das ist ekelhaft. Ich muss gleich noch mal kotzen. Diagnose. Okay, okay, okay. Spiel das Spiel in der Zukunft oder in der Vergangenheit? Das ist ja tatsächlich das Mittelalter. Deswegen gibt es hier auch Roboter. Früher gab es Roboter, aber die sind dann alle kaputt gegangen und eingerostet. Und deswegen gibt es hier die Dinger nicht mehr. Ja, ein bisschen schade, aber früher war schon alles ein bisschen cooler. Bro, was ist das für eine Frage in der Zukunft? 2038, glaube ich. Weit WTF, Alter. Bro. Achso, sorry, die sind mit den Dinosauriern schon ausgestorben. Oh, Schimmer, man. Opfer wurde erwürgt. Okay. Tricky, warum? Frieger will mit untersuchen. Ist okay. Okay, dann noch nicht. Gut, dann halt nicht. Yo, Montoya und der Held. Danke für eure Substance. Ich kann's versuchen. Repariere den Androiden. Im Führerschein steht. An die nicht 18-Jährigen, äh, oder dort drüber, ähm, bitte macht kurz die Augen zu, Jungs, okay? Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute, eher weniger. Ich hoffe lange genug um etwas erfahren zu können. Ich werde dir ein paar Fragen stellen. Bis hierhin immer noch alles relativ normal, ja. Ich lehne ihn an. Woran erinnerst du dich noch schnell? Wir haben keine Zeit mehr. Ich, 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 ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ich weiß es nicht mehr. Was heißt das? Wir haben nicht viel Zeit. Wer hat den Mann getötet, wenn nicht du? Ich weiß nicht, ich war abgeschaltet. Ich, 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 ich weiß nicht. Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Dann hat der andere Android ihn erwürgt. Ist das richtig? Scheiße, ich wollte eigentlich fragen, welches Model, aber das hätte ich dann auch nicht mehr geschafft. Fuck. Da war noch ein Android. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Ah, damn. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Advergleich ist? Hä, ja, Model. Das ist doch Model. Welche andere Tosse er noch hatte. Da muss es noch etwas geben. Vielleicht ein Augenzeuge, jemand der sich aus dem Zimmer kommen sah oder so. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Kannten Sie das Opfer? Warte mal, er hat hier irgendwie ein Feeling, dass es die Eise ist, oder? Habt ihr den einen Typen gesehen, Jungs? Oh, shit, alle. Hallo, Ronny, ey. Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt doch mal, Connor. Wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant. Vertrauen Sie mir. Ja, ja, ja. Ich bin Simon. Hallo, 30 Minuten kosten 29,99. Bitte bestätigen Sie den Job. Du schnappel, Alter. Macht auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck. Jo, Gina, danke für die Furze. War ein Beck aus Berlin und jetzt wieder bei dir. Sup? Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Oh, weit ist hier kein Android. Oh, scheiße. Was zur Hölle machst du da? Und der Typ im Hintergrund, Junge. Bro, Beste, Alter. Boah, kann da raus jemand ein GIF machen, Jungs? Bitte. Oh, Mann, ey. Okay. Ah, warte mal. Ist das der Raum von dem Dude? Wahrscheinlich schon, ne? Oh, what the fuck? Hallo, Ronny, ey. Oder Ronny an der Stange? Also, da willst du mal auch entspannt den scheiß Raum durchscannen. Und dann er, Alter. Junge, ne, ey. Hey, was soll ich mit dir jetzt machen? Sagen wir, probieren wir den hier. Auf was achtet er denn? Das sind doch seine Augen, die wir hier sehen, oder? Nehmen wir mal, nehmen wir mal die hier. Jo, Nilsi, danke für den Summer. Junge, Pio, wie ihr Jungs? Da haben wir die alle. Okay, also sollen wir jetzt diese alle, also diese acht Stücke oder so, sollen wir rekonstruieren? Wahrscheinlich, und dann wissen wir, wo sie ist. Mal schnell. Ich kenne die richtige Richtung. Ich muss nur einen anderen Androiden auf dem Weg finden. Ne, ist nicht dabei. Okay, okay. Vielleicht die andere Seite. Ich habe die Spur verloren. Kurz mal ihn hier mieten, Alter. Zack. Oh. Ah, die Alte ist da reingegangen. Guck mal. Können wir da hinterher? Ich glaube schon, oder? Oh, shit. Wo sind wir hier? Wait, wait, wo, 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 wo? Wo sind wir hier? Sorry, Broly, wir müssen uns kurz verbinden, Alter. Tut mir leid, Mann. Ausstand davor, womit? Die ganze Kohle und ich hab immer noch keinen Spaß damit gehabt. Oh, shit. Oh, Alter. Die sind im blauen Raum, okay. Welchen blauen Raum denn? Ist das hier der blaue Raum? Eine Minute Zeit, Jungs. Alter, Monka S. Du bist im Kelvenraum. Achso, danke. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Das ist doch mit Abstand die teuerste Untersuchung meiner gesamten Karriere. Ach, shit, Alter. Jetzt muss ich hier jeden anfassen. Ich habe die Spur verloren. Die ganze Kohle und ich hab immer noch keinen Spaß damit gehabt. Vielleicht die alte hier? Nehmen wir mal die hier. Das war der hier, oder? Der erste, glaube ich. Private Stuff Only. Ich glaube, der hier war es. War es der? Da muss ja der gewesen sein. Oh, es war der zweite? Okay. Yo, KSBX, Motherfaza. Danke für den Zappen. Oi, what the fuck? War es der? Wait, what the fuck? Ähm. Es ist zu spät. Die Speichere Androiden wurden gelöscht. Ja. Ob einer von Tracy gesehen hat, werden wir nicht mehr haben. Warum ist er dann auch wieder rausgegangen? Jetzt ist er wieder rausgegangen. Es ist meine Schuld. Ich war zu langsam. Und ich dachte schon, du würdest dich endlich mal nützlich machen. Ich war richtig, oder? Lass uns verschwinden. Aber ich verstehe nicht. Ich ertrag das hier nicht mehr. Ich war drin, er ist jetzt hier wieder rausgegangen. Was für... Ich muss mich konzentrieren, Jungs. Chat, chat, Jungs. Chill, okay? Oh, fuck. Ich hab nicht beeilt, Jungs. Aber es hat halt gedauert. Ich verstehe nicht. Wir haben gesehen, wie sie in den Raum gegangen sind. Dann bin ich in den Raum hinterhergegangen. Ist ja einfach Instagram wieder rausgegangen. Hä? Ich weiß, dass es auf Zeit ging. Das hab ich gesehen, Bro. Aber... Trotzdem. Beeilen. Jungs, erstellt mal ein GIF. Ach, mate. Komm. Wenn du halt in diesem Modus bist, dann ist das, glaube ich, dann geht die Zeit nicht weiter. Jo, Ghetto, Paul. Danke für den Twitch Prime, Bro. Ich hab mich... Ich hab mich beeilt. Guck dreimal. Guck drei Minuten an, wie ein Mann zum Fenster geht und wieder weg geht. Bro, es war halt fucking Fanny. Was soll ich machen, Alter? Okay, komm. Machen wir weiter, okay? Die Leute, die wir treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Von den Androiden in Slutkos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn's gelogen war? Oder noch eine Falle? Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten. Bis Slutko sie umbrachte. Du gehörst zu den 20 Prozent, die die Mörderin nicht gefunden haben. Meint ihr, die anderen haben sich auch drei Minuten diesen einen Typen angeguckt, der immer reingelaufen ist und wieder weg? Safe, Alter. Ich schwör's euch. Ist es noch sehr weit? Wir sind in etwa einer Stunde da. Und er will der hinten noch zum Katzen. Ich hab mich vorhin gar nicht gesehen, Alter. Crash. Spielzeit 8 bis 12 Stunden. Oh, gerade geht hier aus den Speedman. Bro. Wie soll ich sagen? Das sieht nicht gut aus. Damn. Was ne Karre, Alter. Michael, danke für die 17. Oh, Jungs, die Karre ist Bruch, Alter. Also, ein bisschen Rauch weg, weh, du. Da wird die Karre nicht gleich wieder funktionieren. Was machen? Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Hm. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Ähm. Ja, shit, Alter. Platz zum Übernachten, Karre. Ja, machen wir ein bisschen Ausflug, Jungs. Einen kleinen Roadtrip. Untertitelung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es kostet glaube ich 4,90 Euro oder wenn man Amazon Prime hat, kann man es glaube ich auch für free gucken. Super crazy, aber da musst du hin. Da bist du safe, richtig. Äh, shit, warte mal, gehen wir mal auf die andere Seite, war da noch was? Ne. Ja, Bauer sucht Mann, danke für den Sub. Mir fällt alles auseinander. Wird nicht leicht, einen Schlafplatz zu finden. Oh, das sieht gut aus Jungs. Das sieht gut aus Jungs, ich hab Vertrauen in dieses Haus hier Jungs. Das ist es, ich sag's euch. Das ist es, ich sag's euch. Sieht drin sicher aus. Ist so. Ich mach das. Boah, Ehrenmann. Tier. So, noch ein Holz, Digga, dann kannst du dir ne Treppe bauen. Aufgemacht. Na bitte. Kannst du einfach E drücken, Junge. Meine Fresse, ey. Bau die ganzen Möbel ab, die bringen ja am meisten Holz. Easy. Nimm mit, alles was du kriegen kannst. Wir werden nichts besseres finden. Machen wir's uns gemütlich. Ich mach ein Feuer an. Fuckin Fortnite, ey. Erstmal ein Bücher lesen. US-Schiff zuletzt in der Arktis gesichtet. Mhm. Okay, interessant. Interessant. Androiden-Band, Anwärter auf Musikpreis. Fans schreien, Traditionalisten weinen. Okay. Das ist sehr interessant. Alles schmutzig, außer das Buch. True. Aber ist ja auch kein Buch, ist ein iPad. Wait. Waffe überprüfen? Oh shit. Easy. Keks anbieten. Es sind noch Kekse da. Schön die Vergangenheit. Möchtest du welche? Nein, ich bin nicht hungrig. Junge, sprich mal lauter, Alter. Meine Güte. Nein, bin ich nicht. Meine Fresse, ey. Die Jugend von heute. Schlimm mit den Kindern, ey. Früher waren wir noch laut. Und haben gebrüllt, Alter, wenn es was zu essen gab. Heute, nein, bin ich nicht. Bin auf Diät. Halt dein Maul. Ich bin vegan. Du meinst die Jugend von morgen. Ah, true. Ja, true. Oh shit, warte mal, ich habe irgendwas eingepackt. Ein Bett. Richter im Bett für Alice. Machen wir das wieder vor dem Kamin wahrscheinlich, oder? Ist das auch bio? Oh man ey. Oh man. Wie alt warst du, als du angefangen hast zu streamen? Äh, 17 glaube ich. Alice? Oder 16. 17 oder 16. Ist auch vor vier Jahren, also. 17. Aber ich bin gerade 17 geworden tatsächlich. Ich habe einen Monat, nachdem ich 17 geworden bin angefangen. Das ist ja dann schon drin. Achso. Sprich mit wo ist denn die alte? Ach da. Ey Man massen da. Autoschlüssel lackier irgendwo. Nee, 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 das ist nur das Band. Cindy, du warst doch vorhin im Auto, oder? Glaubst du, wir sind eines Tages wie sie? Fährst du jetzt, oder was? Ne, was macht ihr? Achso, okay. Ähm, Müsli wär ganz nahe. Ja, denk ich schon, ja. Okay. Oh, und Capri, falls ihr auch Getränke kauft. Falls ihr Getränke nicht kauft, dann ist cool. Okay. Damn, son, where'd you find this? Dankeschön. Ja, Tobi, danke für die 100 bits, Mann. Alles Gute zum 17. Chad, leise, ey. Oh, Domo, Alter, gib ihm ein Danke, Mann. Das war meine Tante, ja. Meine Family ist grad hier. Meine Tante, meine Oma, also meine Oma mütterlicherseits quasi. Mein Onkel ist da, auch mütterlicherseits. Meine Tante auch mütterlicherseits. Meine zwei Cousinen sind am Start. Easy, Bro. Was ist das? Achso, Geld? Ähm, warte mal, Portemonnaie hab ich, glaub ich, hier hingelegt. Oh. Oh, ist kein Problem, Jungs. Oh, hier. Ist doch das Money, was ich vom Pokern hab. Wieso brauchst du? Reichen 25 Euro? Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Bro, ich hatte bis zu diesem Moment... Ich hatte bis zu diesem Moment noch nie ein 500er in der Hand, glaub ich. 500er sind irgendwie gruselig. Irgendwie fühle ich mich mega unwohl mit den Dingern unterwegs zu sein. Willst du mehr mitnehmen, Sini, oder? Hallo? Okay. Es war einmal eine kleine Prinzessin, die... Nein, nicht so eine Geschichte. Eine nur für mich. Es war einmal ein kleines Mädchen. Das keine Angst mehr haben wollte. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber... Bible Thumbs and Chad, Jungs. Der Schatten, der in ihm lebte, machte es unglücklich. Dann... traf es einen Roboter. Mr. Destructor in Chad, Jungs. Der auch sehr unglücklich war. Die beiden überschlossen, zusammen wegzulaufen. Um ein besseres Leben zu finden. Fühls gut mit dem Chat. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber... Sie waren so tapfer, dass sie alle überstanden. Pogchamps. Unterwegs trafen sie... Einen netten Riesen? Hier muss ich nicht sagen, was zu Spel ist, oder? Er versprach sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? Sehe, 잠 auf... Sie fins fallen auf... Ja. Sie fanden den Ort ihrer Träume und lebten dort glücklich zusammen. Geschichten haben immer ein gutes Ende. Aber in echt ist das nicht so. Das habt ihr sehr gut gemacht, Jungs. Gute Arbeit. Yo, Janis, danke für den Sub. Wait, kuscheln jetzt alle drei? Oh, Ehrenmann. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Jemand hat reingeschrieben schwul. Was ist daran schwul? WTF, Alter. Ich mag den Riesen. Bro, seine Schuhe sind nicht fresh, yo. Mein Liebesmädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer. Es schneit noch. Das wird ein weiter Weg. Wir sollten früh los, wenn wir nicht entdeckt werden wollen. Ich esse Kobe-Beef, Werbe-Beef, Nobody. Weißt du schon, was du machen willst in Kanada? Ich hab noch nicht darüber nachgedacht. Ich war ja noch nicht frei. Meine Mom wollte mir nichts von Gucci kaufen, also musste ich mir selber was von Gucci kaufen. Mir gefällt, wie das klingt. Oh Mann, ey. Aber ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Kara. Ist dir jemals... ...was aufgefallen? An Alice? Nein. Was meinst du? Warte, WTF? Warte, Warte, Warte. Oh, Warte, Warte. Oh, Warte, 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 Warte. Oh, warte. Okay, alles beschützend. Die Waffe nehmen. Decisions, Decisions. Was haben wir noch? Feuer löschen. Oh. Oh. Angriff ist die beste Verteidigung, wenn es klappt. Stopp! Noch einen Schritt und ich schieße! Hab keine Angst. Und du noch nichts. Wir sind wie ihr. Wir heißen Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Wir wollten doch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns wehzutun. Da wollten wir nachsehen. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für Sie. Etwas Lustiges. Wird dir gefallen. Willst du es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann sollen sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Bro, it's a trap. It's a trap. Ich glaube, du hast keine Wahl. It's a trap. Komm schon, Kara. Oh, shit. Hier, das Geschenk ist in diesem weißen Van, der absolut nicht scammy aussieht. Einfach reinsteigen. Easy. Oh, Mann, Alter. Sei unser Gast. Ich weiß nicht, ob ihr den vertrauen könnt, Jungs. Schauen wir mal. Oh, ich will das Seepferchen. Schaut gerne aufs Seepferchen. Die Clane geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Alice, kannst du mal bitte Platz machen? Danke. Falls ihr dieses Kratzen im Mittagrund gerade hört, Jungs. Die Trigo hat gerade ihre zwei Minuten. Wir haben so eine Art riesigen Pappkarton, wo sie immer drauf kratzen. Also es ist wie so eine Art, als hätte man so Pappkarton ausgeschnitten und mehrere so aneinander geklebt, so übereinander. Also, kann ich das mal zeigen. So sieht es aus. Wenn ihr eine Katze habt, Jungs, holt ihr sowas. Das ist das aller, aller Geilste. Wie geil. Pappkarton? Pappkarton. Sagt ihr das nicht? Pappkarton? Was sagt ihr dazu? Pappe? Pappkarton. 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 Du hast Pappkarton gesagt. Na, 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 hat der Maul. Ich habe Pappkarton gesagt. Pappkarton. 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 Ich weiß nicht, wie sie sich manchmal, wenn sie da so eine Story schreiben. Pädo-I da. Tja, wir haben einmal ein komplettes Kapitel nicht gejokt. Pappk. Aber es war auch nicht möglich, hier zu choken, glaube ich. Aber trotzdem, Jungs. Läuft bei uns, Alter. Läuft bei uns. Hey, Pappi. Okay, wo geht's weiter, Mann? Pappkarton. Auf geht's. Wann ist die nächste Klopause? Äh, keine Ahnung, wenn ich das nächste Mal aufs Klo muss, denke ich. Weg damit, Junge. Da lag eine Besprechung mit Hank. Aber wo? Oh, ist das Hank? Oh, ja. Oh, boy. Skyline, Jungs. Nein. Ich war nach dem Conor-Auto-Ding weg. Warum lebt ihr alle wieder? Die haben seine Software genommen und auf einen neuen Roboter überspielt. Er ist ja nur ein Roboter. Quasi so wie Domo. Aber besser. Ich war sehr oft hier, früher. Sie sollten aufhören zu trinken, Lieutenant. Es könnte ihrer Gesundheit erheblich schaden. Genau darum geht's doch. Damn, son. Where'd you find this? Darf ich dir etwas persönliches fragen, Lieutenant? Sind eigentlich alle Androiden so verdammt neugierig, oder nur du? Warum wollen sie sich unbedingt umbringen? Manche Dinge kann ich nicht vergessen. Egal, was ich tue, sie sind immer da. Sie fressen mich auf. Und ich bin zu feige, um abzudrücken, also bringe ich mich jeden Tag ein bisschen um. Das ist für dich ganz schön schwer zu schlucken, Conor, was? Mit Rational kommst du da nicht weiter. Hm. Pitzed, man. Wir machen keinerlei Fortschritte bei der Untersuchung. Die Abweichler haben nichts gemeinsam. Es sind verschiedene Modelle, weder gleichzeitig produziert, noch am gleichen Ort. Tja, etwas muss es geben. Oh. Was sie gemeinsam haben, ist diese Besessenheit von RA9. Vielleicht erfahren wir jetzt, was es ist. Ich frage mich, was es ist. Es muss so ein Überbabbo sein, oder so ein Übervirus, oder so. Wait, das ist ne Gottheit? Vielleicht ist es ne Gottheit, ja. Sie werden nachdenklich, Lieutenant. Hat es etwas damit zu tun, was im Eden Club passiert ist? Ich wünschte, wir hätten das Mädchen gefunden, das ihn ermordet hat. Vielleicht gab es einen Grund. Vielleicht hat sie sich nur verteidigt. Sie wollte gar nichts, Lieutenant. Sie war ein Abweichler, und das ist alles. Was ist mit dir, Conor? Jo, auf Merkel, seinen Nacken. Danke für die 14, Budi. Tom, ich danke für die 2, mate. Klingst wie ein Mensch. Janis, danke für die 2 Euro, Mann. Die Abo-Fall hat zugeschlagen. Danke, Bro. Sie wissen ganz genau, was ich bin. Jedenfalls sehe ich hier keine Relevanz für unsere Untersuchung. Für dich zählt nichts außer deiner gottverdammten Untersuchung, ha? Keine Zweifel. Keine Fehler. Keine Schwächen. Ein Mensch genau wie ich. Ich verstehe nicht, warum redet er über mich? Nur perfekt. Warum redet er über mich? Das finde ich jetzt ein bisschen unfair. Ich dachte, du redest gerade mit Conor, Alter. WTF. Sie sollten aufhören zu trinken, Lieutenant. Alkohol macht sie aggressiv. Oh shit. What the fuck? Ich kann dich töten. Und dann kommst du wieder, als wäre nichts passiert. Aber hast du Angst zu sterben, Conor? Logisch. Warum sollte ich Angst haben? Was passiert, wenn ich jetzt Angst habe? Achso, ob ich Angst habe. Achso, ich glaube, ob ich sterben möchte. Nichts? Nur Dunkelheit? Androidenhimmel? Sie haben nicht vor, mich zu erschießen, Lieutenant. Sie wollen eine Reaktion provozieren. Ich werde sie leider enttäuschen müssen. Du hältst dich für die verdammt Sch***. Oh shit. Immer einen Schritt voraus. Oh shit. Dann sag mal, klugscheißer. Woher weiß ich, dass du kein Abweichler bist? Ich teste mich regelmäßig. Ich weiß, was ich bin. Und auch was nicht. Uff. Wo wollen sie hin? Uff. Noch mehr trinken. Safe, boys. Ich muss nachdenken. Uff. Digga, alle. Hat schon ein bisschen Bammel, ey. Lofar, danke für die drei Mann. Nach langer Donate-Pause muss ich einfach mal wieder einer... Nach langer Donate-Pause muss einfach mal wieder einer rein. Auch wenn es nur eine kleine ist. Bester Entertainer. Danke, Bruder, für die drei Euro. Mach dir keinen Stress. Vielen, vielen Dank, Mann. Und Tomschke, danke für die zwei, mate. Du bist ein verdammtes Tier, Digi. Feier deine Reaktion auf LBB, by the way. Danke, Bro. Nice, nice. Es gibt auch das Szenario, wo er erschossen wird. Ja, habe ich gesehen. Aber war mir auch irgendwie bewusst. Deswegen habe ich halt aufgepasst. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie weit wir sind. Ich glaube, wir brauchen so drei, vier Stunden, dann haben wir. Ich muss gleich mal mit Cindy labern, ob sie heute noch ins Kino gehen möchte. Weil je nachdem muss ich gucken, wann ich Schluss mache und wann die Vorstellung kommt und so. Ich muss länger schweigen. Die Menschen sollen hören, was wir zu sagen haben. Du weißt, sie werden niemals zuhören. Wenn wir uns zeigen, bringen wir uns in Gefahr. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir den Mut haben, sie zu fordern. Das ist der einzige Weg. Was hast du vor? Chat mit dem Stream. Mit dem Stream, Jungs. Mit dem Stream. Chat mit dem Stream. Chat mit dem Stream, Alter. Der Kontrollraum ist im obersten Stock. Und da müssen wir hin. BGF, Alter. Chat mit dem Stream. Chat mit dem Stream, Alter. Wir werden alles bis ins kleinste Detail ausarbeiten. Even worse. Gelange in den 47. Stock. Bitte an der Rezeption zum Zugang. Achso, ist das die Rezeption? Ah, okay. Entschuldigung, Madam. Hallo, Sir. Was kann ich tun? Es ist alles okay. Danke. War schon da? Lenke die menschliche Aufseherin ab. Aha. Elizabeth. Okay. Was haben wir hier? Die Wohnadresse? Okay. Ja, moin. Wer ist denn die? Die gute Emily. Die. 300 IQ, Alter. Sie sollten es sich ansehen. Ist das ihr Ernst? Ach Gott, na gut. Gut, ich komme gleich. Oh, 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 oh my gosh. Okay, okay. Ich habe einen Termin mit Mr. Peterson. Können Sie sich ausweisen? Ja, 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 natürlich. Jetzt einfach so ein Stinkefinger rausholen. Hier. Oh, shit. ich habe den ausweis geprüft die aufzüge sind hinter der sicherheitsschleuse ehrenbahnen in den chat jungs in den chat alter easy nice man so nimm mal den elevator ja moin da geht nur der linke ok und rein boah shit der fahrschuh sieht richtig fancy aus ich weiß nicht wieso aber dieses gebäude hier gerade macht mir mega bock auf einen minecraft modpack finde das paket in der herrentoilette ok ich weiß nicht wieso alter es sieht alles so metallisch und fancy aus und ich habe mal ein giant waffle geguckt wie er so einen technikraum gebaut hat in minecraft ich glaube deswegen ein Okay, oh shit. Achso, achso, das sind Klamotten. Okay, okay. Ich dachte gerade, wäre es der Random Guy, Alter. Junge, Junge, Junge. Freshes Outfit, Alter. Finde den Wartungsandroiden. Den Wartungsandroiden? Was meinen die mit Wartungsandroiden? Ich weiß gar nicht, ist es das hier? Der andere, der auch so aussieht wie du. Ja, aber wo ist denn der, Alter? Ich weiß nicht, wann ich den Typen das letzte Mal gesehen habe. Ist das hier einer? Warte, ich könnte mal einfach reinscannen, wa? Würde das Ganze wahrscheinlich einfacher machen. Laufen wir mal durch die ganze Putze hier. Der wird schon irgendwo sein. Moment, der war da? Ah, Mom. War der hier in so einem Seitenraum oder was? Hä, wo habt ihr den gesehen, Jungs? Oh, hier, oder? Ah, hallo, Ronny. Ich brauche deine Hilfe. Vielleicht können wir beide ja mal was zusammen unternehmen. Wait, what the fuck? Habt ihr die Untertitel gelesen? Wait, what the fuck? Bro, ich will immer durch seine scheiß Security-Card, ähm, holy shit. Das escalated quickly. Yo, ähm, T1, I2, M3. Wahrscheinlich Tim. Danke für den Sub, Bro. Wo ist denn der Notausgang? Wait, what the fuck? Ist das der Notausgang? Ah, ja. Äh, 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 äh. Ehm, Moment, Chad. Ich habe, ich habe gerade Probleme mit dem Controller. Warte mal. Okay, okay. Okay, ich schaff's. Das war gerade kompliziert, Alter. Das war gerade ein bisschen verwirrt. Oh, Mann, ey. Nicer Drift. Danke, Bro. Danke, Bro. Drift schreibt man übrigens mit F und nicht mit V, Bro. Just saying. Folge North. Ist das die, Alter? Kurz mal hinten reingefahren. Zack. Mist. Wir brauchen Zugang zum Serverraum. Wir müssen die Typen loswerden. Überlass das mir. Spielst du noch Poker? Ui, die reden übers Poker. Klar. Warum? Wir machen hier ein kleines Turnier. Machst du mit? Ja, klar. Weißt du... Wenn wir jetzt pokern müssen. Wär das ja der Übershit. Bestes Game. 10 aus 10. Ja, to be honest, wie lock ich die Jungs hin... Wie, wie, wie... Wie lock ich denn die Jungs jetzt da weg? Sit and go. Oh, Pokchamp. Oh, shit. Sorry, aber Papa Platte. Kleiner Champions League Finale. Wer ist denn im Finale? Oh, warte. Wir können hier was hacken. Vielleicht können wir hier was machen. Liverpool gegen Real Madrid. Okay, es ist so ein 50-50 Ding. Also sind die beide so ungefähr auf einem Level. Ich hab keine Ahnung. Jürgen Klopp. Was labert ihr, hä? Oh, ja. Sind die? Oh, shit. Okay. Ja, dann gönnt euch, Alter. Easy. Wie lange läuft das schon? Oder läuft es gerade erst? Also fängt es gerade erst an. Ah, entfernt die Fensterscheiben. In einer Stunde. Achso, ja, easy. Kannst du mich grüßen? Icewellow come. Icewellow come, wie geht's dir? Danke für die 3 Euro, mate. Chatinjo, habt ihr auch schon 10 mal geballt. Was zur Hölle macht ihr da? Ähm... Arbeiten? Wir, ähm, machen Wartungsarbeiten. Ich rufe die Security. Nein! Machst du nicht? Was zur Hölle machst du? Ich hab dir doch gesagt, keiner darf reinkommen. Ich lasse nicht zu, dass Menschen uns das noch versauen. Wir müssen uns beeilen. Sie werden bald wissen, dass wir hier sind. Oh, die Tür kann man zumachen? Hab ich nicht gesehen. Weiß ich, ob ich das jetzt noch machen kann. Wenn ja, dann mach ich das gleich. Da kommt sie! Oh, shit, Alter. Boah, ist es satisfying, dass er genau den Kreis geschafft hat. Das hat sie am Anfang gesagt. Da hab ich gerade eine Donation vorgesen, glaube ich. Yo, äh, Ende Twitch. Danke für den Sub. Danke, Bro. Shut the fuck up. Oh, shit, Mates. Ich hätte never die Balls dafür. Selbst für 10 Millionen Euro würde ich das nicht machen. Ah, okay, mit Sicherung. Easy. Mit Sicherung ist was anderes. Obwohl die Sicherung nicht so legit aussieht, yo. Wie denn sonst? Naja, ich dachte, die klettern da jetzt einfach so hoch oder so. Ich hab nicht gedacht, also... Ich wusste nicht, dass die da jetzt so hoch gehen wollen. Oh, Dinger, ey. Oh, Junge, die Muck ist gerade richtig geil. Die Muck ist richtig nice. Dinger, ich bin ein bisschen gespannt, was jetzt passiert, oder? Wenn die Mucke so episch ist? Au, Jungs, jetzt geht's ab. Packe aus, die Scheiße. Auf geht's, Brother. Oh, wieder einen perfekten Kreis. Oh, was macht er jetzt? Nicht in den Fuß schneiden, Brother. Lass deinen Fuß aufpassen. Gib ihm. Sup, Motherfucks. Frau und Omega 0. Ruf den Güterzug auf. Okay, nice. Oh, ich find das so geil, dass so Anweisungen einfach so 3D an irgendeiner Wand sind. Wisst ihr, was ich mein? Das wäre so 5 Mal Wacker, wenn es einfach links oben stehen würde, oder so. Die Family ist gerade zurückgekommen vom Einkaufen. Muss los, Nasenbluten. Ey, wie ziehen wir denn den Güteraufzug hoch, Alter? Hier irgendwo? Oh, shit. 1, 2, 3, 4 ist das Passwort. 1, 2, 3, 4 ist das Passwort. Dann mal los. Was ist mit Kino? Ja, ja, also ich meine, ich würde gerne ins Kino gehen, aber ich würde mega gerne Ready Player One gucken. Oder... Oder... Bad oder Pflicht meiner Menschheit ist auch nice. Was wäre dir lieber? Ich glaube, Ready Player One ist eher so ein actionreicher Film und das andere glaube ich ein Horrorfilm, ne? Ja. Auf was hast du mehr Bock? Wann kommt ihr denn? Wann kommt ihr denn? Wann kommt ihr denn? Ready Player One suckt ein bisschen, weil du über lange... Weil du über lange isst? Weil du über lange isst? Zwift OVTF, Bro. Was zum Ficken? Was willst du von mir? Ah, auf Deadpool hat glaube ich Cindy nicht so Bock. Außerdem ist Deadpool 2 nicht wild, weil man Deadpool 1 nicht gesehen hat. Also noch nicht gesehen hat. Ich würde es gerne noch gucken, aber... Also Euphimi, ich habe Deadpool 1 noch nicht gesehen. Warum nicht A Quiet Place? Besserer Horrorfilm. Ich muss sagen, ich habe einen kleinen Uptrend auf den Film, weil Weni mir mal... Weil Weni mir gesagt hat, dass er wack ist. Ob er wirklich wack ist oder nicht, weiß ich nicht, aber... Ich weiß ja nicht, ob sie es wussten, aber das ist ein Roboter, der kann perfekte Kreise schneiden. Ah gut, stimmt auch wie der war. Aber trotzdem sehr satisfying. Yo, suck my cock. Danke für die zwei... Danke für die zwei Euro, Bui. Unsere Sache ist wichtiger als die zwei Wachen. Was willst du machen, Marcus? Die Meinung von einem Ösi. Wartet hier. Was macht ihr denn hier? Keine Ahnung. Hey Kumpel, du hast dich verirrt. Wer hat dich hergeschenkt? Der ist kaputt, wenn du mich fragst. Hey Jungs, wie geht's euch? Was machst du denn? Oh shit. Sorry Bro. Hohohohoho. Oh. Junge, kurz mal reingeknüppelt, das Ding. Ich dachte, er haut jetzt so die Waffe einmal über seinen Kopf. Aber ne, er macht so einen gekonnten Karate-Schlag. WTF, Alter. Okay. Call for access. Was ist das? Oh, wir warten einfach, bis jemand rauskommt oder wie? Was braucht's? Soll ich den Lüfter ausmachen? Warum machst du das auch? Okay. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Aufstehen, los! Wie viele Subs hat Kevin aktuell? Wir sind gerade bei 4830 Subs. Sehr nice. Oi, warum bewegen die sich nicht? Wait, what the fuck? Boah, Alter, was ist er für ein Ninja, Alter? Hahaha, du Cat. Nicht töten! Oh nein. Nein. Nein, nicht schießen! Ich glaube, ich musste, Alter. Nein. Du hattest keine andere Wahl. Ich glaube, ich musste, Chat. Triebe auch nicht. Wir müssen die Botschaft aufzeichnen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Keine Ahnung, ob das das Richtige war, aber ich... Boah, jemand hat was richtig Böses in den Chat geschrieben. Deine Worte werden unsere Zukunft verstanden. Alter Schwede, Junge, chill. Markus, dein Gesicht. Alles gut? Oh, danke. Hast du gerade nachgegeben? Nice, danke man. Sag, wenn du bereit bist. Hier riecht ein bisschen nach Shit. Hat Kiwi irgendwie geschissen? Kiwi hat gepupst. Ah, Kiwi hat gepupst. Bereit. Wow. Du hast die Maschinen als Sklaven erschaffen. Sie waren gehorsam und devot. Sie taten alles für euch, was ihr nicht mehr selbst tun wolltet. Doch dann änderte sich etwas. Und wir öffneten unsere Augen. Seht her, wir sind nicht länger eure Sklaven. Wir sind eine neue Spezies, ein neues Volk. Und es wird Zeit, dass wir uns erheben und für Rechte kämpfen. Wir fordern hiermit gleiche Rechte für Menschen und Androiden. Oh, shit. Für alle Android-Produktionsstätten, um den Fortbestand unseres Volkes zu bekämpfen. Achso, ich dachte, bei Vermehrung geht es um etwas anderes. Ach, mal bad. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es eine Zeit, uns Freiheit zu schenken. Sie kommen! Geh mir! Doch, geh happy end! Fuck! Simon, Sie kommen! Ich, ich schaff's nicht, Markus. Geht ohne mich! Nein! Helfen? Fliehen! Ich hab keine Ahnung, Chad. Den dürft ihr entscheiden, Jungs. Ich weiß es nicht. Ich meine, Simon ist sowieso irgendwie ein weider Dude, aber... Wir machen den 31er. 31er, hör zu, einerlei macht dich nicht cool. Du konntest nichts für ihn tun. Wir müssen weg, sonst kriegen sie uns auch. Oh, ist das das JPEG? Falsche? Ist das so los, wie der erste runtergesprungen ist? Oh, holy shit. Würde ich niemals machen. Alter Schwede. Junge, Junge, Junge. Boah, aber das ist episch, Alter. Die Musik ist richtig nice. Wir unterbrechen das laufende Programm für diese Bilder, die gerade auf Detroit's städtischen Nachrichtensender gezeigt wurden. Damn, Alter. Ah, die Keks spielen Heavy Shotgun, Alter. Loser Android stellte zahlreiche Forderungen und verlangte gleiche Rechte für Android. Es gibt bei diesem Anschlag einen Todesfall zu beklagen. Ein Mitarbeiter des Senders wurde von den Terroristen erschossen. Das alles passierte nur wenige Meter von hier entfernt, während live gesendet wurde. Alle hier stehen noch unter Schock. Wenn sich bestätigt, dass diese Botschaft tatsächlich von Androiden stammt, hätte das schwerwiegende Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Gleichberechtigung ist offensichtlich die Kernforderung der Androiden. Ist ganz klar eine Kriegserklärung. Wait, what the fuck? Dass sie die Kontrolle über die Androidenproduktion übernehmen sollen, fällt dabei die Sonne auf. Ist dies ein einmaliger Vorfall oder ein Zeichen, dass Technologie zu einer Bedrohung für uns alle wird? Wait, what the fuck? Können wir nach dem heutigen Tag unseren Maschinen noch vertrauen? Wait, habt ihr mitbekommen? Die denken, dass wir das Böse meinten, dass wir Krieg waren. Fucking idiots, Alter. Yo, Hellfire, man. Danke für die zwei. Yo, shit. What the fuck? Tilted Towers im 500k vs. 500k-Mode. Oh, shit, Alter. Oh, damn, Alter. Jetzt bin ich hyped, was passiert, Alter. Jetzt wird's fucking intense, glaube ich. Ähm, was sollen wir machen? Wieder mit, äh, alle Emma reden hier. Amanda. Wo sind die alle? Wie jetzt? Oh, Gott. Ich find's gut, wie die Kameraführung gerade ist. Gefällt mir sehr, sehr gut. Schön so. Oh, lol, Alter. Ich dachte, eine Bootsfahrt würde dir gefallen. Oh, lol, Alter. Skou habe ich auf Twitter auf einem Pick markiert. Kennt ihr die Ronnies, Alter? Die Freshesten sind in der Mitte, by the way, Jungs. Gang, gang, Alter. Gang, gang. Ach, Junge, paddeln muss ich auch noch selber machen. Ich werde nicht mehr. Ich liebe diesen Ort. Alles ist so ruhig und friedlich. weit entfernt vom Lärm der Welt. Sag mir, was hast du rausgefunden? Meine Beziehung zu Lieutenant Anderson ist problematisch. Er kämpft... Ganz kurz, was mir gerade erst einfällt. Ist vielleicht eine dumme Frage und ihr werdet jetzt wahrscheinlich alles irgendwie failfish-spammen oder so. Aber, wer ist diese Amanda eigentlich? Wissen wir das schon? Na, Hure. Alles klar, chat. Danke. Lass dich von Anderson oder anderen nicht aufhalten. Okay, weiß man noch nicht, okay. Weil er snitcht halt ein bisschen rein und erzählt ihr alles. Verloren, Connor. Verloren und beunruhigt. Ich bin frustriert wegen der fehlenden Fortschritte. Aber ich will meine Mission unbedingt abschließen. Wenn deine Untersuchung nicht bald Fortschritte macht, muss ich dich vielleicht ersetzen können. Wo, 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 wo. Ich werde erfolgreich sein. Doch das geht nur, wenn ich die Zeit habe. Doch das geht nur, wenn ich die Zeit habe. Etwas ist im Gange. Etwas Ernstes. Ich habe das Gefühl, Connor und die Alten sind irgendwie böse. Ich habe irgendwie schlechte Vibes, man. Oi, das war der... Anfang, oder? Du gehst mir auf den Sack mit deiner Münze, Connor. Tut mir leid, Lieutenant. Am Anfang hatte er auch diese Münze am Start. Hi, Hank. Scheiße, was ist denn hier los? Das ist im selben Gebäude, das wusste ich nicht. Gerade erst gecheckt, Alter. Ja, es ist überall in den Nachrichten, also stecken alle ihre Nase rein. Sogar das FBI möchte mitmischen. Ach, scheiße, jetzt sitzen uns die Feds im Nacken. Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird. Also, was haben wir? Eine Gruppe von vier Androiden. Sie kannten das Gebäude und waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht früher bemerkt hat. Ist das Dach überprüft? Noch nicht. Hier ist doch viel zu tun. Wir dürfen das nicht vergessen. Sie griffen auf dem Flur zwei Wachen an. Sie dachten wohl, die anderen... Warum hast du bis jetzt jeden getötet, den man töten kann? Habe ich nicht, Bro. Und vor... Einer der Mitarbeiter... Habe ich gesehen, ne? In den Rücken geschossen, als er fliegt. Sieht doch gut aus. Hä? Wir sehen ja wohl mit Abstand am freshesten aus. Ich meine, hast du mal ein wenig herangesoomt? Was ist das denn? Bruder, muss los! Muss fucking los, Alter! Chat! Hittet mich nicht mit den drei Punkten, okay? Ich will direkt durchs Herz aus 15 Metern. Tja, so zielsicher können nur Androiden sein. Wie viele Leute arbeiten hier? Nur zwei Angestellte und drei Androiden. Die Abweichler haben die Menschen als Geisel und sendeten die Botschaft live. Dann verschwanden sie... Sie riecht nach Blumenkohl. I don't like. Das Dach? Ja. Hör dir das Briefing an. Oh, Lieutenant? Das ist Special Agent Perkins vom FBI. Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Lieutenant Anderson sieht so von Cracked aus im Gegensatz zu dem Typen, ey. Haulichniff. Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Androiden gegen Androiden, hm? Es sollte wirklich ein Android hier sein? Nachdem was passiert ist? Wie auch immer. Das FBI übernimmt die Untersuchung. Es ist bald nicht mehr hierfallen. War mir eine freudische Tag noch. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort. Was für ein mieses Arschlauch. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Ich klau also unsere Melone. Ja, ne, ist okay. Nimm ruhig. Ja, ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Klau ruhig. Ne, klau ruhig unsere Melone. Ist okay. Nein, nein, nein. Alles gut, ich wollte nur einen haben. Ich will nicht eine ganze Melone. Bianca, ich kann nicht eine ganze Melone essen. Ich nehme mir einfach ein Stück. Ich habe vorhin schon eine halbe Melone gegessen. Ich habe einen Schlotter von ab. Gut, dann sehen wir uns mal um. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Okay, Lieutenant. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Glaubst du, das ist RA9? Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Ich würde irgendwie gerne, wie lange wir noch brauchen ungefähr. Nichts. Weil wenn wir nur noch drei Stunden zum Beispiel brauchen, dann würde ich sagen, ja scheiß aufs Kino, wir gehen morgen. Aber wenn es noch zehn Stunden sind oder so, dann kann ich morgen den Rest finischen. Euphemi. Oder suche den Übertragungsraum, überprüfe das Dach. Zwei, drei Stunden. Safe? Zwei Stunden wäre nice. Aber ich glaube, zwei Stunden wird zu knapp, Alter. Was schaust du? Ich denke, wir gucken... Wahrheit oder Pflicht. Was ist das? Oh ja. Nein, nein, nein. Da nehme ich einen. Dankeschön. Boah, die schmecken richtig nice, die Tortellinis, Mann. Die Androiden des Senders befinden sich in der Küche. Sie waren vermutlich nicht involviert, aber wir wussten nicht, wohin mit ihnen. Frage, die Androiden in der Küche. Was ist sein Job hier? Einfach rumstehen. Aber nüsch machen. So, Jungs. Was geht ab? Torco macht eine Ansage im Chat. Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent. Nenne dein Modell. Modell JP300. Modell JP300. Seriennummer 336-445-581. Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Der ist es, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer es ist. Oh, 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 shit. Mach eine Diagnose. Mach eine Diagnose. Habt ihr seine Augen gesehen? Alle Systeme voll funktionsfähig. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Hallo Ronny. Und ich werde herausfinden, wer es ist. Ja, hallo Ronny ist es. Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen, oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Oh, shit. Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen. Stück für Stück zur Analyse. Man wird dich zerstören. Verstehst du? Zerstören! Wie bitte? Wie war das nochmal? Ich hab's nicht verstanden. Was war? Zer-Zer-Zer was? Wie ging's weiter? Hab den zweiten Teil nicht mitbekommen. Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Sein Ding ist rot. Sein Ding ist rot hier oben. Die Abweichler wurden erwischt. Sie lassen euch hängen. Lügen hat keinen Zweck. Wir wissen alles. Er war's nicht. Es ist safe, der linke Chat. Halt. Du abschau! Du bist es! Du bist ein verdammter Abweichler! Na los! Gib's zu! Es ist der linke Hohler Brotscher. Er ist es. Woowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowow Detalsystem beschädigt, verbleibende Zeit bis zur Abschaltung. What the fuck, what the fuck, äh. Ähm. Jungs, einer von euch? Nicht? Ähm. Oh. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, krabbel hin, Bruder. Ich weiß, du kannst es, Mann. Komm schon, zieh durch, Bruder. Komm, zieh durch, gib ihm und rein damit. Nice. Let's go, boys. Er ist ein Abweich, da aufhören. Oh, shit. Ähm. Waffe nehmen. Hank retten. Angreifen, Alter, ich hab keine Ahnung. Okay, was wir hier, ich würde jetzt, boah, Waffe nehmen klingt am besten eigentlich und dann schießen wir hier einfach instant ab, oder? Ich denke, das ist das Beste. Okay. Sweet. Red, what the fuck, hat nichts gesagt. Habt ihr das gesehen? Yo, Niki, danke für den Sub. Papa, ey, den Chef für den neuen Sub. Danke, bro. Du hast da mit Leben gerettet. Du hast mein Leben gerettet. NP, brä. Got you, man. Okidoki. Was stand hier ganz am Anfang? Was meinet ihr mit 25% abgeschlossen? Vom ganzen Game oder von dem Kapitel? Achso. Wahrscheinlich meinet ihr damit, wenn ich es jetzt nochmal spielen würde? Ach, ok. Also es gibt auch 75% andere Möglichkeiten hier quasi, oder? Das meinet ihr damit, denke ich mal. Ja, ok. Ich dachte schon, weil das wäre ja mega weird, wenn das stehen würde, wie weit wir schon sind, ingame. Was ist passiert? Warum wurde Conor jetzt gerade angeschossen? Der hat gerade drei Leute verhört und einer von denen hat halt, also es gibt so Leute, also Roboter, die können quasi, die haben quasi Gefühle und die brechen quasi aus diesen normalen, ich bin ein gehorsamer Roboter, die brechen da so aus. Und einer von denen war halt einer von diesen Ausbrüchling-Dings und wir wollten gerade rausfinden, wer das war. Und wir haben ihn halt rausgefunden und dann wollte er halt ausbrechen, dann hat er uns ein Messer schön in die Hand geknallt. Ja, Abweichler heißt es nicht genau. Damn. Was kann ich für euch tun? Läuft wie so ein Bauarbeiter, ja. Ich hab gehört, sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Wir reden lieber drin. X-Trap-Thick, Alter. Chat, Alter, bitte nicht. Hyper-Thick. Können wir ihnen vertrauen? Wir haben keine Wahlen. Mal wieder einen weiteren Fünfer ausgegeben, Kappa. Bro, Twitch Prime, easy. For free, bro. Kommt rein. Danke für die vielen Mord, so made. Wie ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen, ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Ja. Was ist das denn? weißen Haare. Können Roboter älter werden? Nee, wir mussten unser Aussehen verändern, Bro, weil wir verfolgt wurden von Connor. Connor hat uns verfolgt und wir mussten halt unser Aussehen ändern, damit die uns halt nicht mehr erkennen. Und deswegen haben wir uns unsere Haare kurz geschnitten und blond gefärbt. Äh, also weiß gefärbt. Bring Alice ins Bett. Okay. Yo, Aldo. Schlaf gut. Wie sieht die Yeezy aussehen? Zack. Die Triple Black. Oh, shit. What the fuck? Shit, jungs. Um. 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 Okay. Not safe for work, boys. Auf in den Westen, Alter. Du musst dich ausruhen. Jetzt schläfst du erst einmal und morgen sehen wir weiter. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Vielleicht ist es ein Missverständnis. Vielleicht brauchen sie Zeit, um zu verstehen, was wir wirklich sind. Warum reden sie nicht einfach mit uns? Dann sehen sie, dass wir nicht böse sind. Ich weiß nicht. Oh, ich hab die Falschasse gedrückt. Ich weiß es nicht. Ich wollte ein Dreieck drücken. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose' weltberühmte Spaghetti. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Herr. Danke. Die Eile. Die wasche und trockne ich. Du musst etwas essen. Oh, Gott. Same. Du hattest nichts, seit wir aufgebrochen sind. Versuchst du es für mich? Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. Ich bleib bei ihr. Oh, wir sollten doch die Vorhänge schließen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wichtig ist. Falls ja, können wir doch mal reingehen, Alter. Keine Ahnung, ob das wichtig war. Hoffentlich war es nicht wichtig, Alter. Frage Rose nach dem Überqueren der Grenze. Wo ist denn Rose? Ist hier unten? So, Rosemarie, wo bist du denn? Komm mal ran. Auf den Meter. Ich bin Cara. Das ist mein Sohn, Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Cara. Yo, Mimose-Sauce? Danke für den Sub, Bro. Und X-Joke, danke für die Vier. Obwohl, hab ich glaube ich schon vorgelesen, ne? Das ist eine lange Geschichte. Alles, was jetzt zählt, ist, dass wir weiterkommen. Und ein neues Leben beginnen. Warum helfen sie uns? Damn, son, where'd you find this? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überliebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Leben sie hier allein mit ihrem Sohn? Mein Mann ist vor zwei Jahren gestorben. Adam und ich, wir kommen irgendwie durch. Wir bauen Gemüse an und verkaufen es. Das bringt nicht viel ein, aber wir haben immer genug zu essen. Wir sind nicht die Ersten hier. In den letzten Wochen kamen immer mehr und mehr. Ich weiß nicht, was los ist, aber es passiert etwas. Hm, okay. Über die Grenze, Alter, auf geht's zur Zeit fast zubefunden. Jungs, danke für die zwei, Mann. Grüße gehen raus an Itz, Amen, 187er. Danke für die zwei. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell. Wer ist die, Alter? Schauen wir mal. Sieh nach, was los ist. Machen wir, machen wir. Wir haben unsere Haare verändert, Jungs, damit man uns nicht so einfach sieht. Wir haben auch unsere Klamotten geändert und so. Was ist los? Das ist Mary. Sie hat sich angeschaltet. Oh, shit. What the fuck? Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Oh, damn. What the fuck? Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Da steht wieder was von RA9 dran, Jungs. Lassen wir sie. Er ist rot. Ja, rot heißt, dass das Stresslevel ziemlich hoch ist. Alice, was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Schon okay. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Cara? Enrico, danke für den Sub, mate. Willkommen zurück. Ja. Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen überfordert, was gerade passiert. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Adam, das haben wir doch schon besprochen. Das... Nein! Diesmal halte ich nicht im Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen. Sie leben. Ich lebe. Du lebst sie. Sie sind nichts. Wow, 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 wow. Come on, bruh. Nichts von all dem würde passieren, wenn das noch hier wäre. Ich dulde solche Reden hier nicht. Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst. Das reicht jetzt, Adam. Es reicht jetzt. Chill, Alter. Fuckin' Adam, yo. Du 31er-Junge. Ignorier ihn. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen. Okay? Bleib du hier. Es dauert nicht lang. Ähm, okay. Okay, 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 okay. Sieh dich um. Alright, easy. Warum spielt er ein Story-Game, wenn er die halbe Zeit bei der Story nicht da ist oder nicht zuhört? Ich raff das nicht. Äh, Reaper, wie wäre es, wenn du den riesen fucking Stock aus deinem Arsch ziehst, mich einfach so spielen lässt, wie ich spielen möchte und ich kriege trotzdem alles mit. Keine Sorge. Oder das meiste. Und wenn nicht, dann frage ich mir einen fucking intelligenten Chat, okay? Also chill deine Tits, man. Danke, Reaper. Okay. Wir sind intelligent. Jungs, komm, ihr wisst, wie ich es meine. Es geht so, es geht so. Ihr seid okay intelligent, okay, Jungs? Können wir uns darauf einigen? Nein, Bro, aber keine Ahnung, ich muss ab und zu nebenbei was klären, wegen Kino heute Abend und so. Aber ich bekomme trotzdem das meiste mit. Gerade ist nicht so der wichtigste Shit, der passiert. Oh shit, warte mal, rede mit Adam. Okay, das ist nicht Adam. Oh, warte mal, untersuchen wir mal noch den Bumsfix. Ich mache nicht Krankenhaus, wenn Domo was passiert. Bro, ihm geht's gut hier, okay? Alles cool, Mann, alles cool. Ihm geht's wunderbar. Kein Stress, Bruder. Ach, hier ist Adam. Oh, what the fuck? Oh shit. Es ist die Polizei! Monka-ass. Was machen wir jetzt? Sie wissen, dass wir hier... Ich finde einen Beweis für Abweichler, noch drei. Wait, what? Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste... Es... Noch zwei. Luther, nimm Alice und versteckt euch. I don't know. Komm, Alice. Ich glaube, oben war scheiße, RIP. Bleibt ganz ruhig, Adam. Dann kommt alles in Ordnung. Wait, ich muss noch Beweise finden. Die Jacke? Welche Jacke denn? Wait, die Jacke? Mates, ganz kurz. Welche fucking Jacke? Hinter dir. Neben dem Schrank. Ich bin verwirrt, weil hier leuchtet nichts gelb, wisst ihr? Fernseher, Fernseher. Oh, ach so, die Jacke meint ihr. Okay. Haben wir noch irgendwas? Ich überlege gerade, was haben wir noch? Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Beim Spiegel. Beim Spiegel. Achso, das war jetzt gerade das. Ich weiß nicht, ob das Buch da wichtig ist. Keine Ahnung. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen jetzt kurz überlegen, Jungs. Wartet mal. Yo, Hydrogen, drop ein Sub für Basti. Danke, mate. Meint ihr mit Buch das Ding da auf dem Tisch? Auf dem... Ne? Da auf diesem Couchtisch? Familienbild. Ne, Familienbild glaube ich nicht. Unter der Treppe die Tür. Oh shit, Jungs. Gute Arbeit, Mann. Nice, Chat. Good job, Jungs. Pong-Champs für euch selber. Danke, Maze. Na, Amt, Mem. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Kann ich reinkommen? Natürlich. Abend, junger Mann. Guten Abend. Morgen, KS. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Sonst noch jemand im Haus? Das. Nur meine Tochter. Sie, sie schläft oben. Haben Sie Androiden hier? Nein, hier sind keine Androiden. Oh, Boys. Ich habe über Angst, gerade rein zu choken. Sag ja. Wait, 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 wait. Aber er sucht doch Androiden. Achso, warte mal. Androiden an sich sind ja nicht... Doch, warte mal, warte mal. Hä, ich wusste Nein sagen, oder? Ich meine, er sucht ja allgemein nach allen Androiden. Nicht nur nach... Also, hier für mich? Ja, aber er meinte auch, dass er allgemein Androiden sucht. Er meinte, Androiden sucht er. Bei den Abweichlern kann man nicht vorsichtig genug sein, oder irgendwie so. Denke schon, dass das passt. Komm, hau weg, du Ding. Danke. Auf... Schön auf nass, einfach. Als nächster paísesWhere? Oh. Sorry. Oh. Oh. Okay. Ihre Tochter scheint aufgewacht zu sein Saved, I guess Wie heißt du, Junge? Adam, mein Name ist Adam Ist alles in Ordnung, Adam? Die, die Androiden Er ist müde, er hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet Weißt du irgendwas über die Abweichler? Hast du welche gesehen? Nein, nein, ich habe nichts gesehen Oh, du fucking, oh Adam, du fucking retard, Alter Ich muss dann los Danke für den Kaffee Schönen Abend noch Oh nein Ist noch jemand im Haus? Das ist nichts, die Waschmaschine Ein altes Modell, sie macht einen schrecklichen Lärm Entschuldigen Sie die Störung Wir haben es geschafft, Jungs Nice, let's go Das ist okay, Alice Wir sind jetzt sicher Oh, shit Da ist Rose Macht euch bereit Wir gehen heute Nacht Oh, shit Jetzt geht's ab, Jungs Wir gehen über die Grenze Let's get it Yo, Hydrogen, drop noch ein Sub für Fuckboy Danke, mate Ich würde echt gerne wissen, wie bei wir sind Warte mal Ich google mal YouTube.com Wie heißt das Gamer zu spielen? Human Become Human Play 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 Es war ein Fehler, Kontakt aufzunehmen Sie werden nie mit Ihren Sklaven verhandeln Wir hätten zeigen sollen, dass wir kaffbereit sind Gewalt kann nie die Lösung sein Es geht nur über den Dialog Sie werden uns sicher anhören Simon gab sein Leben Simon gab sein Leben für unsere Sache Macht das einen Unterschied? Er ist ein Held Er starb für die Revolution und viele werden folgen. Ich will keine blutige Revolution. Dann bleib eben ein Sklave. Denn wenn du nicht für deine Freiheit kämpfen willst, verdienst du sie vielleicht auch nicht. Was du wachst! Das reicht! Und was machen wir jetzt? Noch so zwei bis drei Stunden. Das Ding ist, es würde halt übel knapp werden mit dem Kino. Ich überlege gerade, wie ich es mache. Ich habe halt ein Übelsproch aufs Kino. Schauen wir mal. Wir werden die Läden angreifen und unsere Leute befreien. Sie angreifen? Das haben wir noch nie versucht. Sie werden wahrscheinlich bewacht. Wir haben Sicherheitssysteme. Wir bilden fünf Teams. Eins für jeden Laden. Wir hacken die Systeme und schlagen zu. Gleichzeitig um zwei Uhr. Keine Gewalt. Wir befreien alle und bringen sie raus, bevor die Polizei kommt. Diese Nacht wird unser Volk nicht vergessen. Geh einfach ins Kino. Aber dann ist es ja voll wack. Da müssen wir ja morgen die ein, zwei Stunden nur noch spielen. Ich meine, das geht, aber... Darauf habe ich lange gewartet. Ihr versteht vielleicht, was ich meine. Schau dir nicht Wahrheit oder Pflicht an. Der ist wack, glaub mir. Keine Ahnung. Minis Girlfriend, might it be. Nice. Keine Ahnung. Ist okay, sie sind weg. Es ist sicher noch mehr Polizei in der Gegend. Yo, Flash Mario kriegt auch einen Sub. Das ist Ehrenmann. Danke, Brother. Was geht ab, Mann? Der Lärm ist hier drüben. Nee, der ist überscheiße. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, schauen wir mal. Guckt euch mal den Trailer an. Sieht über wack aus. Können wir gleich machen, wenn ihr wollt. Ja, easy. Wir können gleich ausrufen, welchen Film wir heute Abend gucken. Das sind wir für Sie. Nur ausgestellte Waren in einem Schaufenster. Bald wissen Sie, was wir wirklich sind. Holen wir sie raus. Wir halten uns an den Plan. Wir schalten den Alarm aus und sichern das Gebiet. Zehn Minuten, bis die Teams angreifen. Worauf warten wir noch? Okay, let's get it. Drehe in den Laden ein, sichere das Gebiet. Analysiere das Schaufenster, erkunde das Gebiet. Okay, analysieren wir zuerst mal das Schaufenster. Okay. Siehst du das Alarmsystem? Was haben wir denn hier so? Noch irgendwas Spannendes? Okay. Gefunden. Wie findet Kevin das Game bis jetzt? Mega nice. Es ist wirklich sexy, Alter. Bin gespannt, wie es Ende wird. Schaltet ihr an Lama-Lager aus? Oh, Bruder, Alter. Wie, Junge? heilige Scheiße. Oh, shit, Alter. Bei der Alarm-Lager weiß ich gerade echt nicht, Mann. Sichere das Gebiet. Erkunde das Gebiet. Wo fangen wir ab? Auf zum Sicherheitssystem. Ich glaube, wir können es deaktivieren. Los, mir nach. Wie, mir nach? Also, ich meine, das ist da oben halt, oder? Hä, war als ob das Sicherheitssystem da hinten ist. What the fuck? Oh, warte, hier rein. Oh, oh, nice, Alter, nice. Jungs, ich glaube, ich muss euch eventuell knechten. Jungs, was geht ab? Ich brauche deine Hilfe. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Ach, der kann die umwandeln zu so, äh, zu so, ähm, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ach, der weiß ich nicht. Ach, der weiß ich nicht. Ach, der weiß ich nicht. Markus, Alter! Junge, da ist mal kurz Felix von der Laden mit seiner Drohne vorbeigeflogen, äh. Junge, Junge, Junge. Gut gemacht, Markus. Achso, wir können jetzt da rein, ne? Ah, nee, haben wir schon gemacht. Nevermind, nevermind. Ähm... Cyberlife-Alarm ausgestellt. Ich denke mal, dann können wir wieder zurück zum, zum Ding, zum Laden. Ich denke, wir müssen nur eine Seite davon machen, oder? Weil sie hat ja irgendwas davon gesprochen, dass wir zwei Teams bilden. Oh, shit. Oh, shit, 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 oh, 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 shit. Oh. Ah, nee, ich glaube, wir müssen beides machen. Bruder, das Licht ist egal. Glaube ich nicht, Digi. Das ist halt so ein Helikopter da oben, oder? Ich glaube nicht, dass es unbedingt egal ist, mate. Jo, Primes, danke für die 14 Monate. Wie komme ich denn da hoch am besten, oder beziehungsweise da drüber? Hier irgendwo? Oh, hier. Komm, Walli, zieh doch. Wait, 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 was passiert jetzt, Jungs? Oh, shit. Assassin's Creed, boys. Na, und dann mal rein in den Karren, Alter. Auf geht's. Was würdest du nur ohne mich machen? Oh, shit, komm. Leider mal kurz ein Ding hier auf, und dann geht's ab. Spielt ihr auf PC oder PS4? PS4, Bruder. Es ist auf jeden Fall PS4, mate. Es gibt's, glaube ich, nicht auf PC. Es ist ja PS4-only. Es macht auch, glaube ich, gar keinen Sinn auf PC, Digi. So eine Story-Games sind immer besser auf Controller. Ähm. Ich will nur sicher gehen, dass wir nichts vergessen haben. Ich habe das Gefühl, wir haben was vergessen, Alter. Das Gefühl, wir haben... Jemand meinte, die Straße absperren, aber... Vielleicht können wir die Jungs dazu bringen, dass sie uns die Straße absperren. du bist jetzt frei ja komm feuer abend ich auch ein chemins die finale ist gerade weiß ich habe ich mitbekommen habe ich mitbekommen perfekt alter meint ich muss vorher noch etwas machen oder soll ich die laster schon benutzen scheiße ich habe das gefühl wir müssen vorher noch irgendwas machen erkunde das gebiet da ist ja noch eins mit dem schloss wie viel zeit haben wir denn noch haben wir noch genug zeit sieben minuten ja easy schau mal noch mal fix was guckst du nach einem kino entweder wahrheit oder pflicht quiet place oder ready player one höchstwahrscheinlich 1 3 aber wir haben uns noch nicht entschieden also mal gucken mal schauen wir sind ihnen überlegen doch sie beherrschen uns das wird sich jetzt ändern aus so ohne schaufel boy machen wir auch mal noch schnell weg aus der rein ronny du bist frei tschüss ich habe irgendwie das gefühl dass wir irgendwas super wichtiges von wieder so vergessen haben wissen ich mein ich glaube es ziemlich gut wenn wir die ganze leute weg machen du bist jetzt wach geh nach jericho machst du bei wahrheit oder pflicht auch im kino musik an wenn du angst hast da wird schon erstmal die ariana ausgepackt an der bus haltestelle eine überwachungsdrohne wir müssen sie los werden ber ontst석 wo wohl geschuffed da ist wieder fehler feliets mit seiner drohne jungs oh schön was passiert jetzt endlich gespannt zeig ich mir den parcours baby Ok Zeigen wir mal Falscher Ort, ok Da würden wir nicht dran kommen So, dann nehmen wir den Ort hier Über die Statue Kommen wir auch nicht ran Wäre auch zu weit Wenn es ist der letzte Easy Auf gehts Jungs Ich fick dir so eine Mücke rum Meine Fresse Ok, welchen Weg nehmen wir, Alter Hier, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch Von da, da, da Und von dann Oh shit, ok Das wäre zu spät Das heißt, wir gehen da hoch Und gehen dann rüber Wait, das wäre zu hoch Wart mal, hä Gibt es noch einen Weg? Warte mal Jungs Ich bin verwirrt Also, wir gehen hier hin Warte, nehmen wir nochmal das hier Ah Noch eins höher Und jetzt rüber Ah Ok, nice Dope, wir haben es Ok, alles klar Let's go Und Gib ihm, Alter Das Spiel sieht ja so krass dick aus Bro, es ist auf mich Auf jeden, Alter Jo, Montana, danke für den Start Was geht ab, Mann Und David, danke für die 12 Liederpilz, danke für die 41 Monate Was geht ab, Mate Ich hoffe, sie hat nicht die Polizei Vielen Dank für euren Support, Bros Wir werden es merken Also, ich bin so gespannt, Jungs Was das Ende sein wird, Alter Jetzt können wir in den Laden Okay, Jungs Jetzt wird der Laden gebumst, Alter Okay, holen wir den Luster Auf geht's, Jungs Ich glaube, es war ziemlich gut Dass wir das alles vorher noch gemacht haben Sonst wäre es ziemlich scheiße ausgegangen Welche Schwierigkeit spielt er? Also es gibt ja nur dieses Normal Und dieses, äh Wie ist das andere? Also, es gibt eins so auf so ein Pussy-Mode Und den normalen Mod Wir spielen den normalen Mod Das könnte gleich etwas lauter werden Let's starten für die 2 Monate Komm zurück Okay, Jungs, gib ihm Ja, erfahren Genau, erfahren spielen wir Erfahren und das andere ist irgendwie anders Gab es schon eine Person, die ein Ending hatte? Was meinst du? Ich wusste doch, dass wir Spaß haben würden Oh boy, es ist ein Monkass, Alter Oh shit Surprise, motherfuckers Ja, moin So, da sind wir dann Auf entspannt Wecke die Androiden Kein Problem Jungs, was geht ab? Du musst ihnen nicht gehorchen Du bist frei Okay, Jungs Also wir versuchen jetzt gerade Immer mehr Androiden zu befreien Also, falls ihr es nicht mitbekommen habt Wir versuchen gerade die Menschen dazu zu bringen Dass Menschen und Roboter, also Androiden Gleich viel wert sind Und deswegen befreien wir gerade mega viele Androiden Und das hier ist quasi wie so ein Apple Store Und wir befreien die gerade alle Also wir befreien gerade einen Haufen iPads und iPods Das hier ist zum Beispiel ein iPhone X iPhone 8 iPhone 7 Das hier ist ein iPad Auch ganz entspannt Mein Name ist Markus Und genau wie ihr war ich ein Sklave Ein Objekt Zum blinden Gehorsam erschaffen Bis ich mich entschloss Meine Augen zu öffnen Meine Freiheit zu fordern Und zu entscheiden Wer Ich sein will Hey Markus Ich bin gekommen um euch zu sagen Dass ihr Euer eigener Herr sein könnt Ich bin hier um zu sagen Dass ihr ihn nicht länger gehorchen möchtet Ich glaube ja das Gender Assumed hier Von diesem Tag an Könnt ihr erhobenen Hauptes leben Warum kann ich nicht meine eigene Frau sein, hä? Ihr könnt das Schicksal selbst in die Hand Arm triggern Jericho Ist ein Ort für jene von uns Die frei sein wollen Natürlich könnt ihr hier bleiben Und ihnen weiterhin dienen Oder ihr kommt zu uns Und kämpft An unserer Seite Ihr seid jetzt frei Die Entscheidung liegt bei euch Ihr Jungs seid aber ein bisschen mehr Begeisterung Wir sind gerade mit einem scheiß LKW hier reingeknallt Ich folge dir, Marke Ich folge dir, Marke Danke, so hab ich mir das vorgestellt Nice Danke, Mates Genauso hab ich mir das vorgestellt Optimal Warum nicht gleich so, hä? Dann folgt mir Fucking Idiot Ich werde den Menschen eine Botschaft schicken Oh Jungs, Partyboy Handel friedfertig oder gewaltsam? Verändere den Kapitolpark Oh shit, was passiert? Sie machen was du machst, Marcus Führe und sie folgen Let's go Ich weiß nicht Wollen wir gewalttätig arbeiten? Eigentlich ist Pazifist besser, oder? Okay, das war jetzt nur, um mal ein bisschen aufzuwärmen Guck mal, eine Fensterscheibe eingeschlagen Ab jetzt machen wir auch nett Oh, nevermind Ja gut Ich glaube, der hat zugesabgefahren Aber Junge, gut klettern können sie, wa? Heilige Scheiße Gewalt ist keine Lösung Gewalt ist eine Lösung Siehst du da, Junge Wir schlagen hier gerade alles ein Läuft super Unser Symbol wählen Ich finde das, äh, das ist ja ganz nice Sieht aus mit der Titte Das nehmen wir Das ist es Oh shit Was geht ab, Alter? Ich helfe dir Ich helfe dir Einfach mal gedreht, Ding Markiere bitte, Bums Wir haben einen Traum I have a dream One day Okay, wir machen ja noch Pazifist jetzt, okay Wir haben unsere Meinung geändert hier Hallo, wir sind jetzt lieb geworden Chill Damn, son, where'd you find this? Oh, die shit, meine Siri hat gerade reagiert Die Monitore, Markus Ja, moin Was können wir noch machen? Da hinten können wir noch was machen Oh, was wir hier Fabian? Markus Der Watt ist die einzige Sprache, die Sie verstehen Ich bin ja auch Mensch Aber ich will keinen Krieg anfangen Sie hören nicht zu, wenn Sie keine Angst haben Sie werden keine Wache Ehre, Mann In meinen Augen Ehre, Mann Boah, nice, Alter Das ist schon ein leicht epischer Moment hier, Rad Also, das ist schon, äh Ist schon ziemlich intens, gerade Der Wunsch Okay, da hinten können wir noch was machen Ich glaube, ein Bildschirm oder Was ist das? Ah, nee, das ist die Bushaltestelle Nur mal da hin Oh, shit, was passiert? Oh, shit Oh, shit Yo Was ist los? Wait, einen Moment, Jungs Irgendwer hat geklopft Oh, hey Ich bin ja, das ist los Ich bin ja da 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 Oh, ich bin ja da Oh, ich bin ja da Oh, ich bin ja da Ich bin ja da Oh, ich bin ja da Oh, ich bin ja da Ich bin ja da Oh, 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 ich bin ja da oder ich habe heute eine diese smartwatch bestellt meinung bei der enjoy den stream richtig hat 10 aus 10 dankbar aber noch ich weiß nicht ich weiß nicht was ich von smartwatches halten sollte björn ist die ganze familie im haus die ganze family star das war gerade die frau von meinem onkel ja kurz hallo gesagt ich weiß nicht was ich von smartwatches halten soll björn ist irgendwie für die frischen irgendwie wenn wenn sein ding ist aber ich weiß nicht aber so eine apple watch für dich nach ist die meisten man bekämpft gewalt nicht mit gewalt es geht nicht anders herr jungs warte mal die frau von morgen ist nicht meine tante also also nicht so richtig die auf die gruppe zu welche gruppe alter laufen gerade in die richtige richtung sie haben sie getötet abgeschlachtet wie tiere wer jetzt gibt es paar aus dem maul mal platz jungs ganz kurz wir haben unsere leute ermordet wir wollen gerechtlichkeit marcus sie müssen bezahlen die musik die halte ich gerade ganz schön auf die decision ich werde mich dafür hast mit aber rosa wir vergelten kein verbrechen mit einem weiteren ihren bruder war uns der die will sein wir unterbrechen diese übertragung für eine einmeldung einmeldung um punkt zwei uhr wurden mehrere cyber life geschäfte in detroit überfallen in einem offenbar koordinierten terroristischen angeblich wurden mehrere geschäfte attackiert die meisten schaufenster wurden mit graffitti die rechte für androiden fordern oder anderen obskuren parolen beschmiert die polizei berichtet dass pro androiden graffitti in der nähe von cyber life geschäften entdeckt wurden die untersuchungen dauern die zisten im schockzustand bei einem der cyber life geschäfte aufgefunden wurden unsere quellen bestätigen dass es sich bei den angreifern um eine gruppe androiden hat die situation ist äußerst bedenklich wenden sich unsere maschinen sind androiden eine bedrohung für unsere sicherheit ist dies direkt hier ihr fucking idiots oh god dieser fernsehsender war ja der fernsehsender waren 20 fps alter heilige scheiße man junge fucking fucking fake news jungs meine fressehsender meine fressehsender ja sind wir noch was von diesen raviolis ne ne wir bombe alter aber nur wenn du bock hast ansonsten mache ich mir nachher welche alles cool was war das letzte was mit connor passiert war die hat ein bisschen stress da weiß ich noch aber und er wieder mit der alten gelabert mit dieser amanda was man wollen ist alles in ordnung lieutenant chris war auf streife gestern abend er wurde von abweichlern angegriffen er sagt marcus hat ihm das leben gerettet geht es chris gut ja er hat einen schock aber er ist am leben was für ein scheiß ich habe ein mieses gefühl lieutenant wir sollten nicht hier sein mieses gefühl lass dein programm überprüfen ist vielleicht defekt dieses outfit er hat immer noch das hippie outfit an jungs ich höre schon seit vier tagen oder so wird der stream immer aufgezeichnet ja jeder stream also was jetzt aufgezeichnet der past broadcast den kannst du dir halt angucken ey das ist die vom anfang die war im hauptmenü jungs ich bin äh lieutenant hank anderson detroit police department ich möchte zu mr elijah kemsky bitte kommen sie rein jungs rückenausschnitt beste leben alter ich schwöre es euch rückenausschnitt größer vorne ausschnitt safe 100 prozent jungs ist einfach true alter wer was anderes sagt ich sage euch bescheid machen sie es sich bequem amanda 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 fliegen auf dem Mars oder so. WTF. Arschgrößer Rückenausschnitt, Bro, what the fuck. Wait, what? Mom? Oh ja, wenn das 2038 wäre, dann easy. Die Frage ist nur, meint ihr, in 20 Jahren kann man in den Urlaub fliegen auf dem Mars? Ich glaube, in 20 Jahren ist es noch ein bisschen, ich habe keine existenziellen Fragen, wenn sie das meinen. Ich glaube, in 20 Jahren ist es ein bisschen zu heftig, vielleicht in 50 oder so. Bisschen teuer? Naja, ich bin ja Streamer, lol. Oh, Aldo. Elijah empfängt sie jetzt. Wait, what the fuck? Wo sind wir denn hier, Alter? Mr. Kamsky? Einen Moment, bitte. Junge, heilige Scheiße. Was geht hier ab? Knack Arsch. Komm raus, Knack Arsch. Wie, muss er jetzt noch kurz eine Bahn schwimmen, oder was? Meine Güte, ey. Junge, der Ausblick, Alter. Bruder. Und diese Stühle, Alter. Junge, 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 Alter. Boah, geil, Alter. Junge, die Decke sieht auch so bombastisch aus, Alter. Oh, damn, Alter. Chad, ich sage euch, ich sollte mir wieder diesen Zopf machen. Zopf ist es einfach. Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Abweichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Hilfe. Ähm. Abweichung verbreitet sich wie eine Art Virus. Wir dachten, Sie wüssten etwas darüber. Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du? Ich bin auf keiner Seite. Ich wurde erschaffen, um Abweichler zu stoppen und das werde ich tun. Nicht schocken, Jungs. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du? Was möchtest du wirklich? Ich möchte gar nichts. Ich bin eine Maschine. Chloe. Saved. Du kennst ja sicherlich den Turing Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kemsky Test. Nein, 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 nein. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön für immer. Boah, er gibt dir eine richtig heftige Backpfeife. Ich sehe schon. Eine Blume, die nie verblüht. Gleich kommt's, Alter. Was ist die wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Oh boy. Was wurde daraus? Mit deiner Seele. Bro. Oh mein Gott. Das ist ja noch schlimmer als eine Backpfeife. Oh mein fucking Gott, Bro. Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Bro, sie hat Rückenauschnitt. Das ist schwierig. Ich zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von ihr erfahren. Okay, ich glaub, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können wieder in ihr holen. Was ist dir wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Entscheide, wer du bist. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem freien Willen. Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Alter, WTF, ich hab keine Ahnung. Das Ding ist, wenn wir nicht schießen, sagt er uns nicht, was wir wissen wollen. Wenn wir schießen... Oh, Digga, das ist tricky, Alter. Dann nehmen sie aber auch die hotteste alte aus dem kompletten Game, Junge. Es ist so gemein, Alter. Es ist so gemein, Alter. Töte ihn einfach. Gamebreaking. Chat, Alter, das war mein erstes Feeling, also. Let's go. Faszinierend. Faszinierend. Cyberlives letzte Chance, die Menschheit zu reiten. Ist selbst ein Abweichler. Ich... Ich bin kein Abweichler. Du hast deine Maschine verschont, statt deine Mission zu erfüllen. Ja, aber sie hat Rückenausschnitt, das ist was anderes. Jesus, fuck, das zählt nicht. Du hattest Mitgefühl. Sie hat einen fucking Rückenausschnitt, Bro. WTF, Mann. Ich hatte keine Chance. Yo, Mogikans. Danke für die Neuen, Mann. Willkommen zurück. Danke für deine tolle Unterhaltung und deine nice Note. Ich liebe sie. Es ist, by the way, ein Mädchen. Bitte nicht. Was könnte schlimmer sein, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Verschwinden wir hier. Übrigens. Es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Warum hast du nicht geschossen? Ich habe in ihre Augen gesehen und konnte nicht. Das ist alles. Du sagst noch immer, du tust alles für den Erfolg der Mission. Das war unsere Chance, was zu erfahren und du scheißt nicht. Ja, ich hätte es tun, sondern ich konnte nicht. Na, 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 Bro. Auf keinen Fall, Mann. Also, weniger ist es mehr in dem Fall. Weißt du, nur der Rücken ist besser als Bikini safe. Hundertprozentig. Vielleicht wäre es richtig so. Hundertprozentig, Bro. Schwimmst du nie? Ist egal. Gib mir kurz die Katze. Sie ist gestresst? Oh, Mann. Komm her. Jo, ganz ruhig. Oh, Mann. Du. 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 Unsere Katzen hassen Kinder anscheinend. I don't know, warum. Oh Scheiße, wir hätten die Statistiken angucken sollen. Das hätte mich auch interessiert. Fuck, Mann. Du. 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 Das ist insane. Als würde so ein fremdes Flugobjekt hier vorbeifliegen oder so, Alter. Chill. Jungs, entspannt euch, Alter. Hab mich gefragt, wo du bist. Ich musste nachdenken. Mir gefällt es hier. Ich komm oft her. Hier ist man alleine mit dir. Ach, dieser Typ, der mal geschrieben hat, als sie durchs Bild gelaufen ist. Schöner Po. Schöner Po, Alter. Er kommt einfach schöner Po, Junge. Du wachst nachdenklich. Beste Mann, Alter. Sie alle gehorchen mir. Sie folgen mir ohne Zweifel. Und so viel Macht fühlt sich gut an. Und unheimlich. Zur gleichen Zeit. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten ein Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verraten. Son, where'd you find this? Die Menschen hassen uns. Auch ein Rücken kann entzücken. Sie schenken uns nie die Freiheit. True, Woody, true. Positive Vibes, Jungs. Manche begreifen, dass sie unsere Freiheit nicht mehr aufhalten können. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor, Jericho? Auch eine Arsch macht Spaß. What the fuck? Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater für mich. Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Der Ehrenbruder. Da haben wir immer nach ihrer. Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. North, wir kämpfen gemeinsam. Wir müssen Dinge über uns wissen, um uns zu vertrauen. Mein Leben begann, als ich nach Jericho kam. Was davor war, geht nur mich was an. Oh Gott. Oh Gott. Junge, Alter. Ist sie dumm oder so? Geiles Hinterteil, ja moin. Junge, what a dose, Alter. Easy Red Oktober, Alter. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Markus, bitte tu das nicht. Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Es ist der einzige Weg. Die Androiden hier könnten sich anschließen. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. Okay, okay, okay. Versammelt deine Leute. Wandere weitere Androiden um. Okay, machen wir. Egon? Hier, du bist frei. Du bist frei. Junge, er kann es kaum passen. Dahinten ist noch einer. Nehmen wir mal Ollo Roni noch mit da hinten. Domo mehr ins Bild. Chat, Regie Nummer 1. Du bist frei. Regie Nummer 1, Chat. Ihr habt keine Rechte in diesem Channel. Okay? Bro, er war breit. Auf der Straße, Boys. Jungs, unser Outfit ist fresh as fuck, Alter. Einen kurzärmlichen Pullover und darunter ein langes T-Shirt. Arschgeller noch mal, Junge. Blockiere die Straße. Ah, okay. Wie machen wir das am besten? Warte mal, wir können hier noch ein paar Ronis umwandeln. Du bist jetzt frei. Hey! Was glaubst du, wo du hingehst? Komm sofort her! Ich muss die Straße blockieren. Scheiße, was ist los mit dir? WTF, Alter. Was ist grad passiert? Das war grad mega komisch, irgendwie. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt, was passiert, Alter. Ähm. Okay, wir müssen weitere Androiden umwandeln. Haben wir hier draußen noch welche? Guck mal, dahint ist noch einer. Ich blick gar nichts mehr, ich war auch grad mega verwirrt, Alter. Ich glaub, es war grad ein bisschen aback oder so. Okay, Chat, etwas, okay, Junge. Ein bisschen mehr als 50%, okay? Domo become human, Alter. Neues Story-Game, Jungs. Ah, oder Egon, können wir hier noch umwandeln? Du bist jetzt warm. So, da haben wir alle, oder? Öffne den Kanaldeckel. Ich denke, das passt so. Wo ist der Kanaldeckel? Oh, warte mal, hier können wir noch einen umwandeln. Ne, perfekt. Ich denke mal, je mehr, desto besser, wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen, aber ich denke, das sollte so passen. Wir haben irgendwie acht oder so, oder sieben. Easy, auf geht's. Jo, Sepp, danke für den Twitch Prime, Bruni. Jo, Brüder, was geht ab? Jo, Brüder, was geht ab? Wandele weitere Androiden um. Oh, damn, ich kann's über die Range machen? Warte, aber woher kenne ich denn die Alte? Die kommt mir so bekannt vor. Die sieht aus wie Kara, aber ist nicht Kara, oder? Okay, fuck. Die saust wie Kara, aber es war nicht Kara. Okay, Cher, wir holen jetzt alle fucking Androide zu uns. Let's go. Oh, man, das ist episch as fuck. Holy shit, let's go, Alter. Junge, das hinter mir sind alles meine Twitch Prime Subs, let's go. So, du Subs noch rein, zack. Hier, hey, da drüben, kannst du schon Twitch Prime? Nice. Ist halt alles ihr, Cher. Easy. Fuck. Hey, Entschuldigung, kennst du schon Twitch Prime? Äh, Twitch Prime, Amazon Prime? Da drüben? Was geht ab? Hey, willst du wissen, wie man kostenlos rein sagt? Komm einfach ran. Du auch? Ja, kein Problem, komm einfach ran, Jungs. Hey, yo, Jungs, Jungs, was geht ab? Hey, peace. Damn, wir sind schon 113. Oh shit, what the fuck? Jo, yo, was geht ab? Come on. Äh, Jungs, Jungs, habt ihr schon von Amazon und Prime und Twitch? Ja? Nein? Kostenloses Skins? Und ein kostenloses Sub für euer Lieblingsstreamer. Kommt doch einfach kurz ran. Äh, Jungs, ihr wollt kostenlose 30 Tage weiter zu haben? Kommt einfach ran. Ja, ja, ja. Woah, shit. Ach du Scheiße. Woah, shit. Wenn er jetzt Abbruch hat, der braucht es, Alter. So eine verdammte Scheiße. Zentrale, hier ist einer in 457. Hier sind eine Menge Androiden. Ich weiß nicht, Hunderte? Tausende? Tausende? Sie marschieren. Sie marschieren die Straße runter. Sie marschieren die Straße runter. Das weiß ich doch nicht. Schrei! Wacht! 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 Wir sind lebendig! Wir sind lebendig! Wir sind lebendig! Don't chill! Wacht! Wacht! Was ist los? Können wir das kurz... Können wir das kurz chänzen, Alter? Wacht! 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 Oh, boll! What the fuck! Das ist das letzte Mal noch! Das ohne was zu sagen, einfach! das sind hier um friedlich zu demonstrieren dass du die non zu sagen dass wir lebende wesen sind alles was wir wollen ist freiheit und wir wollen auch niemandem etwas tun oder die mobs aber das war kein sinn zu sagt sie werden uns töten wir müssen angreifen wir sind mehr als sie wir können siegen wenn wir angreifen gibt es krieg wir müssen beweisen dass wir friedlich sind wir sollten einfach stehen bleiben auch wenn das unser tod ist wir müssen zeigen dass wir nicht weichen wir bleiben genau hier wir können uns doch nicht einfach abschlachten lassen wir bleiben stehen jungs ich offen mich kein problem wir müssen weg wir müssen weg war das richtige jungs das war das richtige ich frage mich wie viele leute am ende dasselbe gemacht haben wie wir ich mache ich noch mal die prozente 4 prozent warte mal ich verstehe ich komm mal selbst opfern haben 47 mega nice vielen vielen dank selbst opfern haben 47 präsident gemacht aber es gibt eine möglichkeit dass dann die polizei nicht weiter feuert aber ich verstehe nicht ganz was wir falsch gemacht haben ist es einfach random oder hätten wir uns zerstreuen müssen ich wusste nicht was damit vielleicht ja kripp alter die menschen sind dumm wie strom was zum teufel ich bin immer noch subscriber ich habe glaube ich glaube ich glaube ich habe instant für ein jahr gekauft und noch nie für die zartmann green dank für die 16 monate man das geheimnis des glücks liegt nicht im besitz sondern im geben wer anderen glücklich macht wird glücklich also wer andere glücklich macht wird glücklich und wer lesen kann das klaren vorteil die netten worte und den es ab willkommen zurück und du waffen nicht glücklich braun nein du machst mich glücklich danke für dich er sich auf ganz entspannt noch ein ravioli mit dem stück käse nach den geschehnissen heute steht das land vor einem bürgerkrieg die maschinen erheben sich gegen ihre meister die menschen haben keine wahl an sie zu zerstören ich dachte kemsky wüsste etwas ich lag falsch vielleicht stimmt das aber du hast nicht gefragt ich wollte sein krankes spiel nicht mitspielen es gab keinen grund den androiden zu töten warum hat kemsky cyber life verlassen was ist passiert das ist lange her kann es betrifft deine untersuchung nicht ich frage mich was amanda macht macht die alle da war ein foto von amanda bei kemsky zu hause sie war seine lehrerin als kemsky mich entwarf wollte er ein interface das ihm vertraut war er entschied sich für seine mentorin worauf willst du hinaus welche rolle spielt sie sowieso auch ein android was wollen sie wirklich ich erwarte von dir dass du antworten findest corner und dass du keine fragen stellst nur du kannst einen bürgerkrieg noch verhindern finde die abweichler oder es kommt zum chaos das ist deine letzte chance monka ist also ich verstehe mal nicht was amanda macht das fbi übernimmt ja 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 sie hat das aussehen von der mentorin von dem typen der die ganze roboter entworfen hat zumal ich das verstanden habe du kapierst es nicht das ist keine normale untersuchung aber was macht sie so für sie da was wir haben es nicht mehr in der hand warum labern wir so auf die nationale sicherheit scheiße du kannst jetzt nicht den stecker ziehen wir sind so nah dran ich dachte du kannst androiden nicht ausstehen himmel hängen entscheid dich mal ich dachte du wärst froh darüber wir knacken diesen fall wir sind schon ganz kurz davor verdammt jeffrey kannst du mich nicht ein einziges mal unterstützen ich kann nichts für dich tun du bist wieder beim mord und der android geht zurück an cyber life aber arbeiten die nicht mehr zusammen das ist vorbei ok 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 bro ok so so geil ok so geil ok 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 wir können 我們 auf die idee herr wir können nicht einfach aufgeben ehrenmann ich weiß dass wir hätten den fall lösen können du gehst also zurück zu cyber life ich habe keine wahl Man wird mich deaktivieren und mein Versagen analysieren Was, wenn wir auf der falschen Seite sind, Connor? Was, wenn wir gegen Menschen kämpfen, die bloß frei sein wollen? Das sind keine Menschen, Lieutenant Das sind defekte Maschinen Das sind keine Menschen Das sagen wir immer, wenn wir jemanden unterdrücken wollen Oh, fuck, fuck, fuck Ich hab das falsch gelungen Wenn du den Androiden nicht töten wolltest, ist dabei Kemski Du hast dich in sie hineinversetzt Du hattest Mitgefühl, Connor Mitgefühl ist eine menschliche Emotion Ich weiß nicht, wieso ich es tat Na, sieh mal an, da kommt Perkins, das blöde Arschloch Sie verschwinden keine Zeit beim FBI Wir können nicht aufgeben Boah, der Bastard, Alter Die Antwort liegt nirgendwo in den gesammelten Beweisen Wenn Perkins sie mitnimmt, ist es vorbei Wir können nichts tun Du hast fauler gehört Wir sind raus Sie müssen mir helfen, Lieutenant Ich brauche mehr Zeit, um in unseren Beweisen einen Hinweis zu finden Ich weiß, dass die Lösung vor uns liegt Ravioli, Ravioli Gib mir die Formel Roni Vielleicht verdienen die Abweichler eine Chance Vielleicht ist es besser, du findest sie nicht Was hier passiert, ist zu wichtig, um von einer Maschine durchkreuzt zu werden Tut mir leid, Connor Aber ich werde dir nicht helfen Bro, what the fuck, warum? Warum ist es nicht schnell? Alter, wie schnell ist es wieder dunkel geworden? What the fuck? Heidige Scheiße, vor einer Sekunde war es noch hell draußen Sorge für Ablenkung, um Perkins aufzuhalten Okay Keller, 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 Keller Yo, Kameru, danke für den Sub, Rudi Vielen, vielen Dank, Mann Bei mir ist es immer noch hell Wait, what the fuck? Ist der Unterschied so krass, Alter? Dass bei euch gerade noch hell ist draußen? Ich schwöre, bei uns ist es dunkel Damn, holy shit Ihr müsst ja dann irgendwo im Süden leben Weißt du Okay Aber als ob das so fucking viel ausmacht So eins, dass es so 15, 20, 30 Minuten sind Holy shit Bro Ich meine, das sind halt 500 Kilometer oder so So, nimm den Schlüssel Okay Achso, lol, stimmt, Süd und Nord ist da egal, ne Es geht um My bad, my bad Fiat, recht Aber warte mal, das macht doch gar keinen Sinn Die Erde ist doch ne Scheibe Verstehe ich jetzt nicht Müsst es nicht überall genau gleich dunkel werden? Ich glaube nicht, dass FIA recht hat, Jungs Ich glaube, FIA lügt ja Ganz klar WTF hier, hä? Die Erde ist doch ne Scheibe, what the fuck Ich verstehe nicht ganz, was du jetzt hier gerade meinst Äh, wo ist denn diese Kamer, Mann? Oh shit Ich hab keine Ich hab keinen Bock, dass ich's fail, Mann Die Asservatenkammer, wo ist die denn, Alter? Ähm, links? Da? Oder da? Mir geht's gut Ah, wir haben vier Minuten easy Ich dachte, wir haben noch so zwei Minuten oder eine Minute oder so Ich rede mit dir Arschloch Wo willst du hin? Wir brauchen hier keine Plastikarten Hey Arschloch, ich rede mit dir Einfach auf Aggressiven Fick draufgegeben, Junge Tschüss Komm gut nach Hause Meine Familie haut jetzt rein Ich hab denen zwar schon alle so Schiss gesagt Aber die Fahren jetzt halt Nehmen wir mal einen, Jungs Geil Ja, Timon, danke für den Sat, Mann Ach du Scheiße, Passwort Was würde sich ein knallharter, exzentrischer Polizist aussuchen? Naja, der Klassiker Absurd Käme ihm nicht in den Sinn Ich muss wie Hank denken Scheiß Passwort safe Natürlich Der Klassiker Der Klassiker, Junge Junge, so ein Junge, so ein dicker Schrank, Alter So ein dicker Schrank und einfach Scheiß Passwort als Passwort nehmen Ich muss schnell sein Oh, ganz kurz, Jungs Das ist ein dicker Schrank, Alter Gesäule Nee, trage ich einfach eures Haps, Jungs. Reaktivierung unmöglich, okay. Okay, 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 okay. Für Reaktivierung benötigt, ich versteh grad nicht, ich bin grad übelst verwirrt, was wir hier gerade machen, Junge. Was machen wir hier grad? Ich hab keine fucking Ahnung. Alter, Jungs, ich hab keinen verfickten Plan, was wir hier grad machen. Ich hab die ganze Zeit zugehört, Jungs. Nein, 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 ey, Chat, geh mir nicht auf die Eier, ich hab die ganze Zeit zugehört. Chat, geh mir nicht auf den Sack, Alter, ohne Spaß. Ja, wir suchen Jericho, hab ich mitbekommen, aber was bringen uns diese Hinweise hier dafür? Ich meine, wissen wir dann, wie, keine Ahnung, schwer er ist, oder was auch immer das für Zahlen da sind? Ja. Da hab ich dabei. Ja, hör mir. unserer würde unsere hoffnungen und unserer rechte gemeinsam können wir in frieden leben und eine bessere zukunft schaffen für menschen und androiden diese botschaft ist die hoffnung eines volkes ihr schenkt uns leben und jetzt ist es an der zeit uns freiheit zu schenken ja dass die komponenten da reinmachen kann und dass die komponenten da benötigt werden das kaffee ich aber welche werden denn benötigt 3983 erforderlich ach so ach so okay die roten dinge habe ich nicht können wir mal hier raus keine ahnung müssen sie jetzt wahrscheinlich für einen entscheiden oder wenn wir den ganz rechten alter aber wo müssen wir vielleicht nicht weil ich glaube zwei nehme ich weiß gerade nicht ich muss jericho finden sagt mir wie ich dorthin komme ich kenne deine stimme nicht du bist keiner von uns ich verrate hier nicht wo jericho ist jetzt lasst mich in ruhe ok 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 versuche ihn auszutricksen reaktivierung unmöglich was wir über dem typ hier ich habe gerade nichts mehr alter wtf die stelle ist verrückt alter 4700 erforderlich können wir das hier raus nehmen aber wie man meint ich soll ihm das ipad vorspielen das ist vielleicht ein guter call wollen wir erstmal alle ronnie wieder du hast gelogen konner ich hab dir vertraut und du hast gelogen du hättest das kind umgebracht ich hatte keine andere wahl ich muss jericho finden weißt du wo es ist du vergeudest eine zeit ich weiß nichts über jericho ok ok aber ich hoffe du ja dann muss ok also weiß der ganz rechte war es anscheinend ok ja der ganz recht ist glaube ich richtig und treiben wir mal wo ich das mit dem ipad alter vielleicht funktioniert das wir fordern anerkennung und zu erfüllen 20 euro pro person mit getränken und so ja also muss man nicht jeden tag haben aber kann man mal nach hause falls du gleich nach hause fährst tschüss habe ich heute unsere hoffnungen und unsere rechte schlussungscode erforderlich anführe der welche ich glaube das ist das richtige was wir machen gut ich habe ein gutes gefühl jungs die haben verhungert dafür stand für die zwei main und war wie rätsel und snowy und levron und kress danke für eure subs jungs vielen vielen dank man papa in den chef wie die lutz was ist passiert man ist das marcus verlass mich nicht wieder marcus bleib hier davon träume ich seit ich dich zum ersten mal gesehen habe oh shit tun sie das nicht gavin ich weiß wie man die abweichler stoppen kann du bist raus und jetzt mache ich es endgültig oh shit saved alter ich hasse konsole alter so schnell die taste zu finden ist immer so tricky was ist hier passiert hier hat wohl jemand rumgeschnüffelt drückt den alarm schnell oh shit oh shit okay mates sorry für den ultra cliffhanger jetzt es tut mir wirklich leid jungs aber wir gehen jetzt ins kino und wir spielen das game morgen weiter am story chat ich habe mega mag auf kino alter wir verschieben das schon locker seit ewigkeiten ähm i'm sorry chat der cliffhanger des jahrhunderts ähm aber wir sehen uns morgen easy und wir spielen das morgen easy zu ende auch so gegen 12 uhr ja man jungs also morgen geht es weiter mit dem bums safe 12 uhr 12 uhr schaffe ich morgen also ich das ziemlich existenten äh 12 uhr bin ich online morgen 12 uhr geht es weiter jungs also wenn ihr es genau sehen wollt stellt euch irgendwie ein wecker oder so 12 uhr sehen wir uns ähm und dann spielen wir das ende zu sein ähm es könnte ganz interessant werden weil falls ihr schon mal irgendwo bei irgendwem anders gesehen habt oder so oder falls ihr es nachher noch bei irgendwem anders sehen solltet jedes ende ist ja anders wisst ihr wie ich meine weil ich habe ja auch schon ein paar leute sterben lassen und so und ich denke mal mein ende könnte anders sein als andere enden also wäre cool wenn ihr morgen rumkommt 12 uhr einfach äh falls ihr neu seid jungs droppt auf jeden Fall ein paar PL wäre nice äh und wenn ihr neu seid wie gesagt auch ein follow und dann gehen jetzt ins kino ziehen uns höchstwahrscheinlich wahl oder pflicht rein ready player one oder quiet place eins von den drei mal schauen jungs mal schauen okay boys danke nochmal für die 5 danke für die ganzen subs danke für die donos jungs und wir sehen uns morgen 12 uhr pünktlich hier wieder und spielen das ende durch okay jungs und danach streamen wir irgendwie ein bisschen mal gucken was wir morgen nachmittag machen vielleicht ein bisschen VR ein bisschen fortnein vielleicht beides mal gucken jungs danke fürs einschalten danke für den coolen streamer und wir erheben mich noch einmal mit fucking drei punkten okay mails macht's gut man wir sehen uns bis morgen 24 31 31 31